Los geht's! Original, jetzt müssen wir online sein. Bin ich aufgetaucht bei dir? Noch nicht, also auf der Kanalseite sehe ich nichts. Das ist gut. Da bist du auf und 20 Sekunden nach Hänger. Pass mal auf, geht gleich los. Wenn nicht machen wir einfach, mache ich einfach eine Einleitung. Wenn nicht, dann nimmst du einfach auf, wie wir so einfach rumquatschen. Das ist sowieso guckig. Da frieren wir schon irgendwie hin. Das machen wir schon. Da machen wir eigentlich keinen Kopf drum. Also bis jetzt noch kein Stream gestartet. Ne? Ich hab auch noch keinen im Chat. Mal gucken. Katastrophe hier wieder. Ja, das muss funktionieren. Das ist Profi. Weißt du doch. Ja. Du bist doch hier bei der Experten. Ja, ich merk das. Der ist sogar online bei mir, der Stream. Echt? Da kommt gleich einer. Ich bin ganz sicher. Das muss laufen. Ja, Horitzfan ist da, siehste. Also geh mal auf meinen Kanal, da kriegst du mich. Ich bin auf dein Kanal, aber hier steht kein Lachstuhl. Dann drück mal F5. Ich drück gleich Alt-F4. Ach da, da ist er. Da hab ich doch gesagt, das funktioniert. Ich muss ja mal hier den Ton ausmachen. So. Ich würde mal sagen, ich mach mal die Einleitung. Jetzt kommen die alle reingetüdelt. So. Moinzeit, Mädels. Und willkommen bei Asti Fan und Max Bitschop. Hallo. So, wir sind jetzt hier live und wir schnacken ein bisschen. Wir haben noch so ein paar, also er und ich. Ich glaub, verschiedener geht das nicht. Er macht's richtig, ich guck mal eins zurecht. Ach, euch das so richtig macht. Wir haben unsere richtige Opfer hier ausgesucht. Meinst du dann so? Ne, Jensi, das machen wir schon. Also, ne? Oha, richtig, was los hier, wa? Olli ist auch dabei. Ja. Alt F4 ist eine gute Funktion, hast du gehört? Komme ich denn gut durch bei euch, Leute? Konnt ihr Jensen gut hören? Das ist der erste Beta-Lauf. Ich glaub schon, OBS sagt ja. Ja, ich hoffe doch, ne? Ne, denkt dran, 20 Sekunden hängt das ein bisschen nach. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Moin. Andi ist da. Hier, Fly ist da. Guck mal, die ganzen Mädels. Ne? So. Markus ist auch um 5 Minuten da. So, Mädels. Heute machen wir mal unseren ersten Live-Podcast. Hoffentlich der erste von ganz vielen, ne? Ich hoffentlich konnte ihn hören. Ja, Maximilian sagt, man kann nicht hören. Das ist sehr gut. Er weiß es halt. Da bin ich sehr froh drum, dass man nicht hören kann. Na, wir packen unsere Gurken nicht aus. Ja, wir machen das schon. Heute nicht. Wir machen das wie Drachenlord Pornhub. Dank. Das kannst du gerne machen. Oder so ein Doppel-Doppel-Pornhub-Ding. Übrigens hier, wir teilen uns die gleiche Leidenschaft. Wir haben die gleichen Belichtleser von McDonalds. Ja, genau. Hier, ja. Er hat nur die rote Edition. Wir gehen immer bei McDonalds fressen, ne? Deswegen sehen wir auch so aus. Ja, das stimmt. Wo bin ich denn Fan? Hast du mich jetzt gerade beleidigt? Hast du mich jetzt gerade getriggert? Genau. Ich fange jetzt an, dich zu dissen. Oh, 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 oh. Jetzt geht das los. Erstmal, pass mal auf. Also erstmal, ich will das einleiten, ne? Das Ding hier. Das Ding wollte ich dir gerade eben schon zeigen. Mach mal die Eileiter, ne? Ja. Hier. Hier ist mein zweiter Platz auf dem Opel-Treffen. Opel Corsa A. 2014 war das, glaube ich. 2014? Ja, man. Ich war, ich bin hier, ich bin original aus der Opel-Szene. Auf so ein bisschen Opel-Schnacken kommen wir auch, wenn ich alles noch ein bisschen was. Ja, spricht er dafür, dass du dir noch einen Corsa kaufst dann, ne? Ja, ich kenne mich ein bisschen mit Ross auch. In den, also, wenn du, wenn du in deiner, wenn du den so günstig haben willst, wie ich erwarte, dann, äh, hast du einiges zu tun. Also ich habe heute, ich war heute im Bockhorn auf dem Ultramar-Markt, ich habe tatsächlich richtige Corsa-A-Gurken gesehen, das sehen übrigens meine Jungs hier, äh, morgen, ne, übermorgen die richtigen Corsa-A-Gurken, ähm, da ist einiges am Stand, ne? Äh, äh, ja, ne, aber, mach mal kurz. Ich fände, ich fände einen rostfreien für 300 Euro. Also wenn, dann eher ein Facelift, denke ich mal. Aber den kannst du auch vor Face umbauen, ist ja nur die Front. Ja, aber ich fände das immer Torbrett scheiße. Ja, den kannst du auch rausreißen. Ja, aber das ist ja Arbeit. Ah. Kennst du das? Ich gebe ja kein Geld aus und arbeite ungern. Ja, aber ein Vor-Face ohne Rost für ein kleines Geld? Ah, könnte schwieriger werden. Ah, pass mal auf, das kriegen wir hin. Wenn du das schaffst, ne? Wenn du das schaffst, ja, was, was dann? Pass auf, komm. Du kriegst eine Gurke von mir. Das ist gut. Schicke ich dir eine Gurke. Ich hab, ich hab tatsächlich schon mal, ich hab tatsächlich schon mal für 300 Euro einen A-Corsa verkauft, der rostfreie war. Das war mein größter Fehler, glaube ich. Das war eine Scheißidee. Ja, das war echt eine Scheißidee. Aber momentan, ich hab wieder zwei Mofas gekauft. Ich hab schon wieder 450 Euro im Bockhorn auf Oldtimer im Markt liegen lassen. Mein Portmoney tut mir ganz doll weh. Und ich muss wieder ganz, ganz viel Sprit bezahlen, weil ich dann mit der Gurke nach Ungarn verhandle. Also, momentan kaufen wir eh keinen Opel. Vielleicht einen Flopel oder einen Fahrrad oder so. Ja, wenn du deinen Roadtrip hinter dir hast, dann können wir ja mal gucken nach einem Opel. Vielleicht finde ich in meiner Gegend auch was cooles. Dann, ne? Ja, pass mal auf. Das hol ich bei dir raus und dann zeig ich dir mal richtig, wie man einen Gurke. Irgendwas aus der Scheune holen. Ich glaube, du kannst zwar... Also, mir stört's nicht, wenn einen Corsair zusammengurkst, aber mein Kollege, der mag, der wird dann, äh... Ja? Oha! Der wird dann sehr traurig sein. Ich hab dir ja erzählt, ich hab doch einen mit Frontschaden gehabt, einen A-Corsair. Ja. Der war vorne richtig grotze. Aber Kühler war noch okay. Also, ich sag mal, nur die Front war platt, ne? Und dann, den hab ich damals mit dem Vorschlaghammer komplett zerwegs vorne, bis er passte. Und dann hab ich da einfach einen anderen Grill vorgebaut. Das war gut. Reparier. Ja. Blech... Mit Blech kann man alles machen, ne? Und das hässlichste in der Welt... Weißt du? Das hässlichste in der Welt ist immer noch ein A-Corsair mit ATS Classic ohne Fahrwerk. Hab ich heute auch gehabt. Hab ich auch gehabt. Nee, eher die Viertüre, also die Fünftüre sind die hässlichsten Corsair. Ja, kommt drauf an. Was ist ein TR? Ja... TR? Ja, das ist auch noch. Ich schreib grad, Dennis, 97 Corsa B... Wo hat ich... Äh, war ich... Keine Ahnung. Die sind mit Lederausstattung. Ja, aber Corsa B ist nicht mein Baujahr. Ich... Ja, hatte ich mal. Und den musst du genauso zusammenpraten. Der ist... Ohne Scheiße jetzt mal. Ohne Flachs. Corsa A und Corsa B. Die GMO nehmen sich gar nichts. Im Frühjahr Corsa B hat die gleichen Motoren drin, die gleiche Scheiße. Ja, ja. Nur ein bisschen anders gedenkelt. Ja, das ist eine Motorengruppe auch. Also, ich würd mir kein Corsa B holen, wenn ich eh zusammen nudeln muss, das Ding. Das ist lieber ein schöner A. Ja. Ich sag mal so, also Opel Corsa wurde ab C wieder erträglich. Das C mach ich eigentlich ganz gerne. Ähm, ist es nicht da, weil ich unbedingt fahren würde, aber... Ne? Und D, ja, das ist schon wieder Plastik-Scheiß. Ja. Achso, hier, Jens hat übrigens vor dem Stream gesagt, der will mir Erdgas schenken. Nein! Ich soll den Olivgrün rollen, sagt er für mich. Ja, und die Felgen dann auch noch umsprayen, weil das Gold geht gar nicht. Ne, das passt nicht. Da muss auch schwarz. Schwarz und grün. Ja, dann schenke ich noch ein paar Lufteinläste, die kannst du vorne auf der Haube spacken und diese Chromdinger von Foliatek. Ey, guck mal. Hört ihr das? Dieser Mann, ne? Der hat auf jeden Fall, wie soll ich sagen, er hat Ahnung, er weiß, was er tut, er weiß, was Gurkenprinzip ist. Ich frag mich, warum er der falschen Religion angehört. Also ganz ehrlich, Mats, ne? Der Schrauber, der behauptet, nie gegurkt zu haben in irgendeiner Situation, der lügt. Jeder hat schon mal was zusammen gegurkt. Ohne Scheiß. Irgendein Provisorium gebaut. Ist immer so. Ich hab mal einen Vectra A gehabt, ne? Da bestand die ganze Hinnaachse aus Bauschaum und Feinspachtel. Okay. Und ich war der Typ, der das verbraten hat. Oh mein Gott. Ja gut, das ist so eine Sache, wo ich sagen muss, Bremse und Fahrwerk. Darf nicht. Aber das war 2013, das ist schon ein bisschen länger her. Das war tatsächlich eine Karre, die hab ich über einen Pfiff gegurkt. Oh Gott. Bin die ein halbes Jahr gefahren und hab die dann auch original auf den Schrott gehauen. Ich hab die nicht so verkauft. Ne? Aber das war auf jeden Fall, ich sag mal, das war so meine Spezialkarre. Katastrophe, ne? Aber die Karre war geil. Leider hab ich keine Bilder mehr davon. Das Ding war frittentief, weil, ja, wie soll ich sagen, die Feder waren halt geflext. Aber egal, was du gemacht hast, das Ding setzt du immer auf. Ja, ne, schleift sich zurecht. Die Provisorien halten am längsten. Ja, stimmt teilweise. Früher hab ich auch keine Autos neu gekauft. Warte. Boah. Ah. Geht's noch? Das war jetzt der Laberschleim. Kennst du, wenn du so viel Laber hast, dass Schleim hochkommt? Das hab ich ganz oft, wenn ich so viel laber. Ja, dann hör auf zu labern. Okay, laber du. Ja, welches Thema? Hätten sie denn gerne? Haben wir doch schon gehabt, ne? Äh, okay. Ich hab übrigens noch nie ein Auto gerollt oder gepinselt oder sonst was. Da hast du ein Erlebnis in deinem Leben verpasst. Noch nie gemacht. Aber ich möchte mal gern selber eins mit dieser Sprühfolie bearbeiten. Ohne Scheiß, Jens. Du kannst, wenn du ein Auto richtig rollst, ne? Also wirklich auch Bock dazu hast. Ich mein, T4 und so hatte ich keinen Bock zu, ne? Hat man gar nicht so. Du kannst da saugeile Ergebnisse rausholen. Ohne Scheiß jetzt. Klar, aber, hm, bis jetzt waren die Substanzen noch nicht so runtergeritten, dass ich gesagt hab, ja, da hilft nur noch Rollen. Mein Golf 1, bestes Beispiel. Erste Hand, 122.000 gelaufen, wo ich ihn gekauft hab. Oh, so, oh. Das ist ein Kratzer, nackt gefällt mir nicht. Schleifpapier raus. Da kam die Rolle. Matt Grau. Hahaha. Das geht alles. Ja, aber... Und hält heute immer noch. Metal Tiger, ja. YouTuber-Podcast-Spezial. Ja, aber ich bin da nicht so ein Fan von sowas. Also, wie gesagt, Sprühfolie würde ich gerne mal ausprobieren. Die kann man ja abziehen. Das werde ich mit meinem blauen Ascona auch mal ausprobieren. Aber da jetzt einfach mit der Rolle drüber jagen. Na gut, ich hab auch nicht alles erzählt. Nein. Ich hab den Corsair schon, den Golf 1 auch zu Zeiten gekauft, wo er nicht viel wert war, ne? Ja, heute sind die ein bisschen mehr wert, ne? Also, ich sag mal, wenn du heutzutage für den guten Golf 1 über 4.000 Euro bezahlst, würde ich eventuell wohl nicht zur Rolle greifen. Ja. Ich sag mal so, den E-Sätzen 30, den du hast, ich glaub, den würdest du jetzt auch nicht rollen, oder? Kommt drauf an. Wenn mir der Lack nicht mehr gefällt, dann wieder den Oliv. Du und dein Oliv, ne? Da kenn ich nix, ohne Scheiß. Ja, aber... Ich hab schon Autos vergurkt da hier. Also, ich hab schon alles. Also, Audi V8, D11 und Olivgrün hab ich auch schon. Alles Mögliche. Ja, mir tut das in meiner Seele weh. Jetzt fragt einer, was fährt Asking für ein Auto? Äh, Alltag, Signum. Und sonst hab ich Ascona C, C, Kadett E, Ascona B noch rumstehen, Monster. Monster? Ja, Opel Monster ist auch noch ein. Okay, ich hab schon wieder einen Kandidaten, den mir gefällt bei dir. Dann hol ich ab und dann malen wir den Oliv. Nein! Gut, der Lack ist wirklich scheiße bei denen. Da siehst du ja noch mehr. Und Mats Schwarz, da können wir uns auch noch einigen. Das war Opel Klarlack. Bei Opel beim Klarlack in den 90ern sind wir hochgekommen. Das ist Katastrophe. Aber nein, mach nicht alles, Uli. Gibt's nicht ne andere geile Phase? Ich denk anders. Weißt du, ich denk immer so, wenn du ein Auto hast, was einen Wert hat von 2000 Euro. Und die Lackierung, ich sag mal, dich mit allen drum und dran, also wenn du auf meinen Lackierer vorbereitest, dich selber vorbereitest, ich sag mal, dich 1,5 kostet. Oder ich sag mal, gut 1,3. Ne? Dann hier, dann macht das keinen Sinn. Das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden, der Lack dann. Ja. Auch wenn die Karre mal mehr wert ist, dann kannst du immer auch lackieren lassen. Du kannst dir jede Scheiße abschleifen. Außer der Hammerrieg von meinem Golf 1 damals. Da gebe ich dir recht. Die Kaustadt ist immer noch am Schleifen, glaube ich. Also den Signum, da wäre mir auch scheißgal, wenn ich ihn jetzt rollen würde. Weil das ist so eine Karre, der juckt ja nicht. Aber den Monster, das würde mir doch wehtun. Ne, den Monster würde ich auch nicht rollen. Obwohl... Bestes Beispiel, mein Kumpel Ruven. Ne? Der hat damals, ich glaube, das war ein Rekord. Ich glaube, ein Rekord B, bin ich ganz sicher. Zweitürer, bin ich nicht ganz sicher. Nee, Askuna war das nicht. Auf jeden Fall hat er den Wagen damals von Rentner gekriegt. Wirklich auch erster Hand. Und hat ihn komplett mit hier, mit Hammerried. Hier, weißt du, Hammerschlag. Ja, ja. Komplett einmal gerollt. Und Togen kaufen Motorhaube. Die Karre sah super von geil aus. Da kann keiner hin, nachher. Okay. Also das einzige Mal, wo ich Hammerschlag benutzt habe, war für den Motorblock. Für ein Turbo Weber Projekt. Da habe ich den Motorblock in der Farbe. Also Hammerschlag gemacht. Ich glaube, du auch gut hast. Ey, aber ohne Scheiß. Und Bremssättel. Bremssättel lackieren mit Hammer richtig gut. Auspuff. Bremssättel lackieren. Super geil. Da brauchst du die teure Scheiße von Foliertechnik. Also da gurke ich auch schon ein bisschen rum. Das geht. Das ist gut. Pass mal auf. Hier, ein Geheimtipp von mir. Wenn du einen Krümmer hast. Ne? Ja. Wenn du einen Krümmer hast. Und du willst ja so ein bisschen so einen leichten Goldstich drin haben. So ein bisschen. Dann musst du Hammerit Grau nehmen. Aber so richtig Hammerit. Das lässt du sprühen. Gibt es ja auch so ein sprühender Zeug. Ja. Dann haust du den ganzen Kram da drauf. Dann lässt du ihn richtig heiß laufen. Und dann wieder so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Gold. Das sieht total geil aus. Habe ich jetzt hier. Habe ich jetzt ausprobiert. Bei diesen hier. Ich hatte so ein Peugeot 107 da gehabt. Habe ich dir so ein Bild von geschickt, glaube ich sogar. Diesen roten da, oder was? Ja, ja. So ein blauer. Okay. Von der Arbeitskollegin. Ich habe keinen Durchblick manchmal vor Autos. Du verkaufst und kaufst. Das war nicht mein Wagen. Das war von der Arbeitskollegin. Da habe ich den. Da habe ich halt den hier. Ach, das Ding genau. Der Plastikhaufen. Ja, genau. Das hässliche Ding. Genau. Da habe ich den Cut getauscht. Und da sah der Krümmer so scheiße aus. Da habe ich ihn halt immer wieder eingeduscht. Und da sah das Ding richtig hier. Oh, ich denke. Grau halt so. Und dann macht den an. Ich gucke da in der Runde. Das sieht doch geil aus. Ja. Tag später war der ganze Auspuffmann Golf 1 auch in der Farbe. Und der ganze hier. Und der hier neue Karte eingebaut hat. Könnte sich mal bei Edgar ausprobieren. Denn der hat ja eh ein bisschen Gold dran. Kommt gut. Auch für Auspuffdingsen. Okay. Nee, Erik. Hat deinen eigenen Kanal. Ja, habe ich. Suche nach Aski-Fan. Ey, pass auf. Jetzt gibt es einen Trick. Guck mal in der Beschreibung. Ich habe sogar seinen Kanal verlinkt. Echt? Boah. Geiler Macher. Geil. Boah. Ich dachte, du guckst hier. Das ist ja richtig professionell. Nein, nein, nein. Guck mal das Bild da an. Ja, dieses Bild. Ich habe echt gedacht. Meine Güte. Das hat mir Hartmut gemacht. Und mal danke an Hartmut. Oder an Karl, hätte er gesagt. Entschuldigung. Kein Mut. Das habe ich verkriegt. Das regliert mich jetzt hier vorher. Ey, pass auf. Das ist sogar durchsichtig. Siehst du das? An den Seiten? Ja, ich sehe das. Und pass auf. Der Tabney von dem Dings ist nicht durchsichtig. Alles durchdacht. Lange geplant. Aha. Und gerade eben haben wir nicht mal die scheiß Mikros hinlaufen gebracht für beide. Ich war dran schuld, weil bei mir das Kackding nicht eingeschaltet war. Egal. Ja, ja, ja. Kannst du nicht ändern, ne? Zum Beispiel, ich bin auf Gurke. Übrigens, eigentlich müsste er mich selber sehen in Skype. Ich glaube schon über Skype hier. Aber ihr könnt mich nur sehen, weil ich habe nur eine Webcam. Und dadurch kann man auch eine zweite Webcam zu aktivieren. Lass uns mal eine kleine Mini-Pause machen und auf den Chat eingehen. Und dann machen wir vielleicht mal unser Spezialthema weiter. Ich glaube, da finden wir noch einige. Ja, ihr könnt auch Themen vorschlägen hier im Chat. Genau. Dann haben wir dann hier. Erstmal Moin Niklas. Sorry, dass ich nicht jeden begrüße wie sonst. Das geht hier gerade nicht. Das ist nicht so einfach. Ja. Hier rauscht das gerade durch. Ach, hier ist eine Frage. Für Astra F haben Rostprobleme mit Radkasten. Ja, unter anderem auch Tankdeckel rosten wir. Ja, aber was soll man sagen? Spachtel rostet nicht. Bauschaum auch nicht und Hasendraht, ne? Ja, nee. Bauschaum ist scheiße. Zieht Wasser. Dann kannst du besser Feinspachtel reinhauen. Spachtel zieht auch eigentlich Wasser. Das ist doch die Problematik. Am besten ist dann über einen Spachtel 2K-EP-Kundierung drüber. Das kostet ja wieder Geld. Ja, ich weiß. Das kostet Schweinegeld die Scheiße. Aber die ist echt Schweinegeld. Du kannst die Karre damit einrotzen. Also teilweise ein bisschen machen. Einrotzen, rausstellen im Regen. Da zieht kein Wasser und rostet nicht weiter. Das ist richtig geiler Zeug. Am kosten Schweinegeld. Guck mal, das wäre jetzt gerade der Oberfuscher-Typ. Der hat schon eine Erfahrung. Ja. Ich sage ja, wer noch nicht gefuscht hat als Schrauber, der ist kein echter Schrauber. Das ist ja. Ja, original, ne? Das ist immer so. Ja, André, was du da sagst. Opel rosten immer, kann ich nicht bestätigen. Die alten VWs, die haben genauso gerostet. Also Opel, ich komme ja auf eine Opel-Szene. Ich will gerne nochmal mal eben meinen coolen Pokal zeigen. Ich will jetzt nicht sagen, wie viele A-Korser teilgenommen haben. Aber ich habe hier auf jeden Fall einen zweiten Platz. Einer. Da hat der noch einen Pokal stehen. Ich weiß noch nicht, was da draufsteht. Jetzt sind wir aber nicht auf den Chat eingegangen. Jetzt, ne? Ja, das ist immer so. Das ist ja ungeplant. Wir haben ja keinen festen Plan hier, weißt du doch. Ja. Florian, ich danke für die 4 Mark. Ja, Opel. Ohne Plan einfach los, ne? Genau. Verkaufslackierung eben. Ja, das kann man, also ohne Scheiß. Ich habe schon Autos gekauft, da hält wirklich kein Mark. Nee dran fest. Das war echt so. Wenn man mal in Pontiac an der Karosse gehst, ne? Da sind auch Stellen, sag ich mal, da kannst du auch. Das ist ja Katastrophe. Niklas ist auch da. Ja, der wohnt ja auch im Ecke. Ah ja, übrigens, ne? Die Hälfte der Einnahmen gehen ja an mich, ne, Mats? Ja, natürlich, natürlich. Der nächste Leistung geht über dir. Dann läuft er. Ne, warte mal. Dann merkt man, wenn ich das richtig mache, habt ihr Erfahrung mit Branto. Was ist Branto? Ich habe keine Erfahrung damit, was Christian gesagt hat. Branto Koruks? Hab ich, äh, ich hab da Zeug, kenn das. Na, ich, also das, was ich mal als wenigsten Fuschig genommen habe. Franzi, danke für die 10 Mark. Das ist hier, äh, hier, was heißt das? Max Sanders. Aber das geht immer so aus dem Sack, was immer schmelzen musste. Ja, da empfehle ich Flutfilme eher. Das musste nicht schmelzen. Brauchst du nur eine Druckbecherpistole? Ja, ja. Ich hab jetzt mittlerweile ein Fanpaket, sogar so eine Unterbodenschutzpistole. Da bin ich ganz stolz drauf. Den hab ich schon umarmt. Joa, also Branto Koruks ist auch nicht schlecht als Rost. Das ist 1K, also das musst du nicht mischen. Das kannst du einfach aufpinsen, sellen und ist richtig guter Zeug. Echt? Und wie ist das auf Rost? Ja, nicht direkt auf Rost. Rost muss weg. Ja, das ist ja scheiße. Also das spüre ich wieder auf Seilfett. Das ist ein geiles Zeug. Das ist ja nur eine Kondierung, kein Rostschutz. Ach so. Dafür brauchst du Flutfilme, Liquid A, AR oder Permafilm. Oder Seilfett, das ist billiger. Ja, oder Seilfett. Oder einfach Altöl in eine Hohlräume. Oh, das hab ich damals... Soll ich mal eine Art Dote erzählen aus meiner Lehre? Pusher-Idee. Soll ich mal eine Art Dote aus meiner Lehre erzählen? Ich hab ja damals, ich hab ja hier... Ja, ich bin ja eigentlich eher Baugeräteführer. Aber ich hab eine Firma genannt, die hatte Abflappwagen, Busse. Die hatte allmöglichen Scheiß, ne? Also ich hab wirklich, ich sag mal, Bagger gefahren hab ich da ganz selten. Ne? Und da haben wir mal so einen Ford Granada, komplett unterbogen konserviert. Ne? Ich sag ja, was nimmst du denn Zeug? Und dann hat er so ein Altölfass in La Kiepistole reingeküppt. Und dann hat er sich da hingestellt. Und dann hat er den ganzen Wagen unten eingeduscht. Ne? Die ganzen Hohlräume eingeduscht. Ich sag, das beste Zeug überhaupt, sagt er. Das dürfen nur die Grünen nicht wissen. Und dann hat er sich danach auf den Acker geschmissen. Und da hat Burnies über den Acker geschmissen. Und Sand und alles was ging. Damit der Tüftrad nicht sieht. Thema erledigt. Auto konserviert. Früher hat man Dinge gemacht. Da würden heute die hier Demonstranten am Freitag tot umfallen. Soll ich mal ehrlich sein? Das machen die heute noch. Nicht nur die. Du musst ja bedenken. Sag mal, ich mach jetzt nicht original das. Aber bei mir zum Beispiel so ein kleiner Hinterwink bei mir auf dem Kanal. Ich filme lange nicht alles. Es gibt auch viele Sachen, die, sag ich mal, nicht korrekt sind genug dafür. Also bei so vielen Videos, wie du machst, hab ich dafür, du filmst alles. Ja, ne. Also ich hab wirklich Video-Themen, die ich mir vorher ausdenke. Und dann mach ich einen Teil davon. Ja gut, manche Sachen, ähm, ja. Also, soweit es geht, zeig ich eh alles. Ja. Bis jetzt angeschoren. Du hast ja auch eine saugeile Halle da, was ihr da habt. Ich find die schlecht. Die ist schön geordnet, schön aufgebaut. Ähm, und die Nebenhallen, wo die Fahrzeuge stehen, das ist noch besser. Das ist die Nebenhalle für mich auch noch, wo die Fahrzeuge stehen. Platz haben wir genug. Ich hab zu wenige davon die Dinger. Ja, Platz haben wir genug. Und die Halle, ja. Vor allem, um ich Vermieter und so, alles top da. Das ist auch das Wichtigste, dass da keiner um 10 Uhr ankommt und nervt. Naja. Du darfst ja nichts mehr machen oder so ungefähr. Ne, das ist scheiße. Das kannst du nicht bringen. Das ist kacke. Das sind die schlimmsten Hallen. Nein, deswegen hol ich mir mal Gewerbehalen. Ne? Die kosten doch mehr oder nicht, ne? Komm mal drauf an. Was du für eine? Ich wohne in Wilhelmshaven. Mittlerweile sind die Preise hier teurer geworden, deswegen muss ich Wilhelmshaven leider verlassen. Aber es ist meine Halle im Friesland. Ja, gut. Aber bei euch gibt's glaube ich mehr. Also hier am Niederrhein gibt's kaum Gewerbehalen, die man bezahlen kann. Kann ich mir vorstellen. Da gibt's nur Bauernhöfe. Mittlerweile läuft das scheiß Hafen bei uns auch an. Deswegen werden die Dinger auch teurer. Ja, hast du Wertanlage. Irgendwann kannst du deine Halle ganz teuer abgeben oder so. Ich werd mir irgendwann mal ein dickes, richtig fettes Ding kaufen. Das weiß ich jetzt schon. Aber aktuell kann ich mir das auch nicht leisten. Ja. Ja, muss mehr YouTube Money reinkommen, ne? Kettensägenöl als Konservierung? Das kenn ich nicht. Ja, hab ich auch noch nie gehört. Auch nicht schlecht. Ähm, zum Punkt YouTube Money. Ist das teuer als Scheu? Ja, bin ich für. Nimm mich gerne. Aber hier, da wirst du auf jeden Fall, YouTube wirst du nicht reich werden. Ich hab mir da wirklich mal original mal alles durchgerechnet. Und wenn YouTube so leben, da brauchst du schon mindestens 80.000 Abonnenten. Du musst jeden Tag ein Video hochladen. Ja. Und jeden Tag, ich sag mal, auf jeden Video mindestens 30.000 Klicks haben. Dann kannst du davon Grat und der Familie ernähren. Ja, ja. Vor allem die Klicks brauchst du. Die Abos sind auch nicht... Das nützt du ja nichts, wenn du tote Abos hast, ne? Ja, das stimmt. Das ist so. Das nützt du auch nicht. Oder Fake-Abos. Du klickst dann, genau. Also, sag mal, unter 80.000 aktive Abonnenten und genügend Klicks braucht man gar nicht drüber nachzudenken. YouTube als... Ja, ne? Ja, ist es. So ist es. Das zerkannst du nicht. Also, ich sag mal so, ich krieg dadurch ein Nebenbrot. Da freu ich mich sehr drüber. Aber ich kann nicht sagen, ich kann davon leben. Aber ich bin ja LKW-Fahrer und ich dreh eigentlich ganz gerne das Lenkrad. Bist du doch auch? Ja, ich bin auch. Wollte ich gerade sagen. Meine Hupe wird hier, die klingt wie von Smart. Ich hab eine total schwule Hupe im LKW. Ja, ich kenn das. Ich weiß nicht, warum man so hat es verbaut. Das verstehe ich echt nicht. Das YouTube-Geld finde ich auch geil. Das kannst du benutzen. Projekte reinstecken. Werbzeugegeben und so. Das ist auch nichts Verwerfliches, finde ich. Ja, ja. Also, du steckst das ja wieder in den Kanal rein, was du verdienst. Ja, also, wenn ich doch nicht jetzt... Ich sag mal, original jetzt alles zusammenrechnen würde, ne? Was ich mit YouTube verdient habe und ausgegeben habe für YouTube, dann ist das ein ganz beschissenes Geschäft. Definitiv. Ja, ich weiß. Ich weiß. Meine Kamera, die ich letztes Jahr geholt habe, hat 800 Euro gekostet. Ich weiß, was du meinst. Dann nimmst du nicht... Warte. Jeden Monat... 500 Euro. 500 irgendwas Euro. Zweite Kamera. Die geb ich Hannah mal mit. 140 Euro. Dann hab ich nochmal eine Kamera davon. Die liegt hier oben rum. Da nochmal eine. Nochmal 140 Euro. Ja, da geht schon mal... Ja, da geht schon mal... Allein die Kamera ist bestimmt bekloppt. Ja. Das musst du investieren, ja. Und dann die Projekte. Gut, du machst die Projekte ja für dich eigentlich, ne? Ja. Teilweise machst du auch manchmal Projekte, wo die Zuschauer sagen, kannst du das oder das mal zeigen? Ja, genau. Dann gibst du ja auch Geld für wieder Sachen. Aber... Ja, ja, klar. Ja, ich seh's immer so. Riesenverlust. Ich seh's immer so. Ich mach hier tatsächlich Projekte... Also eigentlich, also der Grundsame meines Kanals war früher gewesen. Ich selber, ich bin hier... Ja, ich bin halt ein Typ, ich fahr sowieso jeden Tag immer in der Halle und schraub irgendwas. Und da hab ich gedacht, okay, warum filmst du die Scheiße eigentlich nicht, die du schraubst? Und dann irgendwann hab ich extremst ein Hate abgekriegt von der Trabi-Szene. Ne? Und da wurde ich, weil ich richtig getriggert habe, hab gesagt, komm, jetzt baust du den beschissensten, klapprigsten Kackmotor aus irgendwelchen Gebrauchteilen zusammen und fährst dann mit einer Hamburg, wo die ihre hier Hauptstation haben. Das ist ja die meisten... Also die Haupttrabiziner kommen wirklich aus Hamburg. Okay. Und die treibst dir das direkt unter der Nase. Ne? Und da hab ich gemacht. Das sind übrigens auch von mir hin und zurück über 400 Kilometer. Ne? Und seitdem ist da so ein bisschen Ruhe. Nur die Zwerger. Ich schwöre sogar noch irgendeinen Zuschauer in der Dote wie die 40. Ich weiß noch nicht welchen. Ich hab nicht ausgerechnet, wer das war. Ach, schick jeden Zuschauer wie die 40 einfach. Also eine kleine Werbefläche, die kannst du schicken. Ne, ne. Ich hab damals gesagt, bei dem Gurkenmotor, den hab ich jetzt ja... Der ist jetzt ja raus. Der Motor hat einen neuen Motor drin. 30 Euro Flohmarktmotor. Der kann doch gut sein. Der ist perfekt. Es gibt keinen geileren Motor. Wir brauchen regenerierten Scheiß. Das ist doch gut. Äh... Ja. Das ist gut. Ja, auf jeden Fall hab ich damals eine Wette abgeschlossen mit vielen Zuschauern. Da haben wir noch irgendwie 200 Abos gehabt oder was. Hab ich gesagt, wenn der Motor in den Arsch geht, rechnen wir uns den Kilometerstein aus. Und der in den Kommentaren, der am nächsten dran ist, kriegt immer eine Dose wie die 40. Mhm. Und ich hab ihn jetzt ja vor ein paar Tagen ausgebaut und getauscht. Also muss ich jetzt mal gucken, wer am nächsten dran ist. Weil dem will ich es auch so in der Dose wie die 40 geben. Wenn man Lampe ein bisschen wechselt, streitet man in der Fresse. So ist es besser. Ja, dann mach das mal. Aber ich hab ja eine Frage. War es schon mein Ausschussleben? Ja, war ich. Nur so als Impfung. Ich nicht. Wehe ich gerne hin, aber ich hab keinen Opel mehr. Ja. Ach übrigens, mein Vater ist auch Opelfahrer. Der hat den alten Astra, den ich mal geschenkt hab, vor drei Monaten, oder vier Monaten, hab ich den Astra geschenkt. Ein Astra G. 1,616V Kombi. Den hab ich mal für 50 Euro gekauft. Und hier, da guckt er es mal durch die Gegend. Hat er jetzt endlich mal hingekriegt. Wobei der Astra G ist die Rosten am wenigsten nicht mehr so viel. Aber Astra G finde ich hässlich. Außer vielleicht ein Cabriolet oder ein Coupé kann man eventuell drüber riechen. Das ist die gleiche Meinung, die ich hab über ein Astra G. Deswegen hab ich mir das Cabriolet damals geholt. Soll ich mal ehrlich sein? An dem Jahr, wo das losging mit dem ganzen Planetenscheiß da. Astra, äh, was noch? Da gibt's noch hier. Omega geht noch. Aber du weißt, was ich meine. Ab dann ist Opel abgefallen. Anfang der 90er. Die haben früher richtig geile Autos gebaut. So ein Diplomat, ein Senator. Das waren Autos. Oder ein Kadett. Ein E-Kadett ist auch ein geiles Auto. Stimmt ja zu. Die ganzen Vectra B und was. Einmal was. Danach kam das war alles so ein bisschen, ja, pfff. Keine Ahnung. Ja, ja. Ja, vor allem hier, vor allem Vectra B, das ist der geilste Vectra B ist immer auch die Hinterachskonstruktion, diesen scheiß Querlenkern. Ich hab schon zwei Vectra B gehabt. Bei beiden ist mir hinten der Querlenker gebrochen. Einfach so. Dann lag ich mir den Kopf auf dem Grund. Hm. Da kriegt er Korzen. Kann man in Corsa B ein Drehzahlmesser einbauen? Ja klar. Ja. Wenn dein Tacho dieselbe W-Zahl hat, also für die Tacho-Umdrehung, wie das mit Drehzahlmesser, dann kannst du das einbauen. Raus. Reicht. Kommt drauf an. Wenn du eine mechanische Zündspule hast, eine normale Zündspule hast, separat, dann kannst du ja eigentlich auch einfach so ein Nachrisskack-Ding da irgendwie rein spackst und hast auch Drehzahlmesser. Ja, super. Alle Ami. Das machen die Ami-Fahrer nicht anders. Kannst du die so komischen Drehzahlmesser da ... Du kriegst die Kack-Tachos mit Drehzahlmesser von Corsa B hinterher geworfen. Das spackt man sich doch nicht so ein Ding da drauf. Ja, aber diese Gurkenspacks sehen wir doch auch. Ah. Das ist weniger Arbeit. Das sind nur zwei Kabel, die du legen. Ne, drei Kabel, die du legen musst. Nein, mach es nicht. Kauf dir ein richtiges Tacho. Achso, und reich hast du nicht. Bei Kleinanzeigen ist er voll mit den Scheißdingern. Oder Schrottplätze auch. Obwohl Corsa B auf dem Schrottplatz, guck dich mal um, ist seltener geworden. Ja, die sind langsam weg. Da landen jetzt Astra G, Vectra B und Corsa C. Ja, ist so. Und vor allem ganz, ganz viele Sechser-Golfs und Fünfer-Golfs für den Abwrackers. Auch Hardcore. Abwrackprämien-Autos, das ist eine Katastrophe. Ja. Jetzt eine Frage an dich. Opel ist doch nicht gut, oder, Mats? Ja, Opel, geht so. Ich sag mal, VW gewissermaßen hat auch Scheißseiten, Opel auch. Und die Japaner haben auch Scheißseiten. Ne. Also, ne. Auto ist Auto. Ist wirklich so. Die haben alle irgendwo Probleme gehabt und die haben auch alle gefuscht, die Hersteller. Also, wenn wir mal beim Thema zurückkommen. Da gibt's Dinge, da denkst du, meine Fresse. Ja, das ist teilweise, das ist ja wirklich. Hier, Mählenker-Vorderachse, hier, Audi A4, B6 und den ganzen Scheiß. Ne, ab B7 kamen die, die Scheiß Mählenker-Vorderachse. Das war eine Katastrophe. Hast du mal versucht, diese Schraube da rauszukriegen? Ja, ich hab das schon mal von gehört, äh, dass da wohl Katastrophe ist bei den Dingern. Ich hab's noch nie gemacht, zum Glück. Ich hab so ein Auto deswegen verschrottet, original. Da fahr, da fahr, da fahr, da fahr'n hier, na gut, da fahr'n zweieinhalber TDI, Audi A6. Da fahr'n nicht so ganz so schlimm, da fahr'n eh keine Sorgen haben, die Dinger, aber... Ja, heute noch weniger. Diesel ist ja böse, ne. Also, es gibt eigentlich kein geileres Mudokonzept, wenn du den den Turbo hast, weißt du, packst du Turbo auf Diesel, geht Diesel in die Wiese. Ja, mir ist das auch scheiße. Ja, wir haben hier zum Glück keine Umweltzone, haben die da rein, also da kannst du auch ohne Kat fahren. Soll ich mal ehrlich sein? Jetzt kommt wieder hier der Max-Quick-Tipp. Ich fahr' am Ruhrport ohne Kat, ich fahr' oft durch Bremen ohne Kat, stell' da mein Auto zwei Tage oder was ab ohne Kat. Glaubt sich, ich mach's nur Strafzettel, das ist dem Bullen scheiße, die von sich da gar nicht. Das machen wir auch nicht, ne. Aber da passiert nix. Und mit 07 und H darfst du eh in Unventionen, das ist egal. Nee, nee, ich rede ja von schwarzen Kennzeichen, ne. Ich mein, mit einem solchen Laufen auch schwarzen Kennzeichen. Ja, kontrolliert auch keiner, die denken selber, dass er bescheuert ist. Deswegen, das ist so'n Ding für sich. Sag' mal, fährst du da sich normalerweise im Alltag auch im Winter, oder hast du den so ein bisschen so, das ist auch ne Alltagsbitch, ne? Ja, fahr' da im Winter immer. Ja, das ist jetzt das Alter. Also, der hat ja den Astra G abgelöst, das Cabriolet. Ja, ja. Weil der zu klein war. Da ist ein 3,2er V6 drin, ne? MV6 oder was war das für ein Ding? Ne, MV6 ist eine Ausstattungsvariante gewesen bei Omega. Ach so. Der hat nichts mehr im Motor zu tun. Das ist ein normaler V6, 3,2 Liter, ja. Ja, okay. Ja, wie viel fährst du am Tag mit dem Auto? Also, früher hatte ich 65 Kilometer Arbeitsweg, deswegen auch Gasanlage. Jetzt habe ich 3 Kilometer. Dann geht's ja noch. Das hat mich immer so interessiert. Weil ich selber, weißt du, ich fahr' jeden Tag 110 Kilometer. Das würde mir voll auf den Sack gehen, deswegen habe ich auch die Arbeit gewetzelt. Ich hatte keinen Bock mehr jeden Tag. Vor allem, du musstest ja die A40, die haben ja da jetzt so eine Mautkontrolle, Gewichtskontrolle. Ja. Du bist bekloppt geworden, stand eine Stunde im Stau. Ist so. Also ne, jetzt bin ich froh, 3 Kilometer gut, die Gasanlage springt nicht mal um. Ja, wann soll's? Das ist bei 3 Kilometer, wann soll's? Kurzstreckenbomber vor dem Herrn, ne? Ja. Der Motor hat jetzt 360.000 gelaufen, er wird wahrscheinlich noch 100.000 laufen. Der ist so gerade erst eingelaufen. Das kriegt man ja nicht kaputt. TÜV hast du jetzt ja auch gekriegt, was ich gesehen habe, oder? Ne, noch kein TÜV, ich bin dabei. Aber du hast ihn fast fertig, oder? Ja. Ich hab nur kurz durchgeskippt heute, wo ich hier kurz vor unserem Stream bei dir jetzt aktuell sei abzugucken, hab halt gesehen, ich hab einen neuen Querlenker gesehen auf jeden Fall. Der TÜV-Termin ist am 29. diesen Monat. Weil ich muss ja Samstag hin, so unter der Woche. Kenn ich. Wenn die offen haben, bin ich arbeiten. Alter, ich fahr jetzt schon zwei Wochen mit den Kennzeichen von meinem scheiß BMW durchgegen. Fahrzeugschein im Fußraum. Da ist schon aller möglicher Müll obendrauf. Ne, obendrauf liegt die Papiere vom 86c. TÜV-Bericht, allen drum und dran, weil ich halt nicht schaff's zur Stadt zu fahren. Das scheiß Ding umzumelden. Kenn ich selber. Ja. Katastrophe. Ist so. Da kann's echt wegschmeißen. Ja, da sind so die Probleme der arbeitenden Bevölkerung, ne? Ja, ich find eigentlich, sollten die mal hier morgens den ganzen Scheiß lassen und nur abends aufhaben, die ganzen Behörden. Das wäre viel cleverer. Ja, aber dann Samstag. Samstag war auch gut. Rechert schon ein halber Tag. Ja, eigentlich schon, aber das passiert nie. Die sind ja Beamte. Ne, werden sie nicht machen. Definitiv nicht. Na gut. Ne? Du hast ja den. Na Linux, ich hab das Video gesehen von mir, aber nur die ersten 8 Minuten und mir das Ding immer angeguckt. Ist doch cool, das Teil. Hat das richtig gut gefoliert. Weiß nicht, ob du auf die G im Nagel guckst. Echt? Mhm. Ja, hin und wieder guck ich mal. Ich mein, wir haben ja eigentlich alle die gleichen Typen, die sind immer gucken. Also, ist ja so. Also, ich sag mal, ich guck eigentlich mal den... Ich glaub, also jeder Auto-Youtuber, mit dem ich gesprochen hab, jetzt hier auch bei Mr. Duit, bei dem Fantreffen, gucken eigentlich alle dieselben Leute. Das ist eigentlich irgendwo ein einziger Haufen. Immer so die gleichen Leute, die miteinander irgendwie zusammen verbunden sind. Ja, klar. Wenn man ja, wie gesagt, schon am Anfang, da haben wir Zuschauer nicht gehört, wir machen alle eigentlich dasselbe, die anderen an der Marke oder ein bisschen mehr Tuning oder weniger Tuning oder ein bisschen mehr Fuschen. Ja, man. Aber im Grunde machen wir dasselbe. Ja, ist so. Auf YouTube, ja. Das, was ich mache, ist das richtige Tuning. Bauerntuning, das stimmt. Fahrradtuning. Ich hab deinen Reiseumbau im Trabi gesehen. Ist doch geil, oder nicht? Ja, spezial ist es, ne? Ja, aber hast du schon mal einen Trabi mit zwei Batterien? Aber ich hab einen gesehen, ich muss wahrscheinlich zwei gleiche Batterien haben. Nee. Das Beste ist ein Mastelkabel, wenn ich für das Auto durchgelegt habe, weil das eigentlich gar keinen Sinn macht, was alle meinen. Aber es macht schon Sinn, weil ich nämlich einen Mastel in den Schalter reinsetzen will, um das auszuschalten. Ach so, dann unterbrechen kannst du komplett. Genau. Weil ich würde niemals eine Plusleitung unterbrechen. Das wäre dämlich. Wenn das irgendwo gegen Khorassel kommt, kann das wehtun. Ja, dann blubbert das so ein bisschen und dann stinkt es so ein bisschen und irgendwann ist Ende. Also ich hatte schon mal einen Lima-Regler kaputt. Da waren, glaube ich, 17 Volt, hat die auf Batterie gejagt. Ja, die hat gequallt und geblubbert. Ich hatte schon mal mein zweiter A-Corsa, ne? Schweller durchgerostet, ich unten am Braten, natürlich keinen Teppich rausgenommen, wie ich halt so bin. Und vorher alles schon geflutet mit Hohlraumschutz und wenn ich weiter gewillt. So, ich wollte am Braten nicht, denn was riecht hier so komisch? Da hat der ganze Fahrersitz gefackelt. Dachhimmel angefangen zu brennen, ein drum und dran. Ja, was habe ich gemacht? Hab dann den rausgeschoben, ne? Einmal reingeköpft, an den Fahrersitz rein und weiter. Also wir haben Feuerlöcher, ne? Und Löschdecken. Ja, das war früher nach meinem Vatershalle. Ach so, war... Ich sag mal, ich habe jetzt auch sechs Feuerlöscher an jeder Ecke. Besser ist das wirklich bei so einem Scheiß. Das geht ruckzuck und dann brennt die ganze Karre und dann Pech hast du die ganze Scheune weg. Ich habe damals, der einzige Vatershalle war ein CO2-Löscher und den habe ich als Schutzgas mal ein Schweißgerät gebraucht. Oh mein Gott. Da habe ich heute noch. Geht hundertprozentig. Ich meine, Argon ist so ein Ding für sich, aber weißt du, hier CO2 geht auch ganz okay. Für ein T4 reicht das. Oh, spezial, ne? Du kannst theoretisch auch ohne Schutzgas schweißen, wenn du das so ein bisschen einstellst. Es geht. Du musst nur aufpassen, dass du nicht zu viel klebst. Aber überleg mal, guck mal, wenn du jetzt eine Gasbuddel ohne TÜV hast, ne? Ne, ne, hier. Normale, ich sag mal eine ganz ganz normale Gasbuddel ohne TÜV. Ja. Und du musst eine neue Gasbuddel holen. Die geben sie ja nicht mehr an. Du musst eine neue kaufen. Ja, das ist eine Eigenplatzflasche. Ne? Und dann bezahlst du dafür, was bezahlst du für eine neue Gasbuddel aktuell? Ich brauche Hunde. Also wir haben 120 oder so bezahlt. Irgendwann so eine Scheiße. Kommt das schon größer mal an, ne? Ne, für die Kleine. Wir haben ja nur diese Kleine. Wir haben ja gar nicht so riesige da. Okay, also ich habe einen riesen Schweißgerät. Ich habe ein ehemaliges. Ich brauche schon ein bisschen größere Buddel dafür. Ich sag mal, da bezahlst du 180 Euro. Was kostet dich ein CO2-Löscher vom Baumarkt? Ich habe keine Ahnung. Spunny? Ich sag mal, ein möglichst großer. Ein großer Feuerlöscher kostet 60 Euro ungefähr. 65 Euro. Und wenn du jetzt den Kopf da abstrabst und dann einen Schutzgas ran machst, hast du für 65 Euro Schutzgas. Ja. Das ist genauso, wenn du jetzt hier eine Heizung hast. Also du kannst doch die Kanälie rufen. Ja, klar. Diese scheiß Gasflaschen da dran. Ja, diese Propanze, ja. Das wollte ich alles erzählen. Mach ich natürlich niemals in echt. Das sage ich jetzt nur so hier, weil ich das lustig finde. Würde ich niemals machen. Ne? Ist klar, ne? Bevor nachher noch einer kommt und mich hier anschreiten will. Und eine BG oder was weiß ich was alles. Schau mal vor, du hast jetzt eine Gasbuddel, ne? Du hast einen Katalytofen, eine Gasbuddel, ne? Wie füllst du dir auf? Wenn du eine ohne TÜV hast, kannst du auch nur eine neue kaufen. Ja, theoretisch müsstest du die umtaschen, aber du kannst dann den LPG-Tank stellen mit diesem Hollandadapter. Genau, das mache ich. Ja, da ganz ehrlich gesagt auch vorzuholen, weil billiger kannst du keine. Es ist so. Es ist nicht unbedingt billiger. In Holland ist das vor allem erlaubt. Es ist nicht billiger. Aber es ist besser. Es ist also komfortabler. Stimmt, billiger und komfortabler. Ich wohne ja an holländischen Grenze hier. Fenlo ist ja drei Meter weg. Ja, ja. Erst über Grenzern darfst du das Ding auffüllen. Hier darfst du das nicht in Deutschland. Ja, aber wen juckt das schon? Wenn du irgendwo hinfährst, an einer Automatentankstelle und dann eine Gasbuddel auffüllst, scheißegal. Sagt's heimlich. Mit kohlensäuregeschweiß hat der Heidegeist. Das geht aber auch. Rein theoretisch. Ja. Mit kohlensäuregeschweißen als Schutzgas. Füllt Propan in die Klimaanlage. Das geht ja auch. Das hat sogar der Nagel bewiesen in einem Video. Ja. Du kriegst ja diese Nachfüllkartuschen, so dieses Prima-Klima oder wie das heißt. Ja. Da ist auch nur dieses Propan drin. Wobei ich ganz ehrlich sage, ähm, die Leute erzählen ja, oh nein, das kann ja brennen und explodieren. Dieses neue Klimagas, da ist ja noch schlimmer. Ja. Das ist eine Katastrophe, das Zeug. Da kannst du dir lieber da LPG reinpacken. Ist so. Ist so. LPG ist auch hier, da ist der gleiche Scheiß. Ja. Ist ja alles eher der gleiche. Das kostet halt nur, eins kostet mehr, eins kostet weniger, eins ist höher versteuert, das andere nicht. Stimmt. Und wenn du das Klimagas kaufst, das kostet aktuell so eine Scheißbuddel, wenn du so ein Gerät hast. Ach, Schweinegeld. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, du hattest 400 Euro für so eine Scheißbuddel mittlerweile. Ist schon krank, ne? Aber ich habe eh kein Auto mit einer Klimaanlage. So einen Schlicksal kenne ich ja gar nicht. Mann. Du hast die Zwei-Zonen-Klimaanlage links und rechts. Genau. Und die dritte Zone ist, wenn du das Dach aufmachen kannst. Das kann ich nicht. Dann muss ich schon ein Loch einflexen. Mach doch mal so ein Video, wie du so ein Hubdach nachrüstest. Du, was ich original vorhatte, eigentlich bei der Gurke, was viele Zuschauer nicht mögen, deswegen mache ich das nicht. Ich bin ja so ein bisschen, wenn ich Videos mache, ich gehe... Wie, du machst etwas, was die Leute nicht mögen. Ja. Habe ich noch nie auf dem Kanal gesehen. Ich doch nicht. Ne, ich wollte mal so einen Twingo-Falltag da reinsetzen. Das passt genau von der Höhe. Du kannst ja beim Trabi, kannst du das Dach sogar rausnehmen. Das ist ja pappel. Ach stimmt, das ist ja nur da reingesetzt. Ja, ja. Und dann wollte ich mir da eigentlich hier so einen Twingo-Falltag reinsetzen, aber wenn ich so einen TÜV fahren muss, runter, anderes Dach drauf, hinfahren, fertig ist. Ist eh kein tragendes Teil, aber was soll ich meine? Ja, dann macht er da einfach... Ja, aber da habe ich... Ich muss immer andere Sachen damit machen. Erstmal muss die Kerre laufen und die muss ich immer nach Ungarn bringen. Die Gurke, die ich habe, mein Liefrieder Trabi, den mache ich jetzt fertig, den mache ich jetzt zum ultimativen Gurkencamper. Spezial, ne? Ja. Ey, dann mach doch anstatt dieses... Dann mach doch wirklich so dieses Zeltdach da oben drauf. Ja, habe ich probiert. Ich wollte mir sogar selber eins bauen, aber ich habe dann geguckt, was ich alles mitnehmen muss. Okay. Ich habe das mit dem Auto mit. Das heißt, ich brauche den Dachträger für das Zelt und so einen ganzen Scheiß. Das heißt, ich kann das vergessen. Ich werde hier... Ich werde ein normales Zelt mitnehmen und werde einen normalen Träger drauf packen, weil die muss ich voll packen aus oben hin. Okay. Alter, ich... Weißt du, wenn du mit dem Renault Kangoo in Urlaub fährst, mag das wohl gehen, aber nicht mit dem Trabi. Ja gut, wenn du den voll gepackt hast, fährt der nur noch 70, oder? Achso, und vor allem... Ja, das stimmt. Bergauf auf jeden Fall. Und vor allem ist das Spiel auch... Ich habe einen Faden verloren. Ich habe einen Faden verloren. Scheiße. Achso. Hier, originales DDR Dachzelt. Kriegst du nicht unter 1200 Euro. Was? Ist da Gold dran, oder? Guck mal, was ein Trabi mit Twiff kostet. Kriegst du nicht unter 3000 Euro. Keine Ahnung. Ich habe mich nie für die Dinger interessiert, ganz ehrlich. Die kosten richtig Geld. Die sind alle hinterher jetzt. Ja mittlerweile sind... Ja, das ist ja immer so. In einer Wahl kosten die richtig Geld. Genau. Genau, deswegen. Ich habe die Dinger früher aus dem Wald rausgeholt. Das ist vielleicht fünf Jahre her. Und habe die geschlachtet und in die Teile weggepackt, ne? Ja, weise Entscheidung, würde ich mal sagen, ne? Naja, deswegen. Das ist genau wie mit einem neuen 24er Porsche. Ich hatte ja schon drei Stück davon gehabt. Ich habe die damals alle weiterverkauft, wo die Euro gewonnen sind. Und dadurch habe ich mein jetziges Hobby, meine jetzigen Autos finanziert, die ich jetzt habe. Ja, mittlerweile wollen die die ja haben. Früher waren die ja verrufen, dann hat es ja in deinem Video auch gesagt. Ist ja egal drauf. Und heute wollen die das alle haben, ne? Da waren einige hier gewesen. Einige neuen 24er. Das glaubt man gar nicht. Ne? So in der Art. Ja, okay. Ich muss mal ein bisschen gucken. Also hier... Ich wollte zuerst ein Dachzelt selber bauen. Aber ich glaube, das geht über meine... Was? Was? Beschränkte Intelligenz hinaus. Kauf dir doch einfach so ein paar Abflussrohre, steck die zusammen und legt dann so eine Plane drüber. Ja, mein Problem ist ja, ich fahre nicht alleine. Ich habe meine vierjährige Tochter dabei. Und wenn ich da auf ein Dach pennen und die dann pipi muss, dann fiege ich die mal eben original Dachpenn, pipi, original durch die Gegend und halte ich einen Kapp auf oder was. Und dann irgendwo mit in den Ungarn. Das wäre schlecht. Ja. Ja. Mit eingebautem Scheißhaus. Ja. Also das hat noch kein Travi. Das stimmt. Ja, allgemein. Also sagt man, die Go-Karte hat sowieso kein Travi. Das ist eher so ein bisschen Spezial, das Ding. Ne, aber diesen besseren Zustand, wie wo ich die gekauft habe. Ich habe schon Autos gehabt, die sind schlechter geworden. Ich habe erstens besser geworden. Ne? Ne, Holzplatz, der andere geht nicht. Das Auto fliegt mir dann weg. Ne? Holzplatz, ne? Ja, dann läuft der noch langsamer. Aber wir müssen ja auch dran überlegen, wie viel Gewicht das Ding dann hat, ne? Ja. Ja. Also das ist, also der Rohtrip wird spezial. Der wird auch keine einzige Schalldämmung reinkommen in das ganze Auto. Ach du meinst. Der wird genauso bleiben, wie das ist. Ach du meinst. Ich baue ja schon Sachen aus. Die Tachohalterung habe ich ausgebaut komplett und entfernt. Warte, muss man eben... So. Ui. Ekelhaft. Ja. Habe ich entfernt? Die... Hey! Siehste? Check da Einfluss. Ja. Das ist schrecklich mit dir. Ne. Tachohalterung habe ich entfernt und ich habe die mit Klärbahn ersetzt. Warte. Ich habe die umwickelt mit Krepbahn. Jetzt kann ich die reinstecken. Ich kann die ganz andere Art vorm Bett innerhalb von, ich sag mal, unter einem Meter auseinander bauen. Komplett. Bei dem Auto. Okay. Deswegen. Das ist der Sinn da, Renner. Das ist... Je weiter ich gucke, desto besser muss ich sein. Aber dir fällt dann nicht auf halbe Strecke auseinander. Das wäre doof, ne? Ne, 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 ne. Wenn da vier Schrauben sind, dann lasse ich meistens auch zwei drin. Aber ich muss auch TÜV kriegen damit, ne? Das ist auch eine andere Geschichte. TÜV? Ach, du willst... Dann hat das Ding noch kein TÜV, oder was? Das ist noch angemeldet, aber das fünf Monate drüber. Also hätte ich die umbauten dann TÜV gemacht. Nein, nein, nein. Das geht auch so. Meine Gaslage ja auch umbauten dann TÜV. Damit der nicht ganz so meckert. Nein, nein, das geht so. Weißt du, das geht original so, weil das muss so gehen. Weil wenn dazu kein TÜV kriegt, dann kommen die silberbraunen Autos auch und die ärgern mich dann. Ja. Also ist schon gut. Das wäre negativ ein bisschen. Aber ich werde dann mit TÜV kriegen. Das ist ja, ich sag mal, so eine zweite Batterie, die ich da eingebaut habe zum Beispiel, ist ja kein TÜV-Mangel. Das ist ja jetzt nicht hier... Ja, es kommt dann wieder auf Verkabelung an. Du weißt ja nicht, was der Herr Ingenieur wieder zu meckern hat, ne? Ach, der wird schon schief gehen. Dann machen wir eigentlich keinen Korb drum. Und wenn er was zu meckern hat, dann ändere ich es halt wieder auf. Ich schreibe deine ganze Zeit, du sollst noch dein Handy gehen. Handy, 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 Handy. Aber ich bin jetzt gerade nicht in Telefonstimmung. Der Crack, der Crackflo. Cracky, Cracky heißt er. Ja. Cracky ist ein fein Kerl. Hier im Livestream kriegt er seinen Spitzname. Guck mal, Flying Hirsch ist Hirschi. Ja gut, Yannick ist halt Yannick. Den kenn ich nämlich in echt. Aber das ist halt, die kriegen alle so ihre Namen. Außer die haben einen Namen, der richtig kurz ist. Ja, ich werd mir so ein Drei-Mann-Wurf-Zelt kaufen. Ja, blöde, bei Wurf-Zelten kriegst du nie zusammen. Ja, ja. Geworfen sind sie schnell. Aber zusammengefalten, da musst du erst mal üben ein paar Mal. Das ist nervig. Ach so, so ein Thema Trabi, das ist doch lange nicht fertig. Ich hab ja nur den groben Aufbau gemacht. Weil André schreibt jetzt gerade hier, die Befestigung ist mangelhaft. Ganz einfach. Das ist doch gar nicht fertig. Das muss doch gemacht werden. Da kommt noch ein Winkel dran, da wird noch festgespaxt. Alles. Original, ne? Bisschen Gaffatep, Bauschaum. Muss. Und dann läuft das, ne? Nein, nein, nein. Das muss schon gut sein. Ich will ja nicht abfackeln mit der Karre. Ne? Dass du bist da drin. Cracky lässt nicht locker. Ja, Cracky kann das nicht mal hier schreiben. Ich mag das nicht, wenn man mich anruft in des Livestreams. Und jetzt mach ich meine zweite SIM-Karte auch aus, weil ich ja extra für YouTube, für meine öffentliche Erreichbarkeit, jeder kann mich anrufen. Jeder hat meine Nummer, die ist wirklich öffentlich. Ne? Jetzt mach ich meine zweite SIM-Karte eben aus. Du hast deine Nummer echt öffentlich? Ja, meine zweite SIM-Karte. Kriegst du nicht irgendwelche bekloppten Anrufe? Nein, eigentlich nicht. Manchmal ja, aber ich kann damit leben. Jetzt mal ganz ehrlich hier. Du machst ja... Dein Kanal ist ja auch Fusch ausgebaut. Du machst ja manchmal ganz merkwürdige Sachen. Ja, klar. Kriegst du da irgendwelche richtigen derben Hass-Mails? Na, Anruf nicht, aber da traut sich ja keiner mit dir persönlich zu reden. Aber irgendwelche Hass-Mails oder richtig derbe Beleidigungen? Soll ich ehrlich sein? Ne, sei mal ehrlich. Mich würde das interessieren. Nein, überhaupt nicht. Null. Ganz im Gegenteil. Ich krieg Support bis und geht nicht mehr von meinen Jungs hier. Und ich bin total stolz drauf. Also auf meine Community bin ich echt stolz. Dann... Ne, ich hätte echt gedacht, dass da irgendwelche Leute dann die Hand schreien, was du für ein Piep bist und was du für eine Schpaust und äh... Wir müssen ja wegen Monetarisierung die Wörter nicht aussprechen. Du kannst ruhig hier Idiot und Scheiße sagen, das passt schon. Nein, aber... Ich bin hier nicht auf Geld aus, das geht schon. Ich hätte mir das echt so vorgestellt, dass da Leute gibt, die da richtig... Also, das soll jetzt nicht wieder abschweifen zu dem Thema sein, aber wenn ich mir mal angucke, was bei Mr. Do It in den Kommentaren teilweise abgeht für einen heftigen Hit... Du Jens, ich finde, das ist genau das Thema, was du gerade sagst. Ich finde, das ist ein gutes Thema. Insgesamt, weil da kann man mit den ganzen Kram auch, weil wir bei dir gehabt haben, kann man da alles mit einbauen. Wir finden uns genau richtig. Dann ist ja gut. Ich dachte, die haben ja die Kurve gekriegt. Pass mal auf. Ich sage immer so, ne? Also, ich meine, die Tatsache, dass meine Firmenadresse, wo meine Werkstatt ist, öffentlich ist und die Tatsache, dass ich eine öffentliche Telefonnummer habe, ne? Und das würde ich erreichen kann als YouTuber, ne? Hier ist halt meine Art Philosophie, sage ich mal. Ähm, ich tue niemandem was. Ich drehe niemanden auf den Schlips. Weißt du, ich helfe den Leuten. Und man, wenn man zu Besuch kommt, ne? Dann kriegen die sogar... Dann grillen Besucher noch manchmal alle rum und dran. Hauen auch wieder mal raus. Okay. Ne? Wie halt... Wenn ich halt Zeit habe, ne? Ja, klar. Und so ist das, ne? Und hier, ich sag mal so. Mr. Do It hat, glaube ich, nur so viel Hate gekriegt. Erstmal, weil er so groß geworden ist. Weil je größer du wirst, desto mehr Hate kriegst du automatisch. Ganz schön. Ich kenn ihn jetzt ja persönlich. Ne? Original. Ich bin da ja hingefahren. Ohne eine Schlafmöglichkeit. Ohne alles. Ich penn im Auto. Fertig ist, ne? Da kam ich bei ihm an. Ich sag, du, hier, ja, ich hab kein Hotelzimmer, gar nichts. Ja, kannst bei mir auf der Bühne schlafen. Kein Problem. Kriegst du den Schlüssel? Kannst du da über Nacht bleiben? Ne? Ich hab mich so auf der Hallencouch gelegt bei ihm auf der Bühne. Kein Problem. Da hab ich gesagt, machen wir. Aber meine Frau hat mir dann ein Zimmer gebucht. Ne, aber der ist echt. Also ich sag mal, so wie sich die Videos verkauft, ist er in echt. Aber man muss auch bedenken, der macht auch sehr viel Werbung. Was ihm persönlich nicht so gut gefällt. Ist klar, das sagt der Typ, der heute ein Werbevideo hochgeladen hat. Aber ist egal. Ne? Ne, aber ich sag mal so. Ne, er macht sehr viel Werbung, aber er muss ja auch seine Halle finanzieren. Ich sag mal, ähm, der hat ja, das hat er vorher nicht gehabt. Der hat vorhin seine Karate geschraubt und das ist halt. Er hat halt Sponsoren. Er hat wahrscheinlich auch ein paar Sachen mit ihm. Muss er machen. Ist so. Ja gut, aber das ist ja schon wieder die falsche Richtung, bin ich ja ganz ehrlich. Ne? Also ich verstehe das schon. Ne? Ne? Also ich kann ihn da verstehen, aber so auf dem Treffen, der ist ja jeden seinen Zuschauern hingegangen. Ja. Hat jeden umarmt. Ne? Und das war schon okay. Also ich kann über ihn nicht merken. Viele mögen ihn wirklich nicht. Ich mag ihn aber. Ja. Ich finde ihn auch sympathisch von Videos her. Teilweise, ähm, habe ich den Hate auch nicht verstanden. Gut, er hat manche Sachen sehr komisch, die er gemacht hat. Ja. Aber er hat ja im Nachhinein da ja auch raus gelernt. Und mittlerweile, muss ich auch sagen, hat er sich auch gut weiterentwickelt in den ganzen Videos. Also, ne? Ja, ist es nach und nach haltend. Wie gesagt. Mich würde keiner so sponsern. Dich vielleicht schon. Doch. Malzbier oder so bestimmt. Ja, was hochkommt. Ja, oder dieses Atomium. Ich habe da, wie du ja sagst, nicht geguckt heute. Sag mal ehrlich, Atomium, was heute entstanden ist, ist einfach nur entstanden, weil ich da rumgegeistert bin und da sind zwei Russen, die das verkaufen. Ja. Und die beiden Russen, die haben da so ein Fiat Punto stehen und der lief ohne Öl und hier den ganzen Tag da und das lief. Und ich fand das Zeug interessant, aber ich fand eigentlich das Zeug hat mich gar nicht mal so interessiert. Die Typen fand ich geil. Die beiden, die waren original richtig Russen, also so wie man sich die Russen vorstellen kann. Scheiß egal, wird schon gehen, so, ne? Weil die sich auf dem T-34 Panzer aufgekloppt haben, da läuft mal ein Golf 1 doch auch. Ich habe gesagt, komm Jungs, wir machen mal ein bisschen Spaß miteinander. Habe mir eben noch hier Malzbierchen getrunken, die haben richtiges Bier getrunken, ich Malzbier. Ist klar, man hat einen Kasten immer am Start, ne? Obwohl, ich hatte auch nicht einen Kasten am Start, ich habe einen Kasten geschenkt gekriegt. Bin ich ehrlich. Zuschauer haben meinen Kasten vorbeigebracht. Ja, also ich habe mir, wie gesagt, das Video nicht angeguckt. Was sagst du jetzt zu dem Zäuber unterm Strich? Ähm, unterm Strich, also mein Auto läuft noch. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, der läuft kein Tropfen Öl mehr. Davor ist ein bisschen Öl gesoffen, tut er jetzt nicht mehr. Ich habe 1000 Kilometer kein Öl gepeilt. Bei dem wird nichts nachgekippt. Also, es ging. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das Wunderzeug vor dem hern ist. Ich habe einen Ölfilter aufgesägt, um zu gucken, ob da irgendwelche Sandrückstände oder so ein Scheiß drin ist. Denkt man ja mal sowas. Ist ja eigentlich auch, ne? Ja. Aber ich habe nichts gefunden im Ölfilter. Im Öl habe ich ein bisschen was gefunden. Das kann aber auch in der Ölwanne gewesen sein, dass der Wunder abgelassen hat, weil die war nicht sauber. Ja, das ist ja perfekte Kampfdingsen und so. Ja gut, da steckt vielleicht auch so ein bisschen Aberglaube hinter, ne? Deswegen. Also. Ja. Aber ich sage mal so, es hat funktioniert und ich fasse weiterhin auf dem Golf. Mal gucken. Ja, probiere mal weiterhin aus. Ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass ich kein Öl verbrauchen habe. Sag ich mal so. Ne, aber der Motor ist sowieso sauber, weil das Problem ist, der Vergaser ist mir damals abgekackt. Und er lief so fett, viel zu fett, weil er auf Dauershow lief. Und da ist mir alles, die ganze Suppe in der Ölwanne reingelaufen. Das ganze Wasser. Ja, Wasser, nicht hier. Das ganze Benzin. Ja. Der Motor ist komplett gespült worden. Der hat vielleicht noch hier 0 wie 10 drauf gehabt oder sowas. Vielleicht noch das Öl, sag ich mal mit Benzin. Ne, und da habe ich eben auch meinen Opelvergaser da eingebaut. Hast du jetzt mittlerweile einen anderen drauf? Ne, das ist gut. Ne, ne, Opelvergaser mit Trabi-Schwuck. Was soll dann von Gerd gehen? Und du sagst immer, ich fahre keinen Opel. Na halt, wie finde ich das? Ein Opelteil, oder? Ja, siehste. Ja, ist ja der gleiche Scheiß. Ja, ich sag mal so, das Zeug, ich glaube, das verkauft eigentlich jeder Hersteller. Nein, das ist ein Pierburg 1B-Vergaser. Den hatte der Golf 1. Den hatten hier einige Podos und so'n Scheiß. Den 1B1, ne? Pierburg 1B1? Ne, ne, 1B. Und den hatte auch der A-Cursor. Moin, Süße. Ja, der 13N-S-S-Sortem-Sticker gehabt da. Ich kenne den Vergaser, diesen Runden. Ja, ja, genau. Dieser Runde da, ne? Ja, ja, den kenne ich. Da haben wir noch tausend halb liegen. Ja, ist gut zu wissen, weil ich mal in der Satzbruch. Die gehen eigentlich nicht kaputt. Ja, aber ich bin zu faul, die Sommer zu machen. Das ist Jens, Aski-Fan. Hallo. Hallo. Kann man nicht sehen? Nee, kann man nicht. Jetzt noch nicht, das Bild hat mich versetzt. Live on Stage mit, ich hab keine Ahnung, wie viele Zuschauer, ich hab dich aufgerufen. Äh, ich kann aber mal gucken, wie viele Zuschauer. Drei Millionen. Drei Millionen ist gut. Ne, keine Ahnung. 281 Zuschauer haben wir. Ja. Ja. Übrigens, einmal Respekt für die Altenpflege. Tine kommt jetzt gerade original von der Arbeit und hat wirklich sich um einige alle Leute gekümmert. Also die hat einen echt scheiß Tag gehabt, weil ich in Bockhorn war. Ich? Weil sie hatte auch noch Bockhorn, konnte sie aber nicht. Ah, ich kenn das. Ne, weil das ist halt so ein bisschen, ich sag mal, muss gemacht werden, ist aber eine harte Arbeit. Ich finde auch unabhängig. Ja, stimmt. Meine Freundin ist auch Altenpflegerin. Ja? Ja, Alter. Hier, Schatz. Pass mal auf. Jens ist auch LKW-Fahrer und deine Freundin ist auch Altenpflegerin. Das läuft. So läuft und wir machen beide YouTube. Also. Wir machen beide YouTube, das passt. Ne, ich kenn das. Also der Job ist wirklich, du machst nur Überstunden, das ist nicht dankbar. Du kriegst scheiß Geld und es gibt zu wenig Leute. Ey Schatz, du bist der, ey hier, pass mal auf, was ich für eine Frau habe. Mal eben nebenbei. Lob in der Öffentlichkeit. Hier, pass auf. Ich hab die Flasche nicht zu. Ich hab nix bestellt bei ihr. Ich hab jetzt hier original ne Pommes. Ne? Pommes? Ja, ne Pommes. Wo ist meine Pommes? Die haben wir dir verpasst geschickt. Die brauchen wir noch ein bisschen. Schick mal. Und wenn die Pommes nicht reicht, ist da noch ne Currywurst dabei. Geil. Ne Manta-Platte. Also, sei mir nicht böse, ich hab das nicht geplant, aber ich fress das nebenbei ne Currywurst. Fress dann hier, mach einen auf Monte und fress den Livestin. Machen wir auch. Das ist doch noch Kälb jetzt. Machst du, du Süße. Jetzt zieh noch die Hose aus, dann bist du noch ein bisschen hier, ne? Ey, das ist so ähnlich. Die Hose, die ich jetzt gerade anhab, die hat keinen Klopf und keinen Reißverschluss. Die wird durch den Gürtel zusammengehalten, das ist wirklich so. Ne? Rand dich den ganzen Tag. Hier, Markus ist auch, der sitzt im Krankenhaus. Überleg mal, das ist genau so ein Scheiß, weißt du, wie Polizei. Ja. Feuerwehr, die sind immer am Arbeiten, die Jungs. Ja, und eigentlich undankbar. Ist wirklich, ich finde die werden wirklich undankbar behandelt. Pommes. Haha. Die füttert dich dick, damit dich keine andere anschaut. Aha. Ne, aber zum Thema jetzt hier. Ja. Hate und sowas, was wir gehabt haben. Also, wer gesagt hat, also Hate. Den größten Hate, den ich in meinem Leben bekommen habe. Das ist so eine Frage, die ich in meinem Frage-Antwort-Video noch beantworten muss. Aber den mache ich jetzt mal eben voraus. Ähm. Ja, wie soll ich sagen? Also, der größte Hate, den ich hatte, war einmal, dass mir vier Reifen plattgestochen wurden. Aber ein Caddy. Ach stimmt, das Video habe ich gesehen. Wo der rückwärts vor meiner Hallentür gestanden hat. Die Frage ist nur, war es ein Hater gewesen? Weil einer hat es ja gesagt, hat zugegeben. Ich habe natürlich die Polizei auf ihn gehattet, selber schuld. Wurde auch fallen gelassen. War schon vorher klar. Aber der Brief von seiner Mama hat gereicht. In meinen Augen. Das ist aber schon krass, finde ich. Ich meine, der hätte ja auch Ratschrauben lösen können, die Bremsleitung anschnibbeln. Soll ich ehrlich sein? In dem Fall war das gut. Das war mein bester Freund. Ist wirklich so. Der Vermieter hat danach eingelenkt, hat gesagt, oh scheiße. Ja, doof. Und ich habe ihn ja verdächtig damit, ne? Und da habe ich mich mit ihm einigen können, unterm Strich. Und deswegen kam ich auch ohne Mucken aus der Halle damals raus. Ja, gut. Und die Reifen waren eh runter von dem Caddy. Was soll ich? Und die Scheibe, die hat mir ein Zuschauer geschenkt und vorbeigebracht und eingebaut. Nochmal danke auch dafür. Ja, das ist eine geile Sache. Das ist das Geile. Das sage ich. Das ist hier Community. Ne? Ich versuche ihm möglichst viel zu geben. Ich kann natürlich nicht viel geben. Ist logisch. Du willst über Videos geben. Ne? Ich kann höchstens mal eine Wand auf Wunsch füllen oder ein Auto auf Wunsch füllen. Aber alle haben, dass ich ein Fanpaket gekriegt habe und sowas. Was für ein Zeug dabei war. Ey, das ist unglaublich. Ne? Also ich habe so einen Support. Ich bin da so stolz und ich freue mich da so weit. Und deswegen mache ich das auch so gerne. Wenn ich da keinen Support bekomme, würde ich es glaube ich nicht machen. Ja, da kannst du auch stolz sein. Ist doch eine super Sache. Vor allem da kam da auch mal einer an bei mir, der hat zu mir... Jetzt kommt die Überleitung zu deinem Livestream. Genau. Pass auf. Jetzt kam da einer an bei dir, der Gerhard, Strumpfhosen-Gerhard. Da guckst du gar nicht aus, so Küsse gehen raus. Wir haben da ja drüber geredet über den Herrn Gerhard. Genau. Ja, der ist ziemlich bekannt auf einigen Autoschannels mit Beleidigungen und sowas. Ähm. Da habe ich den Faden verloren. Aber... Ja, diese dumme Aussage vor allem mit den Fanpaketen. Du würdest einfach sagen, du willst das und das. Ich bestelle die ja. Ich bestelle die ja. Ich habe ein Paket bestellt. Sag ich jetzt mal über die Dinge. Ja, so ungefähr. Das war ja so ein... Ne. Oder die Tatsache... Sorry fürs Reinreden, Alter. Ich habe gerade eine Pommes gemacht. Ich darf das. Weißt du, ich mache YouTube nur für Geld. Wenn man sagt, wenn ich irgendwo als Putzfrau arbeiten würde oder mit meiner Werkstatt, sage ich mal, gewerblich einfach mal ein Auto flicken würde, würde ich mehr Geld verdienen wie mit YouTube. YouTube wirst du nicht reich mit. Ja, das stimmt. Ja, und das war ja auch die Tatsache, wir beide haben ja kein Problem mit gehabt. Ja, ja. Auch mit meinen Aussagen nicht. Ja, genau. Die ich gemacht habe. Da war ja... Du warst halt nur die arme Sau, die in dem Podcast war. Ich war die arme Sau, die daran unterleiden musste. In deinen Kommentaren auch. Nochmal Gruß an alle, die darunter kommentiert haben. Nein, aber ich kann schon verstehen, dass du das sauber gemacht hast, wenn du ja siehst, wie dich deine Leute unterstützt haben mit solchen Sachen freiwillig und dann kommt so eine blöde Aussage. Verstehen, dass du sauber geworden bist. Du darfst... Ich fand die ganze Situation lustig mit einem Ansagevideo. Ich habe mir das angeguckt und habe nur gedacht, oh geil, endlich mal etchen hier unter den Autoschraubern. Ja. Aber ich denke mal, die Leute sollen jetzt auch mal verstehen, dass das Adstrau überspitzt so... Ja, das war natürlich von mir provokant. Das ist YouTube. YouTube ist ja auch eine Art Showgeschäft, sag ich mal. Ne, und dann ist das nicht ganz, das ist ja ein bisschen ironisch gemeint oder Spaß gemeint, hat man dem Video auch gemerkt. Dafür habe ich so viele Witze gemacht damit, ne? Ja, einige haben es leider nicht gemerkt, weil man kommt... Ja, du hast viel Hate, aber es gehört da, wie gesagt, das ist halt, das ist YouTube. Also Leute, hatet mich nicht. Ich bin ganz lieber und wir haben auch kein Problem und jeder kann seine Meinung sagen. Ich denke mal, Mats findet Aussagen von mir doof. Deswegen... Ja gut, deswegen reden wir ja immer miteinander jetzt hier. Ich habe sogar ein WhatsApp. Ne? Genau. Ne, aber ich sag mal so, klar, das ist immer so ein Hin und Her, ne? Der ganze Kram, sag ich mal YouTube, das ist ein Geben und Nehmen. Weißt du, was ich am meisten hasse an YouTube? Auch an der unserer Kfz-Strauber-Szene, weil der erstmal so Currywurst. Naja, da steckt mich dran, ne? Ich hasse am meisten, dass hier manche Leuten, die anderen YouTuber den Klicks nicht gönnen. Und den ganzen Kram nicht gönnen. Dass sie die Gegeneinander anlaufen. Guck mal. Ja. Wie oft habe ich in meinen Streams und in meinen Videos andere YouTuber erwähnt? Einfach nur so. Dich habe ich ein paar Mal erwähnt. Ich habe Mr. Duwitz tatsächlich so erwähnt. Geh im Nagel habe ich erwähnt, ne? Das machen andere YouTuber so gut wie gar nicht, ne? Also überhaupt nicht, ne? Weil hier das den anderen Leuten die Klicks nicht gönnen. Ja, wie gesagt. Ich habe dir ja gesagt, bei mir ist es mittlerweile aufgefallen auf dem letzten Livestream, dass die Leute bei mir hinkommen und über andere ablästern. Ja, ja. Und ich dann überlege, ja gut. Ich kann zwar meine Meinung dazu sagen, sachlich und ohne Beleidigung und nicht herabwürdigend. Aber ich fand es schon merkwürdig, dass die Leute zu den einzelnen YouTubern gehen und dann sich über andere beschweren, ne? In den Livestream. Alter, ohne Scheiß. Weißt du, wie viele Leute schon gegen dich gewettert haben? Oder hier. Beste Beispiel, was unter den ganzen YouTubern zum Beispiel ein ganz großer Fall ist, wo alle rüber lästern, alle sich rüber schlecht machen. Das ist Stegi. Ja, mache ich aber auch. Nein, so schnell nicht. Alter, lästern, schlafen. Das sagen, was du denkst. Ich würde dir nichts verbieten. Als Opel-Schrauber, wenn du dir das anguckst, finde ich es natürlich cool, dass Opel auch als YouTube-Kanal über Opel ist ja eigentlich mittlerweile ein bisschen selten. Ja. Ich glaube, ich kenne nur meinen Stegi und glaube ich noch ein anderer hier. Ja, das ist selten. Selten, ne? Ja, aber wie er das macht, ist schon ... Also ich bin jemand, der sich gerne auf ein Projekt konzentriert, es fertig macht und dann zum nächsten Projekt geht und nicht drei anfängt und ... Ja, aber ich sag mal so, Stegi ist der cleverste von uns allen. Der hat eine Eigentumshalle. Der wohnte auch mit drin, was ich gesehen habe. Ne? Der hat ja alle möglichen Kerren stehen in verschiedenen Zuständen. Aber überleg mal, was ein Manta mittlerweile kostet und überleg mal, was ein Manta in zwei Jahren kostet. Es ist scheißegal, ob der Manta zerlegt ist oder nicht zerlegt ist. Ja klar. Er ist ja der cleverste von uns allen. Also ... Natürlich, er kann die Karosserie durchschweißen und verkaufen und verdient wahrscheinlich das dreifache, was er da reingesteckt hat. Wann bekommt Edgar eigentlich TÜV? Ja, sobald Sigi TÜV hat, geht Edgar zum TÜV als nächstes Monat. Einmal eben an den Chat. Ich kann grad nicht gucken. Wie viele Zuschauer haben wir gerade? Ich kann aber gucken. 288. 288. 290. Unten links. Jetzt 290. 300. 300. Jungs, haut hier Like rein und was weiß ich für ein Fahrradkram und dann läuft das hier. Ne. Den hat doch gerade nicht meine Pommes. Ich hab mir das ja gegönnt. Ich hab mir das ja gegönnt. Also, Mats, wir müssen uns jemals treffen. Du musst mir eine Pommes ausgeben. Ich sitze vor der Kamera und labere irgendwelche Zeit. Warte Bescheid, halt. Lieber dich, Baby. So, jetzt bin ich wieder völlig da. Meine Frau kann ich auch nicht. Die kann ich auch nicht ignorieren, ne? Die hat ja heute gearbeitet. Ich nicht. Ja. Warte mal, was müssen wir überlegen, Jens. Was können wir machen? Also, ich sag mal, dieser Klick-Guy hat, das ist halt, wie gesagt, ich find halt, das Problem ist, dass diese Auto-YouTuber-Geschichte, ich bin selber, sag mal ehrlich sein, ich guck selber nicht sonderlich viel YouTube. Jetzt wirst du auch keine Zeit bei deinen Videos sehen. Höchstens, wenn ich mal irgendwo Langeweile hab und dann irgendwo stehen mit dem LKW, was ich was, dann guck ich mal eben so auf dem Handy und guck mir, na, also juckt. Guck mir eben ein Video an. Ne? Deswegen. Ja. Also, ich bin der beschissenste YouTuber eigentlich von allen, weil ich selber kein YouTube guck. Ne? Und ich guck auch selber relativ wenig Auto-YouTuber tatsächlich. Weißt du, warum ich so wenig gucke? Ne? Deine Mutter ist ein Arschloch. Ne? Ne? Genau das denkst du. Ne, nein, ich guck tatsächlich relativ wenig Auto-YouTuber, wenn mir das mal zu trocken ist. Weißt du, Mr. Do It find ich sehr trocken. Ne? Ist halt ne, ist halt ein Schrauber, willst du da groß hier, sag ich mal, als Abenteuer machen. Mr. Do It find ich sehr trocken. Du machst es auch relativ trocken, aber du machst es halt sachlich, Mr. Do It eigentlich auch, aber teilweise haut der Dinger raus, wissen wir beide. Es gibt bei mir auch Spaß-Videos so manche. Genau, ich mach ja auch nur Spaß-Videos. Das ist ja... Eigentlich muss ich das Ding ändern von Autokanal auf Lifestyle, keine Ahnung was, weil das eigentlich kein Autokanal ist. Eigentlich ist das einfach nur hier, ja, ich mach irgendwelchen Scheiß. Aber ich mach ja immer den Scheiß, worauf ich Bock hab und das kann halt nicht jeder machen. Ne, ne. Na gut. Du musst ja die Leute auch unterhalten, ne? Ja, ich versuch's unterhaltsam zu machen. Ich bin nicht ehrlich. Ne? Wie gesagt, so wie ich jetzt hier gerade spreche, spreche ich normal. Und manchmal auch stehen Videosprüche raus, Leute, die würde ich normal nicht machen. Ach, klar. Das verstehen die Leute schon. Oh, cool. Die sind ja schon hart gewürzt, ey. Ach, das Schwede. Lecker, lecker? Mhm. Aber so heißt der Imbiss, wo der herkommt. Ja, das ist halt der Kram, ne? So ein Hin- und Hergetügel. Ja, aber ich mach YouTube selber sehr gerne. Macht mir Spaß. Das Geile ist einfach, wenn du ein Video hoch von der Sache du an demselben Tag gemacht hast und du kriegst tatsächlich ein Feedback dazu. Weißt du? Finde ich geil. Ja, wenn dir das keinen Spaß machen würde, dann bringt YouTube auch nicht. Wenn du da schon hingehst in der Halle, oh, ich muss jetzt mal ein Video machen, dann bringt das ja eh nichts. Ja, manchmal. Ich hab ja mir selber einen Zwang auferlegt. Bin ich wirklich ehrlich? Ich hau jeden Tag ein Video raus. Ist nicht einfach. Ist klar. Ja, wie soll das denn einfach sein? Ne? Aber es ist eine Art Video-Zwang, die ich hab. Aber weißt du, warum ich das mache? Weil ich eine faule Sau bin. Ich bin eine original faule Sau. Ich setz mich an den ganzen Armen vor dem PC als drei Schrauben umzudrehen. Und mal all die Bilder vorne auf dem PC oder was. Ne? Und weil ich jeden Tag ein Video drehe, so schaffe ich das in meinen Videos, sag ich mal, wenn ich hier filme, auch selber in der Halle zu machen. Sonst komm ich nicht weiter. Okay. Ja, ich hab mir nur aufgelegt, Mittwochs und Sonntags ein Video. Ja, das ist ja auch ganz geil. Ist ja eigentlich auch normal so, ne? Wenn du da machst. Ne? Ne? Bei mir ist halt zum Beispiel, ich hab ja verschiedene Autos. Ich hab selber keine Automarge, von der ich groß Fan bin. Ich hab tatsächlich alles. Ich find alles geil. Das Auto selber, das Modell muss mir halt gefallen. Die Marke ist ja egal, die dahinter hängt. Natürlich mach ich viel mit VW momentan, weil ich für VW vier liegen hab an Teilen. Das ist für mich ein bisschen billiger, ne? Zum Beispiel, ich hab noch durch einen Zuschauer von mir einen halben 86c liegen an Teilen. Das heißt, die nächste wird nochmal ein 86c-Projekt kommen. Noch einer, was passiert mit dem anderen? Ja, ja. Bleibt der noch erhalten? Nein, nein, mein Grüner, der bleibt. Der ist komplett restauriert, der Wagen. Der wird sogar in deinen Standards gut sein. Glaubst du? Ja, ich weiß das. Der hat 11.000 Kilometer seit voller Restaurierung gelaufen. Das ist keine einzige Schraube alterer in dem Auto. Ja, das ist so meine coole Sache. Ich kann den auch nicht kristallieren. Ich hab den Wagen original geschenkt bekommen. Das ist auch eine coole Sache, wenn du einen Wagen original geschenkt bekommst. Also, ganz ehrlich, ich bin jetzt auch nicht auf Opel verziert. Wie du selber sagst, ich hab nur mal viele Teile und auch die Erfahrung darin. Deswegen schraue ich gerne an Opel. Wenn mir jetzt jemand einen Golf 2 schenken würde, würde ich auch nicht Nein sagen und den dann vielleicht auch fertig machen. Das ist auch ganz gut so. Das ist auch ganz gut so. Also, weil das Problem ist, wenn du da Marken hast, scheiße, ist eh kacke. Das ist das Kindlichste überhaupt. Ne? Und zum Beispiel, ich schraube gerne an Trabis. Ich finde erstmal die Geschichte geil. Also, ich finde diese Ost-Geschichte geil, damit wir den hier... Überleg mal. Wir selber fuhren hier mit dem Opel Diplomat durch die Gegend und was weiß ich von alles. Wir fuhren hier auch fast schon und so ganzen Kram, ne? Und hier, die selber, die fuhren in ein paar Autos durch die Gegend. Die haben zusammengepflegt. Das waren richtige Pioniere. Kannst du sagen, was du willst. Das fand ich geil. Oder alle gemeint, was der Ostblock für Autos hatte. Das ist echt krass. Hm. Ja, sowieso mit Marken hast. Das verstehe ich bis heute nicht. Wenn die Leute so, so, weiß nicht, infiziert auf eine Marke sind und alles an der Kacke finden. Das ist Tatsache. Jede Marke hat Dreck am Stecken und ist in einer Hinsicht Kacke. Ist so. Genau. Da kann keiner sagen, dass die geil ist und die scheiße ist. Also... Ich finde es albern. Also... Ja, aber das ist wirklich... Aber gut, ich muss mal denken, YouTube hat halt viele jüngere Zuschauer. Und ich versuche halt, mit meinem Kanal auch ein bisschen jüngere Leute anzusprechen, damit die Bock auf sowas kriegen. Ich sage jeden Jugendlichen mit 15 und mit 14, frühestens 14, kauf dir einen Mofa, mach das selber fertig, gibt nichts Geileres. Wie gesagt, ich hatte noch nie einen Mofa. Was sie denn haben? Der ist an mir vorbeigegangen, die paar so... Ich habe jetzt vier. Weißt du, ich meine, zu meinen besten Zeiten hatte ich schon zwölf. Ach du meine Güte. Also, ich bin ja vier Räder und Blech Fan. Ja, klar, war ich früher auch. Aber ich sehe Mofas ja auch als Wertanlage. Ich bin ja irgendwie auch Sammler. Da glaubt man mir ja nicht, aber... Ich sammle tatsächlich auch Autos als Wertanlage. Und ich sehe es immer so, Mofa ist auch eine gute Wertanlage. Mittlerweile. Bockhorn, der Ultimarmarkt ist mir schon zu dreiviertel voll mit Mofas. Ohne Scheiß. Es findet sich immer jemand, der auch bereit ist, Geld für irgendwas auszugehen. Wer das haben will. So ist es immer. Deswegen, also... Du, bestes Beispiel, eine Puch Maxi N. Kostet du vor drei Jahren ungefähr, ich sag mal, eine gute 600 Euro. Ne? Jetzt bezahlst du für eine gute mindestens 1.500 Euro. Für eine richtig gute. 1.500? Für einen Mofa. Für ein paar Schrauben und einen Zweitakt, glaubst du noch. Das ist schon... Weißt du, was ich meine? Zeiten ändern sich. Ja, klar. Desto seltener die Werden, desto weniger auf der Straße unterwegs sind und da so weniger Teile gibt es und teurer werden die. Kannst du mal sagen. Ich hab bei Opel auch. Mofas sind wieder cool. Guck dich mal im Fernverkehr um. Wann siehst du noch meinen Roller? Du siehst mittlerweile wieder alte Puchs. Ja. Du siehst wieder schöne Herkulisse dagegen fahren. Weiß, aber ich würde mir trotzdem nie eine holen. Tut mir leid, ich bin da kein Fan. Was sagst du? Ne, ich will keine Zweiräder haben. Nein, nein, nein. Wird nie auf meinen Kanal kommen. Linux sagt übrigens gerade, ich bin Messi. Ja, ich bin Messi. Original. Ich bin... Also, ich hab ein richtiges Messi-Syndrom. Aber ich find das geil. Ne, zum Beispiel hier Lupvig. Unser Ember Original ist auch hier ein Kommentar. Ist auch ein guter Freund von mir mittlerweile. Ich hab allgemein viele Leute auf YouTube kennengelernt. Alter Schwede. Ich hab sehr viele Freunde tatsächlich im Real-Life gekriegt, die ich nur über meine Videos kennengelernt hab. Ohne Scheiß. Ne, und hier Lupvig zum Beispiel hat von meinem Kumpel Ruven eine Satz so nett gekriegt. Ne? Und da ist er auch am Streubeln dran und sowas. Ja, die ganzen Bezeichnungen sagen mir nichts. Aber ich sag mal ja, ne? Saxonet ist ein hier... Ist ein Fahrrad mit Hilfsmotor. Aber mit Motor halt. Ne? Ja gut, das könnte ich dann auch machen. Opel, Fahrrad und Hilfsmotor. Wie der mal gesagt hat. Mhm. Einfach zusammen Gurken. Ja, das ist auch rein theoretisch. Ich hab noch so einen Fahrrad-Umbausatz liegen. Da warten schon einige Zuschauer drauf, wenn ich mal was mach. Aber ich muss erstmal meine Gurke fertig haben. Ich glaub, dass so ein Opel-Fahrrad mindestens drei Millionen Euro kostet. Das kriegt man glaube ich gar nicht mehr. Also weißt du, warte, dann kaufst du dir irgendwie so ein scheiß Rad vom Flohmarkt, nimmst du einfach einen NL und schreibst für Opel drauf. Das ist doch gut. Ja, genau. Das ist dann... Ich muss... Ich musste heute auf dem hier... War keine Ultramar eine hier... Was war das für ein Ding gewesen? Eine Kreidler signieren. Die wird komplett frisch gekauft da und weiß. Ne? Da hab ich aber drauf geschrieben, das ist nicht die neue Kreidler, sondern die neue Gurke. Links und rechts Gurke. Mit Unterstrief und der... So muss er nicht mal abmachen. Mach dir das doch egal. Hauptsonsten Fahrrad. Das ist genauso, wenn du mit Hyundai fährst. Wenn Hyundai geil aussieht, ist das ein geiler Hyundai. Ah, okay. Ohne Streit. Die ersten Honda Civics. Findest du die Kacke? Die neuen Honda Civics? Die ersten, die frühen Honda. Ich rede immer von Oldtimer. Ich rede immer von neuen Oldtimer. Ich wollte schon sagen. Ich hab schon Angst bekommen. Neu? Das ist nix. Das ist gar nicht geil. Oh, hier. Girl Porn hier. Ich finde die ganzen alten Japaner nicht so schlecht. Hier Corolla, was auch immer. Ja, ja. Zum Beispiel, ich sag mal so ein... Ich muss mal eben einen hier entfernen, warte. Zwei Kanal ausblenden. Du musst da einen entfernen. Ja, ja. Nee, hier. Girl Pornier. Oh, geil. Das kann auch nur gut sein. Uli macht das schon für mich. Danke dir, Uli. Unser Wackelmann. Bestes Beispiel für den geilen Tüten, die ich kennengelernt habe über YouTube. Zum Beispiel. Den hab ich auch schon ein paar mal getroffen. Der hat einen geilen T4 und hier hat mir tatsächlich die letzten in einem Fanpaket einige Maschinen gescheckt. Die gar nicht mal schlechten. Parkside-Maschinen. Von Needle, die Edelmarke. Aber alles. Von Akkuflex bis Akkubohrer. Ach so. Ja. Wer ist das Beispiel? Hat er so nach Anonymen geschickt? Kann man mit rumtütteln. Naja, das meine ich damit. Wir halten zusammen, ne? Hm. Kreitler-Sondermodell. Aha. Wie gesagt, hier, ja und so ein Thema, ich sag mal jetzt hier Hate oder was. Hate auf YouTube gibt das immer. Es gibt Neider, es gibt Typen, die finden mich oder dich kacke. Ja, klar. Mögen uns einfach nicht, können uns einfach nicht leiden. Ne? Ist so. Das reicht schon, wenn da einer ankommt und sagt, dein Bart passt mir nicht. Der mag er dich nicht mehr. Ne? Ja, Opel ist sowieso so ein Thema. Ne? Da wären wir auch wieder. Opel hat viel Hate. Aber ich finde, Opel, also ich würde nie mehr vergleichbar mit Opel sagen. Außer, dass die Dinger gammeln wie Sau. Aber das tut VW auch. Ja, aber das, 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 das wollte ich ja sagen. Das tun alle irgendwie. Aus der Zeit hat alles gegammelt. Das ist so. Die modernen Japaner gammeln jetzt sogar noch. Mercedes mittlerweile fängt wieder an. Also, ohne Scheiß, guck dir mal einen modernen VW-Kräfter an. VW-Sprinter. Äh, Mercedes Sprinter. Ja. Und ja, diese ganzen Transporter. Ich habe noch keinen gesehen, der, der nicht vergammelt ist. Außer, der kommt gerade noch was aus dem Werk. Ja. Auch Mercedes-Fan schreibt dann, Opel Kadett GSI wäre ein cooles Projekt. Ja, find mal einen Original GSI, der nicht weggerostet ist. Oder der nicht einen Haufen Geld kostet, weil der ja nicht mehr Geld hat. Ich würde mir morgen so ein Maserati kaufen als Projekt oder ein Ferrari da an acht oder, oder was weiß ich hier, hier über Klausi, keine Ahnung, Fahrrad 40. Für drei Millionen Euro. Aber, ihr müsst bedenken, uns geht's, auch Jens, ne, uns, uns, uns geht's genau wie euch. Ne, wir sind normale Menschen. Ich kann das nicht sagen, dass ich von, von, von YouTube auch nicht leben kann. Mhm. Oder, oder irgendwie damit reich werde. Ich kann aber damit tatsächlich einen sehr großen Teil meiner Hallenmiete finanzieren. Ne, das ist schon mal geil. Ne, aber ich kann nicht davon leben und ich kann jetzt auch nicht sagen, ich hab hier eine Familie, ich hab hier ein Haus, ne. Ja. Das Haus gehört übrigens nicht mir, das gehört meinem Vater. Mal eben so, ich hab hier kein Haus gekauft. Ähm, deswegen kann ich mir auch so eine Halle leisten. Zur Miete, sonst... Ja, das ist der Rest. Da vergessen leider viele, die schreiben da rein, macht doch das, 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 das Projekt, kauft doch das, macht das. Wir würden das gerne alles machen, ne. Genau. Alter, ich, hier, wenn ich, wenn ich einen dicken Typen dahinter hätte, der mir da die ganzen Maseratis zuschmeißt, Alter, wir würden nur quer fahren. Nur. Ich hätte auch so ein paar coole Sachen im Kopf, die ich gerne machen würde. Ja. Beispielsweise jetzt mit dem Atomion-Tüdel zum Beispiel da, das war ja zum Beispiel, ich hab da kein Geld für gekriegt, mal eben so gesagt. Mhm. Ich hab original dieses Produkt da geschenkt gekriegt, hab gedacht, ich find das lustig, komm, probier mir mal aus, was soll's. Und jetzt hab ich gesagt hier zu den Jungs, auch mein Video hab ich das gesagt, lass uns mal treffen, lass uns mal treffen oder schicken wir so einen Scheiß zu, ne. Ich hol zwei Autos auf den Schrottplatz, einen lassen wir den Atomion einlaufen, anderen nicht. Öl ablassen, Vollgas, mal gucken, wer zuerst explodiert. Das ist der beste Test. Das stimmt. Einfach mal ausprobieren, ne. Mhm. Ist doch mal ein lustiges, ganz lustig. Ja, mal ein ernster Test, ne. Deswegen, ich denk halt ein bisschen anders, wie gesagt. Manche denken, ich bin eigentlich bekloppt, ich bin eigentlich doof. Du machst es eigentlich richtig, wie du es machst, in deinen Videos. Mein Lob mal an dich, machst du wirklich richtig. Ach, schön, danke. Nehme ich doch gerne an. Ist aber so, machst du wirklich. Und das heißt, du machst ja auch so, also du bist eigentlich von unseren ganzen Autoschraubern, die ich so kenne, gut, ich guck nicht so mega für, wie gesagt, aber ich kann dafür sagen, das machst du eigentlich von einem akkuratesten. Deswegen mag Gerhard dich auch. Ja, okay. Wenn ich weiß, wenn ich meine, dass es Gerhard, Stromfosen Gerhard, der hier den Hate um mich geschrieben hat und Mr. Dewey alles schlecht gemacht hat. Ne. Ja. Super. Das ist halt. Ich freue mich. Und was ich halt geil finde, ist halt so ein persönlicher Kram. Ich sag mal zum Beispiel, dass wir jetzt zum Beispiel, YouTube-Zuschauer kommen vorbei, ich behandle den, als würde ich den 20 Jahre kennen. Ist so. Mhm. Ist das Chat eigentlich gar nicht weiter oder ist mein Ding dann abgekackt hier? Was ist abgekackt? Also hier läuft weiter. Echt? Mein Chat läuft nicht mehr. Wie dein Chat läuft nicht? Ja, du hast eine Pommes auf der Tastatur drauf. Na, kann sagen. Ne, ich hab letztens das von Praxel mal angeschrieben. Dann refresh doch mal hier dein Browser. Genau. Ich muss mit meinem Browser eben starten. Ich hab den gar nicht an. Wir brauchen mal den Scheiß. Tatsächlich ist noch mehr passiert. Jungs, ich hab euch gar nicht gelesen. Ich dachte schon, der Stream ist abgekackt. Nö, also hier kommen die ganze Zeit schöne Shats rein. Wir sind auch bei, wie viel Zuschauer? 267. Ja, ich finde, das ist gut. Ich würde hier aber auch mit 20 Zuschauern sitzen. Da bin ich gar nicht mal so geil drauf. Ich sitze meist mit 20 Zuschauern. Da bin ich auch in Ordnung. Manchmal hast du ein bisschen Leerlauf, aber sonst... Naja, das ist das Einzige, was ein bisschen langweilig ist. Wie gesagt, und zum Thema Geld ausgeben. Manche geben für Schrauben viel Geld aus, manche nicht. Ich mögliche es wenig. Ich bin auch so ein Recycle-Freund. Ich möchte auch nicht unbedingt so viel Geld immer ausgeben, aber bei manchen Dingen, denke ich, ist es nötig. Damit es mir eben auch so gefällt von Anspruch. Ich hätte ja die Felgen für Edgar auch theoretisch selber lackieren können und nicht pulverbeschriften. Aber mein Problem ist, ich mache es selber und dann gefällt es mir selber nicht und ich bin die ganze Zeit einfach nur stinkig auf mich selber, weil es scheiße geworden ist. Der ist mir heute schon aufgehört mit selber lackieren von irgendwelchen Sachen, weil die sind immer scheiße geworden. Ich bin zu doof zum Lackieren. Soll ich mal ehrlich sagen, ich habe noch nie mein Leben zum Lackierer gebracht. Noch nie. Okay. Und ich habe locker schon 90 Autos besessen in meinem Leben. Pulverbeschichten zum Lackierer, lass die machen, kostet zwar Geld, aber danach ärgere ich mich nicht. Das ist so. Stell dir mal vor, du hörst jetzt, denn Edgar hat jetzt einen scheiß Lack gehabt. Du hast ihn frisch lackieren lassen komplett. Hast du da mal 1.300 Euro reingepumpt, hast du selber ein paar Arbeiten gemacht, schön und gut und was weiß ich was. Und dann fährst du mit durch die Gegend und dann kommt da mal eben so ein Reh angekachert. Und das Reh haut dir voll vor die Karre. Wenn das Reh noch nicht tot ist, würde ich es umbringen und dann würde ich wahrscheinlich weinen. Dasselbe ist, dir kann auch einer hinten reinkacheln und dann war alles für umsonst. Ja, weißt du, was ich meine? Das Geld ist ja immer gern, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber auch für eine Versicherung hast du das bezahlt. Die bezahlt dein Edgar niemals so, wie viel der eigentlich wert ist. Nein, nein. Arbeitsstunden zahlen die eh nicht. Du weißt, was ich meine, ne? Und stell dir mal vor, jetzt kommt ich mit meiner alten Gurkenkarosse da an. Ich habe tatsächlich schon einige Rehe umgeknallert, deswegen kann ich das sagen. Ich fahre durch eine ziemlich frei befahrenen Rehenstrecke. Bestes Beispiel, mein Golf 1. Ist ja echt ein sauberes Auto, ne? Der hat früher eine Original-Strohsteine dran gehabt, das ist ja der Werk 34 dran. Was ist passiert? Ich habe den Wagen damals gefahren, also fertig gemacht, da habe ich den Wagen gefahren. Erste Fahrt, ich wollte ihn nur einen Monat lang fahren auf Haftpflichtversicherung. Oh. Ja, ich habe gerade einen Monat, ich weiß ja, mir noch was in der Gegend, aber gut, läuft und das stellt sich immer im Winter weg, ne? Ja. Ja, dann hat er gefahren und das ist ja mal ausgegangen. Weil die Spritleitung war dicht und dann ist ja immer so, dann hat er ein bisschen Sprit vorgepumpt, dann ging das und dann ging er wieder aus und dann bin ich über so ein Waldstück gefahren und dann ist er genau ausgegangen, ist auf Standleer gegangen, habe ich den Motor wieder angemacht, halt im Rollen, Gang wieder reingemacht, Liefer wieder und dann sehe ich nur so ein Rehen. Baff! Ich habe einen Hals gehabt, ne? Ja, Stoßstange Schrott, ähm, ja, ne, Grill kaputt, hier, Kühler war auch kaputt, das ist durchgeschlagen, der Kühler, der hat den ganzen Motor nach hinten gedrückt, dass er den, den Dings, also du hast ja den Kühler-Lüfter-Motor, aber der hat schon gut an der Fresse gekriegt, der war, ne? Ne, ne, und das habe ich dann, habe ich dann gemacht, erstmal habe ich das Reh gesucht, ich habe mir da gerne mal gekauft, war klar, ne? Das war auch ein Auto, wo wir sehr viel Herzluft reingesteckt haben, ne? Und wie gesagt, das Geld war weg, ne? Ich weiß, was du meinst, aber deswegen würde ich jetzt nicht anfangen, sagen, äh, ich, ja, ich, ähm, stücke jetzt die Autos zusammen oder so, also im Endeffekt muss es mir ja auch gefallen. Naja, wie gesagt, ne, dann, dann kam, dann kam Grau. Grau, ja. Und, und, und dann hier, der hat immer noch tatsächlich, der hat noch, der hat das Werk für den 30-Stufstange vorne dran, der hat einen neuen Grill gekriegt, den habe ich übrigens mit, der hat, der ist kein GTI-Grill, den habe ich selber angepünselt mit einem Lackstift, das sieht keine Sau, hat mir noch keiner gesagt, der hat das irgendwie mit der Hand gemalt habe oder was, ein GTI-Grill kostet 140 Euro, der grillte ich jetzt dran und der kostet 20 Euro. Ein kleiner Unterschied, ne? Und ihr habt tatsächlich da was von meinem Kumpel, der ist so ein bisschen Künstler, der hat noch damals noch mit einem Edding, noch so ein Whip-Reh raufgemalt und Thema erledigt. Äh, ich fahre den selben Kühler übrigens noch, den selben Kühler-Lüfter, bruder, hab den nur repariert. Ah, hier schreibt jetzt Oliver, wie wäre es, wenn ihr zwei ein Projekt macht, nur vom Schrottplatz und die Tage auch vom Schrottplatz. Kein Problem. Dafür wohnen wir jetzt zu weit auseinander. Das wäre doch kein Problem, Jens fährt immer mit dem Trailer hin und her, wenn ich schrauben will. Ich sage, ich tausche den Kopflügel, dann fährt Jens ganz hoch zu mir. Das sind da 400 Kilometer, du musst ja eben auch noch ein Report hier erinnern. Dann tausche ich den Kopflügel, fährt dann wieder zurück und dann macht er selber nochmal hier eine neue Ölablassschraube rein. Genau. Also so ein Projekt könnte ich mit Marc von Kartech machen, weil der wohnt wirklich nicht weit weg. Der ist nicht weit weg, ne? Hab ich auch noch gekriegt. Das könnte man vielleicht machen, aber auch wenn es cool wäre, mit Mazda zu machen, ist das logistisch nicht möglich. Oh, du hast 5 Euro mal wieder bekommen. Uli, ich danke dir für den 10 Mark. Mark ein offenes Treffen. Wie Mark? Ich weiß schon, was du meinst. Ja, es ist ein Mark umgerechnet. Das ist noch oldschool hier. Du sagst selber back to the oldschool. Hier ist es richtig oldschool. Ja, du musst noch hier Steuern abziehen, mindestens 50 Prozent, ne? Ja, Jacke wie Hose. Ich hab den Monza übrigens damals in Ebay für 50 D-Mark noch gekauft. Das ist gut. Das war ein guter Kauf. Das war wirklich eigentlich, ich wollte ihn schlachten, aber der war zu schade. Kein Rost und so, deswegen hab ich ihn weggestellt. Dann später auf nur sie nach. Die Entscheidung war gut, denn Monza ist so wie mein Camaro. Das gleiche Spiel. Steht in der Ecke rum, jeder fragt danach, wann ich eigentlich meinen Camaro fahr. Ich hab da eigentlich momentan gar keine Intention zu. Das ist so seit sieben Jahren schon. Hab den da stehen. Ich hab ihn damals ans Laufen gebracht. Jetzt mir dabei läuft er nicht mehr ganz so geil, weil ein Zimtmodul kaputt ist, aber sonst geht das. Nee, ich mach da irgendwann mal TÜV drauf, wenn ich Bock habe. Nur wenn ich Bock habe. Oder wenn ich in zehn Jahren da keinen Bock drauf hab, rennt dich weg. Das ist auch vernünftig, Projekt so zu machen, wie du Bock hast. Naja. Weil was willst du mit einem Projekt anfangen, wo du dazu keine Lust hast? Und dann, ja, hm. Kennst du noch meinen, hast du das gesehen, meinen Gurkengolf-Rottritt letztes Jahr? Äh, war das nicht dieser blaue Gurkengolf? Ja, genau. Das war ein Auto gewesen. Das hat mein Kumpel eigentlich zum V6 Turbo umbauen. Aber der ist aus Rufen. Der war aber krumm und schief. Tot und in Arsch. Hat gesagt, das Auto ist so fertig. Dann hab ich da mit ihm eine Puch getauscht. Ohne Innenausstattung, ohne alles. Ja. Die Bleche waren dabei. Er hat mir das noch vorher, er hat mir die Front reingeschweißt, ne? Dann haben wir den zusammen gepuzzelt. Im Motor haben wir keine einzige Schraube geändert. Gar nix, ne? Zusammen gepuzzelt das Ding irgendwie, ne? Restruf hat es noch gehabt, das Ding. Ja. Und dann haben wir den hier eben hier hammeridblau lackiert. Gurkengrün-Metallik sagen wir dazu. Ne, Gurkenblau-Metallik. Gurkengrün-Metallik war tatsächlich der Terrain von meinem Vater. Hat Dauruven den lackiert, meine ich, ne? Ja, haben wir zusammen gemacht, ne? Ja, aber die Pistole war scheiße, die hatte die kleine. Hätte man die große von mir geben sollen. War zu fleckig eigentlich. Aber gut. Ne, auf jeden Fall hat er mir arschgeil geholfen dabei. Da war ich auch sehr glücklich damit. Und hier haben wir den zusammen gepflegt. Irgendwie habe ich mich da, habe ich den eine, drei Tage Probe gefahren, mich da reingesetzt, bin da mit so einer Schweiß gefahren. Du glaubst nicht, wie viel Kühlwasser und Ölig verloren habe. Auf dem will ich da hin. Ach du Scheiße. Ja gut. Ja, dann ist das schon so. Ich glaube, das, ja, ich glaube, ich hätte da vorher alles getestet, probiert und alles. Ja, aber das ist gut im Prinzip. Ja, aber ich wäre da anders drin. Also, wie gesagt, ich nudel manchmal auch, als zum Beispiel, wenn ich keine Dichtung habe, dann nehme ich hier Vylomat oder so. Ja, ja, das wüsste ich doch. Mir drauf, bis ich die Dichtung habe. Und dann wird das anständig gemacht, also so ist meine Einstellung dazu. Nee, weißt du, aber ich würde mal sagen, ich bin da hingefahren, meine Bremsen waren fest, meine Benzimpumpe war defekt und das Öl aus dem Zylinderkopf ist unten aus dem Mini-Loch von der Membrane rausgelaufen. Was, was, meine Pomme ist verloren hier. Ja. Auf den Bogen gelaufen. Ich habe die ganze Einbautorne eingehört, aber ich kam mit einer Ölfüllung gerade so an und habe ich den Wagen bei meinem Kumpel Olli in der Garage gestellt, habe ihn mir noch von Trabi zu laufen gebracht, ordentlich zur Bremsen gebracht, immer nur so, Spaß. Und dann auch, Trabi ist mir noch ein Verkauf, der Trabi gehört tatsächlich als ein Zuschauer von mir. Der hat mir auch ein Bild geschickt von dem Wagen, der ist TÜV fertig. Und über TÜV, deshalb auf dem Treffen. Ach, ganz schön. Na ja, habe ihn in der Garage zurecht gepflegt mit irgendwelchen Teilen. Ich hatte aber 50 Euro auf dem Konto zu dem Zeitpunkt. Und er habe gesagt, scheiß drauf. Gehalt kommt hoffentlich noch, bis ich nach Hause fahren muss. Ja, und dann habe ich es zerlegt. Habe ich damals noch hier Thermostat, habe ich rausgenommen, ist geklebt, den ganzen Scheiß. Und ja, oh, oh. Danach lief ich so ohne Mogen. Aber danach musste ich ihn leider weggeben. Also, weil ich da hier ein cooles Angebot gekriegt habe von meinem alten Caddy von Rufen. Ne, bei 250 PS. Vielleicht kennst du den auch noch, weiß ich nicht. Von der Rakete, das Ding. Ja, genau. Ja, den habe ich auch irgendwie ein halbes Jahr gefahren. Dann musste ich ihn aber leider auch weggeben. Und mir ganz zu schauen, wie ganz viele Zuschauer böse sind deswegen. Weil ich hier Ärger mit diesen grünen, blauen Leuten hatte. Wegen der Einschreibung. Die haben mich gesagt, wenn du das Ding noch einmal irgendwo hinzeigst, machen wir dich nass. Ne. Und zweitens hier, hätte er eh Kartoffeln gekriegt. Mit dem Umbau. Leben nicht. Deswegen musst du da weg. Ne. Und so, das ist sozusagen die Gurkengeschichte. Ne, also der Gurkengolf, das war zum Beispiel ein Ding dafür, ein Beweis dafür, dass das Gurkenpräsid funktioniert. Ja, aber wenn überall das Zeug rausgelaufen ist, sonst was, ob das so ... Ja, aber das ist doch ein geiles Video. Kannst du sagen, was du willst. Wenn du mit einem normalen Auto dahin fährst, war das nur so langweilig. Ja. Ich würde mal ehrlich sein, wenn ich jetzt nach Ungarn fahren würde, hätte ich jetzt einen normalen Golf oder irgendwas, hätte ich da keinen Bock drauf. Das mache ich nur, wenn ich Bock auf Trabi fahren habe. Das ist ein Abenteuer. Oder kennst du einen, der von der Nordsee nach Ungarn fährt? Das sind irgendwie 1.700, 1.800 Kippen. Ne, in der Opel-Szene fahren die sowieso nicht so weit. Also wir sind lange immer nach England auf ein Opel-Treffen gefahren und irgendwie wollte keiner mit, weil der ja zu weit und böse und ist ja an der Straßenseite und so ungefähr. Auf Treffen fahre ich auch nicht oft, da bin ich ziemlich faul für. Ah, okay. Also ich sage mal, nicht mehr so weit. Bis 200 Kilometer ist mein maximale Radius-Friebe. Ich habe mich weitergefahren, aber heißt ja, LKW-Fahrer wenig Zeit und wenn ich mal Zeit zum Schrauben habe, dann habe ich das Schrauben. Ja, du weißt, was du meinst. Kamal Sacklich schreibt, er hätte noch einen 4-Liter-Mann-Zermotor. Ja, ist schön, aber diesen 3 Millionen Euro, den der kostet, den habe ich nicht. Dann war hier noch ein Comic da, wo es doch mal schade ausgeführt wird. Man hört leider nur, dass ich würde, aber Max macht das einfach. Ja, ich mache es auch, aber ich mache es dann richtig. Sini, ich danke dir für die, warte mal, ich muss eben wieder, das ist wirklich gerade Spende, ich danke dir für die 20 Mark, ach du Scheiße, ne 21 Mark, 98. War ja sowieso, ne? 21, 98, hast du auch den richtigen Umrechnungskurs? Habe ich gar nicht. Das ist ja einfach, moin Winnie. Winnie ist auch dabei, das ist ja auch ein Kumpel von mir in echt. Äh, ja, ich weiß nicht, wo ich hier stehen geliehen bin. Ja, weil das Fuscher-Prinzip funktioniert, aber, wie gesagt, ich habe auch schon mal gefuscht als Übergang, weil ich gerade die Sachen nicht hatte, aber danach habe ich die Sachen besorgt und dann fertig gemacht. Natürlich sagt man, bei dir halten die Sachen teilweise, ne? Also, ne? Ja, ja, kennst du, hast du das Problem eigentlich auch, wie ich, ich habe dauerhaft Ebay-Links geschickt, dauerhaft. Ebay-Links? Ebay-Links. Nein. Ich weiß nicht, wie viel du mit Social Media, mit deinem Community am Gange bist, aber du da irgendwie, du hast tatsächlich auch Instagram oder sowas. Ne, das ist mir zu nervig, Anna, ich habe nur Facebook und hier YouTube. Also, ich habe am Tag locker 250 Nachrichten. Mit irgendwelchen Ebay-Links? Ja, also, Ebay-Links sind sogar die 80 davon. Das ist nervig, das ist eine Plage. Das sage ich immer wieder beim Video, wenn ich das mal anspreche. Sind das nur Werbe-Links? Nein, 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 Ebay-Links, ey, hier, ich habe einen Trabi auf Ebay gefunden, guck dir den mal an. Oder mein Golf 1. Der blaue Golf 1 aus meinem Roadtrip. Das ist nur hier, Katze kaufen oder was auch immer, ne? Der blaue Golf 1 aus meinem Roadtrip, zum Beispiel. Der ist jetzt, der hat ja damals, mein Kumpel Nico, der hat ja damals ursprünglich den Caddy besessen, der hat den weiterverkauft an Kollegen, auch ein Zuschauer von mir. Und der fährt den auch noch, der hat den auch noch, aber der ist halt nicht so verfrieden mit dem, weiß ich nicht, ob er den jetzt ist, aber auf jeden Fall fährt er noch. Ja, aber jedes Video kann überlegen, wie der Wagen entstanden ist, also da ist nichts vertönt, nichts verschönt, nichts verändert, nichts gar nichts. Ne, auf, scheiße, du hast früher einen Faden verloren. Ich verliere gerade auch den Faden jetzt, oder die Katze im Hintergrund, die haben ja Ja, kenne ich ja, ich gucke immer nebenbei auf meine Pommes. Aus. Das ist echt so. Ja, ich glaube, du ess doch die Pommes einfach auf, oder gibt der Katze. Ja, nein, nebenbei, aber ich muss das ja irgendwie mit einbauen. Also ich wäre auch dafür, dass du einen Multipler kaufst. Den machst du dann auch hier so ratentief, matt. Finde ich kacke, weißt du warum? Zehn Jahre vielleicht kaufe ich einen. Warum? Dann ist er teuer. Ich sag dir, wie es ist, er findet eine Rarität. Der wird ein teurer Oldtimer. Wer ist jetzt zum Beispiel Ford Edsel? Wir wollten früher einen Ford Edsel haben. Meinst du, der wird echt? Ja, meine ich. Oh Gott. Ford Edsel zum Beispiel. Kennst du einen Ford Edsel? Nee, sag mir nichts, hört sich schon grausamer an. Warte, 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 ich sag dir den Ford Edsel. Ich hab ja hier mein geiles Programm hier, warte, warte. Vielleicht haben wir das hier. Google, Ford, hab ich schon, das ist ein bestes Beispiel. Echt, bestes Beispiel. Markus, es gibt noch den Tipp, eine Kerze auf den Kailerreben zu reiben, dann soll das auch funktionieren. Das geht übrigens wirklich. Aber dieses scheiß Zeug, da gibt man diesen hier, diesen hier, wie sagt er, Kailerrebenspray, das ist Müll. Nee, warte. Jetzt schalt mal eben kurz die Kamera um, nicht wundern, dass sie ein bisschen anders aussieht. Das ist nämlich meine eigentliche Spezialkamera. Ist das die Pornokamera? Komm mal nach meinen Stream, pass auf, hier, da. Das ist ein Ford Edsel. Wie siehst du, in 20 Sekunden. Ja, ich war es noch. Wenn ich übergebe, dann weißt du mir schon. Dann passt er halt. Warte, ich hab eben auch noch eben so, das ist mal ein Gaming-Live-Ding und hier, das hab ich bei dem mal einen großen. Ja, ich warte, das Bild sich ändert hier gerade. Auf jeden Fall, das ist ein Ford Edsel. Findest du den hässlich? Ich weiß nicht, das wird ihm noch nicht wahr. Ich kann dir gleich sagen. Wie war denn? 20 Sekunden, genau 20 Sekunden sind dann. Oh, weih, ey, diese Verzögerung. Kommt gleich. Ah, da ist er. Ganz ehrlich, find den nicht hässlich. Soll ich dir mal sagen? Das geflappteste Auto in den USA einfach. Hat kein Ami gekauft, weißt du warum? Übrigens, das Bild ist jetzt schwarz, jetzt sind wir übereinander. Ja, ich weiß, ich hab's geändert jetzt. Ein anderes Bild. Ist doch auch gut, oder nicht? Boah, das hat lieber Bleistipte. Also, die Mustangs fand ich immer ganz schön. Also, außer die ganz, da, da, diese, diese runden hässlichen. Nee, ich mein, ich mein jetzt, wir sind ja gerade beim Thema Edsel. Ja, die findet den nicht hässlich. Das Auto wollte keiner haben, weil es den aussah wie eine Möse. Ein Opel Monster wollte auch keiner haben. Der wurde nur 46.000 Mal gebaut. Erste Serie, zweite Serie und alle Motoren insgesamt. Mehr nicht. Ja. Das ist halt einfach nicht meine. Weißt du, das sind halt solche Sachen, der Zeitgeist ändert Sachen. Und ich sag dir, wie das ist. Ah, aber der muss. Jetzt probiere es Zeit, in zehn Jahren ist ein Multiplan seltener Oldtimer. Wir können uns in zehn Jahren nochmal drüber unterhalten. Ich glaub's nicht. Also, die können wir immer nach Scheiße finden, aber das ist trotzdem selten. Weil dann gibt's ja vielleicht was bei einer Stückform, weil die alle verheizt wurden. Also, mir könnte jetzt einer schreiben, ich hätte einen Multiplan rostfreien mit 10.000 Kilometer gelaufen, ich würde den nicht nehmen. Auch nicht geschenkt. Soll ich ehrlich sein? Den würde ich dir dann weiterleihen. Ich finde ihn auch portend hässlich. Kannst du doch nehmen. Einfach wegstellen. Also, ich würde den nicht haben wollen. Das ist mir der Stammplatz für zu schade, wenn ich ehrlich bin. Genau, jetzt mal mach ich ein Halm-Tor auf und der ist mal so... Du musst bedenken, meine Halle kostet 600 Euro Miete im Monat. Ist doch noch günstig. Ja. Ein Glück. Ich wollte aber damals bis 450 bezahlen, aber ich hab nichts mit dir was gefunden. Ja, Fakt auf jeden Fall ist, die kostet so und so viel Miete im Monat. Überleg mal, wenn du jetzt den Quadratmeterpreis abrechnest, ein Auto hat, sag ich mal, acht Quadratmeter, und das bezahlst du im Monat für dieses Auto, nur weil es da in der Ecke steht. Ja. Und das ist mir multiplanisch wert. Ja. Siehste? Ich will mir auch keinen hinstellen. Höchstens draußen irgendwo. Aber irgendwann stehen wir davor und sagen, scheiße, warum haben wir keinen gekauft? Glaub mir nicht. Ja, das sag ich heute bei vielen Autos. Ich hatte meinen Escort 3 rostfrei, ne? Ja. Den hab ich verkauft, ich Idiot. Ja. In Silbern. In Nijia, ne? Ausstattung. Ja, das war früher, hier, Ford Orion. Wir wollten einen Ford Orion haben. Heute sagst du, du bist bekloppt, hättest du den behalten. Aber damals war ich auch schon, ich mach lieber nur Opel, ich fang jetzt nicht mit Ford an und so. Ja, heute denk ich mir, du blöder Hund. Sag mal, es gibt einen Ford, den ich ever hässlich finde. Das ist Ford Scorpio. Den krieg ich nicht, den kriegst du nicht schön. Ford Scorpio, ja, kenn ich. Deswegen, den find ich hässlich. Aber Ford Orion find ich mittlerweile schon wieder cool. Ford Scorpio, zum Beispiel. Ja, Orion, ne? Der war auch mal hässlich. Kennst du den Orion? Ja, kenn ich, kenn ich. Da ist doch der Escort Stufenheck. Ja, mit diesem runden, großen Scheibenwerfer von da drin. Ist dort wie der Jetta in dem Sinne bei VW. Ja, das war so der Sturm, kannst du so ähnlich sagen. Ja. Deswegen, das ist so ein Ding für sich. Da fahre ich aber, wie gesagt, momentan ist der Markt sogar 90er Jahre Amis, wie hier Kreisler, Stratos, Liberian und so, weil die ziehen sogar langsam an. Sogar da kannst du Geld reinvestieren. Wessen Geld investieren kannst du, wie gesagt, hier momentan im Mofas, wo die Arsch gefragt sind? Sagst du nächstes Jahr? Das wurde nicht so. Ich weiß, du wirst kein Mofa-Fan, aber ich sag dir das. Ja, kann sein. Also bei mir wirst du nie ein Mofa sein. Deswegen, und hier, ich sag dir, wie es ist, hier in den nächsten Jahren wird sich einiges ändern in der Szene. Ich war heute auf dem Ultimertreffen, die haben ja einmal ab 85 gehabt, das Ultimertag, und Youngtimertag ab 1994. 94, ja. 94, also für das 94 kannst du rauffahren. Ab 95 kam der Audi A4 raus. Deswegen wollen die das H-Kennzeichen auch auf 40 Jahre hochsetzen, weil immer mehr Autos, die eigentlich nicht mehr danach aussehen und auch immer mehr Techniker reinwutschen. Weil die Autos hier, wie gesagt, die Autos hier, die haben sich eigentlich optisch nicht groß weiterentwickelt, finde ich. Ja, die werden immer runder, also merkt man. Also wenn du dir jemanden in den Zeitraum 94 Vectra A Calibra anguckst, ne. Alter, die werden größer. Stell dich mal mit, ich hab ein riesengroßes Army-Schiff, mein Pontiac ist ein riesengroßes 5,20 Meter langes Auto, ne. Ich mich da neben einem neuen Mercedes ML stelle, dann sieht das aus wie ein Zwerg. Das stimmt auch. Aber wenn du in so ein ML reinguckst, da bist du drin, der Zwerg. Weißt du, was ich meine? Ja, du hast ein riesen Amaturnbrett mittlerweile, ne. Du hast ein Amaturnbrett da, wenn dir da was dahinter fällt, dann kommt's da gar nicht mehr dran. Scheibe putzen ist auch schon vorbei. Ja, Mann. Ja, das ist ja, jetzt hab ich mal von einer gefragt, die Leute sind bei der großen Autos gewohnt. Das hab ich in einem Kommentar gelesen bei mir. Ich lese jeden Kommentar, und jeder Kommentar wird mir auch geherzt übrigens. Jeder. Jeder Kommentar kriegt ein Herz von mir. Bei jedem Video, jeden Tag. Ne? Und pass auf, da hat einer geschrieben, ich hab mein Radio und mein Trabant, ich hab da so ein Bildschirm, so ein DVD-Radio eingebaut, für meine Tochter. Ne? Beifahrerseite. Da hab ich einer gefragt, wie soll ich denn da rankommen? Da hab ich gedacht, wieso? Wie soll ich denn da rankommen? Gute Frage, so überlegt, ne? Sie hat mich da rein in das Auto, geh da ran und denk, ungefähr Armlänge bis hier, bin ich da rangekommen. Weißt du, das ist, weißt du, das ist ein kleines Auto. Aber die Deutschen kennen keine kleinen Autos mehr. Zeiten sind vorbei. Mittlerweile kennen die Leute nur auch das, was jetzt auf den Dings und Parkplätzen steht. Und dann kommen die da an auf den Parkplätzen, die sind alle voll bis oben hin und beschweren sich dann. Scheiße, ja, alle Parkplätze voll, ja, kein Wunder, die kaufen sich auch alle irgendwelche Familienbomber, die sind da hier 5,40 Meter lang. Parkplätze, heutzutage sind da eh größer mittlerweile. Alter, ich hab mal den 911er für meinen Vater, das G-Modell. Das ist schon ein ziemlich breites Auto. Das ist ja, das ist ein 3,2 Liter Carrera. Der ist schon ziemlich breit. Hab den wirklich mal originalen Ligen nagelneuren 911er gestellt. Weißt du, wie das aussieht? Das ist unglaublich. Spielzeug da, ne? Fett sind die geworden, die Autos. Ja klar, die werden immer größer und immer kleiner. Guck dir die ganzen, die sind ja nur noch Lifestyle-Kombis an. Du kriegst doch nichts mal hinten rein. Alter, da geht nichts rein. Mit abfallendem Dach hinten und die ganzen schwarzen. Aber, ja, hier, Kreiser 300C, bestes Beispiel zum Beispiel. Obwohl ich den geil finde, wenn ich ehrlich bin. Aber, das ist ein gutes Beispiel. Der Kombi davon. Der geht auch hinten runter, der kann sich aufsetzen hinten. Ja, neu. Ja, ich, also, ich weiß auch in Zukunft nicht, was für ein Auto ich mir überkaufen werde, weil der Signum jetzt, Baujahr bis 2008 gebaut. Ja, was danach kommen soll, also Opel-mäßig zumindest, weiß ich ja, ich sag nicht. Soll ich ehrlich sein? Ich weiß, was für ein Auto, wo ich fahre. bei der Intra-Bahn. Ha, für mich wäre das wieder zu wenig Leistung. Also, das hört sich vielleicht jetzt noch ein bisschen beklopft wieder an, aber selbst in meinen Oldies, bis auf Edgar jetzt, der hat ja 1,6er Automatik brutal. Verstehe ich. Bin ich ein Fan davon, dass die Autos schon ein bisschen Leistung haben. Auch alt, wenn sie alt sind. Aber soll ich, überleg mal, ich hab da ein 26 PS Papp-Auto stehen, ne? Da ist gar nichts drin. Soll ich dir mal eine Sache sagen? Wenn du scheißt aus dem Signum da ein, in dieses Trabi-Auto, ne? Dann denkst du erst mal, ja, scheiße. Glaub mal eine Sache, fahr den drei Wochen, ne? Dann ist dir das scheißegal, wie schnell der ist. Das merkst du gar nicht mehr. Meinst du das entschleunigt? Du gewöhnst dich. Du entschleunigst dich. Weißt du, wie geil das ist? Ich hab ja nur, ich hab ja nur langsame Autos eigentlich. Ich hab ja der Camaro, gut, 57er Corvette V8, ist ein schnelles Auto. Aber alles andere ist eigentlich relativ langsam, was ich habe. Okay. Und wenn du in so einem Trabant jeden Tag durch die Gegend fährst, dann steigst du in so eine kleine Minikiste da ein, oder sag mal eine Golf 1 ein, hab ich heute gehabt, von Pontiac auf den, ne? Dann denkst du, das ist eine Rakete. Das Problem ist, die Autos werden immer schneller. Du gewöhnst dich an diese Geschwindigkeit und willst immer mehr haben. Ich mein, ich bin schon alles gefahren. Dank Rufen konnte ich auch schon einen Vora 6 Turbo mit über 500 PS fahren. Ja. Ne? Also ich kann wirklich, ich kann wirklich sagen, ja, das ist, das ist halt, je größer dein Alltagsauto wird, desto langsamer kommt dir das vor. Wenn dein 3,2er V6, wenn du jetzt fährst, dann kommt dir irgendwann langsam vor. Wenn du öfters Gas gibst. Ja, ist es auch so. Du fährst mit dem 200, du hörst nichts eigentlich. Und ja. Genau. Wenn an dem Ascona, den einen ich hab, mit 1,8er, 115 PS, der fährt auch, ja, 190, echt. Ja. Da rappelt alles und bambam, bambam und Wind. Da merkst du das. Dann denkst du, oh, Wenn du jetzt im Alltag die langsamste Gurke fahren würdest, die du kriegen kannst, ne, dann weißt du, jedes Auto, was du hast, zu schätzen. Auch wenn es eine Heizung hat, das weißt du auch zu schätzen, weil ein Trabatt, keine gute Heizung. Ja. So seh ich das. Und so halt ich mir mein Hobby so ein bisschen geil, weißt du, da hab ich Bock drauf. Gut, ich finde Trabi allgemein cool, ne, aber mit dem dazu. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das nur Rost-Auto schraube, ich hab ja, 13 Autos insgesamt. Ich hab auch einen Porsche. Ich hab wirklich alles. Aber ich sammle ja auch schon seit, jetzt, tausend Jahren. Acht Jahren oder was? Also ich bin ja nicht alt, ich bin 26. Aber ich hab schon gesammelt, bevor ich einen Führer schon hatte. Meinen ersten Porsche hatte ich mit 50. Auch 9,24, oder? Ja, eigentlich hatte ich meinen ersten Porsche, den 9,24, den ich jetzt hab, hab ich mit 50 gehabt. Ah, okay. Und meinen richtig ersten Porsche hatte ich übrigens hier, wann hatte ich den gehabt? Ich glaub mit 8, 9,24 S hab ich gehabt. Ohne Motor. Als Spielauto. Und hab da hinten Sessel hinten reingestellt, in den Kofferraum. Hab da eine Playstation, die Nintendo, Super Nintendo hab ich gehabt. Hab da auf den Dach gestellt, eine Plade weggepackt, davon mal ein Auto. Wir haben eine Anmerkung hier. Schade, uninteressant, heute da ja nur die beiden brabbeln und die anderen im Chat sind ausgeblendet. Jungs, ihr seid, ihr seid, tut mir echt leid, das stimmt, ihr habt vollkommen recht. Ja. Ihr geht nicht auf den Chat ein, Aber das ist halt, wenn du im Gespräch bist, wir können ja mal gleich eine Chatrunde machen, da können die Leute fragen und eine Anmerkung. Wir sind ja eigentlich durch, komm, lass uns eine Chatrunde machen. wir müssen ja oben auch wieder raus arbeiten. Scheiß Arbeit, ich glaub, wir harzen einfach jetzt. Ja, kann ich mir nicht leisten. Wann musst du eigentlich morgen raus und fahren? Soll ich ehrlich sein? Ja, sag. Ich stehe morgen um Viertel vor zwei auf. Ach du Scheiße. Ich kann bis 5.20 Uhr pein. Du hast Glück. Ich stehe um Viertel vor zwei auf. Ach du Scheiße. Viertel nach zwei gehe ich von meinem PC weg. Ich beantworte tatsächlich morgens auch tatsächlich viele Kommentare noch und hier mein Herzchen. YouTube ist ja so ein bisschen mein Nebenjob auch. Ich mache es da freiwillig, aber es ist irgendwie auch ein Nebenjob und eine Verpflichtung, die ich mir selber aufgeboten habe. Okay. Aber freiwillig. Nicht aus Schwang. Und dann hier fahre ich meistens gegen halb drei los zur Arbeit. Ich fahre um halb vier. Ich fahre ein bisschen länger dahin. Ich fahre um halb vier, dann fahre ich dann los mit dem LKW und habe dann meistens immer so gegen darf ich auch nicht sagen. Ja. Dann musst du nur den Rüssel irgendwo reinhalten und dann geht es ab. Ja, das ist schon ein bisschen mehr wie den Rüssel reinhalten. Ja, gut. Ich fahre ja nur Koffer. Also Sattel mit Koffer. Also Tankwagen ist Tankwagen ist das Problem, das ist nicht ganz so einfach, weil du hast halt einen Scheißhaufen Verantwortung und du darfst ja nichts verkehrt machen. Aber das ist auch kein Gurkenprinzip. Wenn man eine ABS läuft und da an ist, fahre ich nicht los. Das ist auch richtig so. So, ich würde mal vorschlagen, auch wenn ich mich jetzt unterbreche. Sollen wir bis ein Viertel nach zehn oder so jetzt Chatfragen beantworten und dann so lange sagen... Ja komm, lass uns mal auf den Chat gehen. Die Jungs tun mir leid. Das ist echt scheiße. Genau, das ist auch ein bisschen gemein. Du bist schuld übrigens. Ja, ich weiß. Alter, muss der Arsch sein. Ich bin immer der Arsch. Ich bin der Kollege Arsch. Ich habe nur noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Pommes. Siehst du? Die Wurst ist weg. willst du auf Fragen eingehen? Dann kannst du erst mal was sagen und dann kann ich was dazu sagen. Okay, rufen steht das um zwölf auf. Was? Das würde ich auch gerne können. So, für den Mittag. Rufen hat ein ziemlich freies Leben. Das ist ein cooler Typ. Das ist wirklich so. Freier Mitarbeiter. Oliver fragt, ob ich Werbung machen kann für unser Treffen im Willemshafen. Ich wurde bisher noch nicht darauf angeschrieben. Ich bin bisher nur Gast da, aber ich fahre da auf jeden Fall hin. Ach hier, Marc ist auch da. Oh, hi ihr Penner. Ja, danke Marc. Marc, du bist auch bald dran. Du musst auch in meinen Podcast. Vor allem Pott. Mit Pott. Ihr habt sogar schon die Ohren links das Bild, habe ich so weit mit dir. Helco, bockern war geil. Und mein Mofa zeige ich euch morgen. Da kommt ein Video morgen zu. Mein neues Mofa. Das wäre ja langweilig, wenn ihr das jetzt sehen würdet. Der neue, ach hier, der neue Gruppenpc, Leon ist noch nicht angebaut. Ist noch nicht, kam ich noch nicht zu, bin ich ehrlich. Ich habe mit dem PC geschenkt, Leon. So bist du dran, Jensi. Ja, ich gucke gerade, aber ich sehe keine Frage, die mich betrifft. Die hassen mich doch noch alle. Wieso? Wenn du jetzt Jan guckst, hast du Interesse am VW Polo? Hast du ein Interesse am VW Polo? Ja, geschenkt nehme ich den. Da baue ich auch eine Gurke zusammen. Nein, aber er will aber Geld für haben. Ja, ich muss erst mal anders sein. Fertig, Mann. Das ist das Problem, was wir vorhin angesprochen haben. Ja, ich will aber dann auch keinen Opel kaufen. Ich will ja keinen Opel, sondern hier keinen VW kaufen. Ich will einen Opel kaufen zur Zeit. Ich will Richtung Opel, dann suchen. Ich würde auch gerne ein Polo mehr haben, aber ich suche momentan noch meine zweieinhalbtausend Quadratmeter Halle. Lange ich die nicht habe, kann ich mir noch keinen VW kaufen extra. Ich hätte eine größere Halle, habe ich schon erwähnt. Die ist schon wieder vollgemüll, die jetzige. Mein Gott. hier, hier, Ingo's Werkstatt. Was hast du erst in diesem Stream gelernt? Hast du hier was gelernt? Äh, Ingo, ganz ehrlich, nein. Nicht so wirklich. Wir haben uns super unterhalten, würde ich mal sagen. Ja, das ist Bescheid. Äh, Brackelmann weiß nichts über dich. Ja, daran sieht man, wie wir doch verschiedene Zuschauer haben, obwohl wir dasselbe machen. Das stimmt. Ja, du weißt nicht, warum ich, geh, such einfach mal Aski-Fan den Kanal, schau dir die bekloppten Videos an und, ja. Ist so. Dann kannst du entscheiden, ob du ein Abo dalässt oder einen Daumen runter. Was machst du falsch? Du musst sagen, Abo oder Arschtritt. Ja, oder so. Ne? Was haben wir denn noch hier? Jetzt bin ich wieder dran, was müssen wir abwechselnd machen. Was haben wir denn hier? Ich will die Polen nicht aus der Halle schmeißen, die brauche ich noch für den Gabelstapler. Ähm. Wann geht der Rot-Trip los? Keine Ahnung. Jetzt bist du dran. Was hältst du davon, wenn man eine Werkstatt im Keller einrichtet? Ja, warum nicht? Kann man machen, aber man muss da ein bisschen mit Lackieren und so aufpassen, sonst vergaßt man sich. Aber eigentlich sollte man eine Werkstatt haben, wo man ein Auto reinstecken kann, weil das macht alles ein bisschen einfacher. Ich glaube, Lufig ist der andere. MNOR ist Lufig. Kennst du den eigentlich? Nein, ganz ehrlich. Musst du den mal angucken. Lufig ist ein YouTuber, der tatsächlich durch uns entstanden ist. durch Uven und mich. Ich kann aber auf seinen Kanal gleich mal gehen. Ist echt ein fein Kerl. Musst du dir mal angucken. Er hat so eine eigene Art, die musst du erst mal verstehen und danach ist das cool. Uven hat so einen kleinen, der wurde in so einem riesengroßen Wohnhaus, musst du dir vorstellen. Ja? Da ist, der hat da so einen Kellerabteil, das ist nicht sorglich groß und da will ich eine Werkstatt einrichten und das finde ich, das ist eine gute Idee, man muss immer eine Möglichkeit haben, irgendwas daran machen zu können, an seiner Autos. Er hat kein Auto, er hat ja nur sein, er sagt so, sein E-Fahrrad und sein Fahrrad-Anhänger. Kauf dir einen alten Senator, ja, den Senator B finde ich auch nicht schlecht. Guck dir jetzt mal Lufigs Kanal an, der will keinen Senator fahren, glaube ich. Der hat nicht mal einen Führerschein. Lufig ist Mopedschrauber oder hier, ach so, da kannst du das auch im Keller machen. Mopeds und so kann man sich auch im Keller machen. Also da passt Mopedschrauber rein, theoretisch. Allerdings muss man sich mal eine Pucht gönnen. Bin ich für. So, gut, äh, ja, jetzt bin ich nochmal dran, ich hab die gerade reingelabert, sorry, aber hier, kein Lufig halt. Bin ich von dir ja gewohnt. Standard, ich labere immer rein, das tut mir leid, Alter, ich bin auch scheiße in so einem Podcast hier eigentlich, aber ist lustig. Da musst du jetzt mal lernen, Max, du musst dir noch ein Audi in 100 kaufen. Ich finde, das ist ein geiles Auto als Daily, wenn ich mal billig einen finde, ich kann vielleicht sagen, dass ich eventuell nicht abgeneigt wäre, aber müssen Tui's nicht. Bist du dran? Äh, hier fragt Thomas G. Sohn Daddy 3 war 3 bis 4.000 Euro, kein diese, Minus 150 PS, was alles Neues, was kannst du empfehlen? Dein Signum, verkaufst du sie gar nicht für 5.000. Genau, für 5.000 kann ich mein Signum. Ja, ganz ehrlich, für so viel Geld, ähm, ja, vielleicht wirklich ein Vectra OPC. 280 PS. Da gibt es wirklich viel für. Oder irgendwie so, ja, das ist schwierig, da muss man viel drüber nachdenken, weite Strecken, Reparaturanfälligkeit, was auch immer, da würden wir noch morgen drüber reden. Soll ich ehrlich sein, ich könnte die Frage nicht beantworten, weil ich in diesen hohen Dingsen, ich gucke immer bis 500 Euro, danach ist bei mir eh vorbei. Also, das teuerste Auto, was ich gekauft habe, war jetzt, war glaube ich damals sogar der rote Ascona mit 1.300 Euro damals. Du hast Geschmack, das finde ich, das höre ich gerne, das ist vernünftiger Kaufpreis für ein Ascona. Das teuerste, was ich mir gekauft habe, war mal ein Lada Niva für 3.600 Euro. Ich habe jeden Pfennig weggeblutet. 3.600 Euro, ich finde Lada Niva schon gut. Und ich bin aber zur Bank gelaufen damals, das weiß ich noch. Was für eine Scheißidee. Die zahle ich heute nur ab. Wenn dann C20 LED, ja, aber die sind mittlerweile zu alt und die kriegst du nur Vectra A Turbo, unbezahlbar, Calibra Turbo, genauso unbezahlbar, die Motoren und danach gab es ja schon im Astra G OPC 2 die Nachfolger-Turbomotoren. Achso, hier, ich kann dir mal sagen, wenn du mal wirklich irgendwas mit Turbomotoren hast, auch hier C20 LED XE, gut, XE ist dann Saug, aber egal, hier, mein Kollege Ruven, der hat jeden Opel durch, der hat auch Ultimer, der hat alles durch, nur einen Vergaser, da hat er keine Ahnung von. Aber sonst, der hat wirklich, sag mal, was Turbo-Tecke angeht, alter Schwede, der baut alles. Ja, kann ich dir mal da anschreiben, wenn ich mein Slat auch da umbaue. Wollte ich mal so gesagt haben. Ja, das war immer gut, Kontakt war immer gut. bei den Turbo-Gedöns. Ja, also die schnellsten Autos, die ich mein Leben gefahren habe, die bin ich hier hingefahren. Turbo-Schmiede will jetzt haben, schreibt ja, wenn du mal Teile brauchst, melde dich. Das GONAC, ja, bei Wolters, ne, Michi Wolters ist ein Opel von uns, der hat wirklich alles. Tatsächlich haben wir in hier Wilmshaven eine sehr, sehr große Opel-Szene. VW-Szene haben wir gar nicht, was ist ein Opel hier? So geil. Ja, ist auch richtig so. Nein, wenn du wieder bei Marken kannst. Ne, finde ich ja geil, wenn du so Quellen auftun kannst und, ne, ist auch immer cool. Ja. Hier, Ludwig hat das teuerst, das teuerst für mein E-Fahrrad gekauft für 2.100 Euro. Da kriegst du schon ein geiles Auto für, Ach, das ist das beste. Aber wenn es neu ist, ist wirklich so diese teuerste Scheißdinger, ne? Mhm. Also, die kurze, also, das Dickster in Opel, wo ich mal gefahren bin, das war eigentlich nur ein Vectra. Opel hab ich nie. Also, ich hätte immer mal einen Senator haben oder irgendwas. Hm. Nie gekriegt. Nie. Was steht denn hier? Ach, Tadde sind Fragen. VW braucht keiner, außer Ruhm. Das ist Winnie. Winnie ist aus der Opel-Szene in der Wildenshafen. Das ist einfach, was ich meinte. Ach, wie ich sage. Ich würde sogar ein Golf 2 oder sogar ein Golf 3 Projekt auf meinem Kanal machen. Welche gute Substanz günstig kriege, also, oder für umsonst sogar. Warum nicht? Vor allem bei VW kriegst du ja alles an Tuning und so. Ja, Mann. Deswegen frei VW mittlerweile. Da kriegst du ja gar nichts. Versuch mal von Ascona 10 noch einen vernünftigen Sportauspuff zu bekommen. Da bist du verloren. Oh, tiefes Fahrwerk. Es gibt nicht mal ein Gewindefahrwerk von Ascona 10. Weißt du, weißt du, was ich am Polo 86C so hasse? Ne. Gutes Gegenstück eigentlich. Dass es kein bezahlbares Fahrwerk dafür gibt. Sogar so ein scheiß TH Technics Fahrwerk kostet über 300 Euro. Hä? TH taugt nichts. für den 86C, da gibt es kein gutes Fahrwerk für. Ja, richtig. Ich bin froh, dass ich letztens für ein Derby geguckt, dass ich wirklich mal tief fahren kann. Ich habe nur Federn drin. Ach, das lohnt sich nicht. Jens, Omega 3000, ja, cooles Ding. Ja, Mann. Wenn du noch einen kriegst. Guck mal, Vectra 500i, den kann ich noch nicht. I500 kann ich. Äh, ja. Mein Bruder hat Vectra BV6. Weißt du, was ich nicht mag? Dieses ständige musst du dir kaufen. Das mag ich nicht. Alle musst du dir kaufen. Unbedingt kaufen. Wann muss ich denn? Bibi muss ich. Ne? Weißt du, das mag ich nicht, überhaupt nicht. Ach hier, Moin Diana übrigens, sie ist auch hier. Das ist übrigens auch ein Autokanal. Wer? Hier, Diana ist Autoliebe, ist auch ein Autokanal. Ein ganz kleiner und der hat leider eine ganz beschissene Kamera. Hat sie eine bessere Kamera, dann hätte sie glaube ich auch mehr Zuschauer. Man kann doch das Handy benutzen dafür. Das Handy ist aber nicht gerade gut, was sie hat. Leider. Also ich gucke, ich gucke selber auch ganz gerne. Aber hier, hier, habe ich mal geschrieben, so eine Kamera, die kostet, die kostet, 120 Euro kostet die ungefähr. Meine ersten YouTube-Videos haben wir mal ein iPhone 4S gemacht. Ey, meine ersten, die sind schon sieben Jahre her, meine ersten YouTube-Videos. Die habe ich mit einem Motorola DeFi gemacht. Ja, geht alles. Lotus Omega, ja genau. Vorschlag zum E1630er und dann steht da eine. Du Kfz-Schrauber, ich habe tatsächlich Thea-Technik ist eine Eigenmark von H&R. H&R. Echt? Also ich weiß, dass AP und ST Schwestermarken von KW sind und deswegen ganz in Ordnung sind. Kann mit arbeiten, ne? Ja, ein Thea-Taugnich zum Beispiel ist halt ein Ding, da hast du null Kampfort mit. Ist so. Ja, die alten vor allem. Also ich meine, die haben sich schon weiterentwickelt, aber die alten Thea-Taugnich, die waren mit richtigen Schwachsinn und die haben total chronische Sachen gebaut. Sie haben irgendwie Gutachten für zum Beispiel alle Motorenvarianten gehabt bei BMW, ob Sezzylinder, ob Vierzylinder. Deswegen waren die Federn beim Sezzylinder überlastet und lagen auf Block und das war knallhart. Ist auch geil, wenn du tiefer fahren willst. Ja, das hatte Zulassung. Damals war das so. Ich glaube, aber mittlerweile sind die schon ein bisschen weiter bei Thea-Technik. Die kaufen ja auch nur alte Fahrwerktechnik ein, ob jetzt von H&R oder was auch immer die Technik ist. Es ist nur alte Fahrwerktechnik. Ja, aber ich bin ganz ehrlich, ich hätte nochmal Bedenken, mir so ein Fahrwerk zu kaufen. Auspuff kannst du von denen kaufen, das ist ja egal. Ja, aber die bieten ja alles an. Pläu, Bremsschein, alles. Soll ich meine Erfahrungsberichte sagen? Sag mal, ich habe schon mehrere Autos in meinem Leben auf dem Feld verheizt. Früher war dummtych nichts gegen mich. Hättest du mal damit angefangen. Aber mit allen möglichen Fahrwerksvarianten drin. 6Ns eigentlich. 6Ns sind früher gestorben bei mir. Alter Schwede, 50 Euro für ein 6N und dann flog er. Auf einem großen Berg auf dem Feld stehen, da bin ich schon mit 80 Tagen hochgeflogen, habe ihn dreimal schlagen lassen, gegen den Baum gefahren, alles. Also ich kann sagen, sogar so ein Thea-Taugnix-Fahrwerk hält gut aus. Also ich bin, ich sage mal, Preis-Leistung, wenn du billig, einfach tief fahren willst, nicht unbedingt jeden Tag geht das. Ja, ja, klar. Also wenn du nicht wie ein Bekloppte heizst, dann kannst du halt auch fahren. Das ist klar. Ja, ja. Zum Beispiel, ich bin ja der Gurken-Einser, mit dem ich runtergefahren bin, der hat ja auch hier, der hat ein Jugendfahrwerk drin gehabt, glaube ich. Der ist auch nur ein billig Fahrwerk. Das geht. Du kannst so mitfahren. Aber ich sage mal, wenn du halt billig, nur tiefsach, dann geht das. Also ich habe meinen hier 86C-Pono, den grünen. Auch ein Thea-Technik-Trend. Ich sage mal so, für Edgar zum Beispiel, der wird ja kaum bewegt. Wenn ich jetzt nicht das Falkland drin hätte, da würde sogar ein Thea-Taugnix auch reichen, fährst du eh mit kaum. Deswegen, das ist das Banik-Termin. Ob das dir seit 10 Jahren kaputt geht, ist es ja egal, ne? Das ist das, was ich sage. Guck mal, da schreibt einer, guck mal, da schreibt es einer was von Trabant VR6, ne? Trabant VR6, auch mal, ne? Ja, was für ein Satz, das lese ich auch öfters. Jetzt, nichts gegen den Modellamt wird, das ist ein Feilenkehr, den schreibt viele Kommentare bei mir, aber das sind solche Aussagen, da kriege ich manchmal die Krise, weil hier, ich stelle dir mal vor, ein VR6, wo der Beschwerde ist, du musst ja eine 1-1-A-Trabi-Basis haben, was du verlängern müsstest dafür, dann hebt der, das Heck ab. Das Ding fährt nicht mal gerade aus, du musst ein Stück Blei hinten reinlegen, das Gegengewicht. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Hast du Brüder oder Geschwister, fragt einer. Zwei Stück, zwei Stunden, beide halb. Eine nach der anderen Modell, eine nach der anderen Verlangen. Halb und halb, achso, ich verstehe was ich schon sagen. Aber VR6 und Trabant, das ist halt, wie gesagt, das ist halt so ein Ding, da musst du ja erstmal einen 1-1-A-Trabi-Basis haben dafür. Das sind so Sachen, wo du sagen kannst, ja, lustige Idee, aber kann man nicht umsetzen. Ist aber nicht, finde ich nicht persönlich schlimm, ich habe viele jüngere Zuschauer auch, das ist halt, weil ich halt, ich mache ja viel allgemein, also ich habe viele Leute, was ich mir auch sagen, die haben gar keinen Bock auf Autos, die haben überhaupt, die Autos sind ja eigentlich gar nicht, aber die finden einfach lustig, was ich da mache. Da habe ich schon viele gehabt, die das wirklich gesagt haben. Deswegen bin ich ja gar nicht, bin ich ja gar nicht böse drum. Aber ich meine, so was, da kriege ich manchmal immer, wenn ich das Thema lese, dann kriege ich manchmal immer so ein bisschen Puls. Ja, weil die Leute stellen es auch so einfach vor, aber du musst die Teile erstmal kaufen, du musst erst mal, wenn das überhaupt möglich wäre, dich da auch mal mit beschäftigen, das ist das vernünftige, muss ja sicher sein, nützt ja nichts, wenn du dann deine dritten Kurve vorm Baum hängst, dann gibt es keine Videos mehr, nur weil du VR6 da drin hast. So, auch hier, Simson Reiters, ich danke nochmal für die Spende, hier noch, warte, nochmal hier, 21, 21 Mark, ich bin, warte, scheiße, 98, die jetzigen TH-Technik Gewindevertaugung eigenermaßen was, Luftfahrwerk von eben, schon, die bauen wirklich billige Luftfahrwerke für 1000 Euro, das ist schon billig, finde ich. Ja, ich habe auch für den Signum weg, toll gesehen, 1200 Euro, aber dann wäre teurer als ein Auto gekostet. Würde ich auch nicht, würde ich auch nicht machen, es würde ich, seh ich ehrlich, obwohl, wenn ich wirklich so überlege, so mein Golf 1 mit Luftfahrwerk, wäre schon geil, ne? Alter, wäre das geil. Ja, Leute, 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 also, wir machen jetzt folgenden Deal, er spendet alle, jede Woche 10 Euro, alle, und dann kann sich Mats in einem Monat an Luftfahrwerk für den Golf 1 leisten, also. Moment, jede Woche 10 Euro, und dann kann man sich in einem Monat, das sind 40 Euro, dann kriege ich keinen, doch, gerade für die Finanzierung. Nein, jeder Zuschauer. Rechne doch mal hoch, du hast, weiß nicht, durchschnittlich bei 12.000 Abonnenten, sagen wir mal, so 2.000 Zuschauer, jeder von denen spendet, ne? 10 Euro, dann, ja, dann reicht das, ja, dann hast du dann sogar. Alter, weißt du, es gibt halt diese Kanalmitgliedschaft, ne, was so ein Tücher und sowas haben, die ganzen großen. Ja, ich kann nicht rechnen, Entschuldigung, Leute. Das heißt, so automatisch zahlst du da ja irgendwie 5 Euro, oder weiß nicht, hab ich auch gesagt, würde ich gerne machen, aber nur mit 20 Cent. Überleg mal, das wäre in der Masse auch schon gutes Geld für die Projekte. Ich sag mal so, allein wenn jeder 1 Euro spenden würde, jeder wirklich. Mach das aus. Hättest du so viel Geld im Monat, also jeden Monat jeder deiner Zuschauer 1 Euro spendet, hättest du so viel Kohle für Projekte und sonst was, also Leute, mach das. Genau. Vergesst mich dabei nicht, ne? Ne? Deswegen, also du warst schon, warte ich mal, wie gesagt, ich mach's da nicht wegen Geld, ne? Aber ich bin immer, ich bin immer ehrlich, was ich sage. Aber es hilft, um Projekte und die ganze Scheiße zu finanzieren, damit man den Leuten auch mehr und besser sagt. das ist mir eigentlich, das ist mir eigentlich auch egal, mir reicht davon nicht, mir reichen die Werbeeinnahmen. Obwohl ich danke, für jede Spende hier bin ich wirklich dankbar, ne? Auch für jedes Fanpaket, ich hab teilweise so Verbrauchssachen gekriegt, weißt du, so Dosen oder anderem, weißt du, Bremsenreiniger, Flexscheiben, weißt du, das ist, das ist halt das, was wirklich Geld kostet auf Dauer. So ein Kram krieg ich wirklich dabei zugeschickt, da bin ich wirklich glücklich drüber, ne? Aber ich hab auch schon Sachen gehabt, sag ich mal, da hab ich wirklich, wie von Uli, von Brackelmann, das war noch ein bisschen ertretlich, weil ich kenn ihn halt persönlich, ne? Aber ich hab auch schon Taschenlampen zugeschickt, kriegt einen Wert von über 300 Euro, wie mein Lost Place Dinger damals. Und da hab ich echt, da kriegst du schon ein rechtes Gewissen. Weil eigentlich, ist jeder YouTuber irgendwie ein Bettler. Wenn du dir so einen Streamer anguckst, ich sag mal so, wer streamt denn oft hier, Dekalden zum Beispiel oder sowas, kennst du den? Nö, ganz ehrlich, nö. Also das sind meine Hörbücher während der Fahrt, die ich mir mal anhöre, weil das kann ich mir in den Hintergrund laufen lassen. Ich kann ja nicht gucken beim Fahren, aber hören kann ich ja. Das hören wir mir mal aus der Streamer an. Ne, solche Typen, das ist halt, das ist halt, YouTube ist sozusagen die moderne Bettelei. Also ich könnte mich sozusagen jetzt hier hinstellen und sagen, ja, ich würde gerne das und das haben, ne? Das ist ungefähr identisch so, als wenn ich an der Straße stehen würde, ne? Und vor allem mit dem Klavier einen vorspielen würde, wenn man mit der Gitarre oder was. Ne? Ach, ihr fragt, ihr fragt einen, was ist denn der stärkste vernünftige Motor, wer den man in Trabi einbauen könnte? Äh, ein GTI-Motor. Golf 1. Also, in der allgemeinen GTI-Motor, du kannst ja auch einen Lupo-Motor einbauen, hab ich auch schon gesehen. Aber du musst aber, ein Trabi-Motor, Trabi ist nicht gleich Trabi, also im 601, gar keinen. Möchstens war Bandumbau, mit einem Wartburg-Motor, ne? Aber hier, das geht nur zeitgenössisch, aber ich sag mal, wenn du einen 1.1er Trabi hast, der hat ja original einen Polo-Motor drin, den einen Liter, diesen AAV, glaube ich, wie der heißt, ähm, da kannst du, also ich würde, so als Spaßranse, wir dürfen nicht einmal einen 1.6er da einbauen, 75 PS oder sowohl. Einfach nur so, reicht auch. Trabi geht dann ab. Ja. Äh, G60, rufen wir direkt, G60, kannst du auch fahren. Zum Thema Spenden und so, also ihr müsst immer damit rechnen, Spenden und YouTube-Einnahmen, 50% davon muss man weglegen für das Finanzamt um den Dreh. Da ist man auf der sicheren Seite. Ja, das ist rein theoretisch, also der Finanzamt rasiert dich damit. Genau, also ich hab mal Steuererklärungen letztens auch gemacht, hab das angegeben. Ich hab ja, vom letzten Jahr, weil ich ja 65 Kilometer Fahrstrecke hab, krieg ich ja ein bisschen Geld zurück. Aber durch, durch die YouTube-Einnahmen wird das dann doch wieder ganz wenig. Weil das, die, die hauen dir das sofort alles, das wird so versteuert. Das ist, ja, das ist, das ist so viel Geld. Die Leute sehen nur, denn man kann ja hier auf so Seiten gucken auch, der nimmt so und so viel Geld ein, sagen wir mal 400 Euro im Monat. Warte mal, lass das mal machen, das ist lustig. Social Blade meinst du, ne? Genau. Warte mal. Der nimmt so und so viel Geld ein. Das ist lustig, lass das mal machen, das stimmt. Das ist wirklich ein Klassiker. Steuern und so eine Scheiße, und die Zahlen stimmen dann auch nicht mal, aber du musst Steuern dafür noch abdrücken, nicht zu wenig. Warte mal, ich gebe mal erst mal dich ein, weißt du ja, ne? Warte mal hier. Dann gib mich noch ein, vergleich mal meinen mit deinem Kanal. Hier, blende das mal ein, hier bei YouTube. Ja, ich weiß noch nicht, wie das geht, warte, ich muss mich erst mal assistieren. Hallo, kannst du noch Bilds capturen, hier, du Oberprofi. mach ich gleich, warte eben, warte, sind sie bei, bei, bei Commando Hightech, ne? Aber ich habe zwei Bildschirme, und muss erst mal alles Hightech-mäßig hin und her schieben, hier. Ich habe nur ein Bildschirm. Ja, PC habe ich, meinen Haufen Geld vorauszugeben. So oldschool bin ich, ne? Ja, ja, ich nicht. Da bin ich, bin ich noch newschool. Oh, ich habe ein T-Shirt und eine Hose aus der Gippen an. Ich habe wieder Markenklamotten. Das ist hier, was ist halt hier, weil ich halt diesel, original. Lass mal auf, ich schalte jetzt mal in die Kamera um, weißt du, das ist die Kundenregel bei dir, ne? So, guck mal, das bist jetzt du. Ne, ich lese, ich lese mal eben jetzt vor, du musst halt jetzt mal zuhören, ne? Guck mal, du hast 599 Videos hochgeladen, du hast 8.422 Abonnenten und 4,3 Millionen Zuschauer insgesamt. Ne? Du verdienst monatlich zwischen 16 und 249 Euro. Das kommt hin. Ja, irgendwann so. Das kommt hin, oder nicht? 200 Euro kommt hin, denke ich. Ja, meistens. Genau, mit deinem, wir dürfen wir da übrigens öffentlich darüber sprechen, ne? Ja, man darf das nicht. Es gibt keine, viele sagen, das geht nicht. An den Chat eben hier, ich kann den Chat gerade nicht lesen, weil ich gerade beide Bildschirme voll habe, ne? Seid mir nicht böse drum. Ne, guck mal, da sieht man, da sieht man doch so sein Abo-Zuwachs und so fort. Ich will mal, ich will mal hoffen, ich denke mal wahrscheinlich, wird der bis nach oben gehen. Nach dem Stream hier. Äh, wäre da schön für dich, gönne ich dir auf jeden Fall. Gönne ich übrigens jeden anderen YouTuber auch. Rufen, hier vereinen auch Diana, die ist ja klein, ne? Das gehe ich, das gehe ich mal eben rüber auf mich. Das dauert nur ein bisschen. Oder noch länger, oder ich habe keine Ahnung, oder wo der, ja, es geht. Das will ich im Moment noch nicht. Da bin ich. Guck mal. Guck mal, zum Beispiel, ich verdiene monatlich zwischen 100 Euro und 1.600 Euro. Ja, um 1.600 Euro. Die würde ich auch gerne sehen. Ich kriege tatsächlich zwischen 300 und aktuell 450 Euro. Ich schätze diesen Monat sogar ein bisschen besser ein. Dafür. Ne? So bin ich ungefähr. So, pass mal auf. Warte mal auf. Wenn man da in deinem Video sagt, hört man Jens nicht mehr. Echt? Warte mal. Okay, dann, Jungs, dann hört man nur mir zu. Dann muss Jens halt eben wiederholen, weil ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe das nicht eingerichtet in den Ding. Moment, also, ihr seht auf jeden Fall, ne? Ich habe eben übrigens, hier bin ich ganz stolz drauf, jetzt fast 1000 Videos online, fliegt ja nicht mehr. Ne, ja, so ist das halt, ne? Gut, und ich schreibe mal wieder auf Jens zurück, nicht, dass ich Jens noch, vermissen wollt ihr ihn da nicht. Das ist ja der erste Beta-Gurken-Cast, wie gesagt. Jetzt müsst ihr wieder hören können. Hallo, Leute. Wenn ihr jetzt wieder redet, geht das. Ich hoffe, ihr hört mich. Ja, also, diese Einnahmen, die stimmen nicht, die da stehen, also, das ist Quatsch. Wir hätten gerne die Summen, wäre schon ganz cool, aber, Ich habe so Spenden gekriegt, sehe ich gerade. Sorry, Jungs, hab den Chat nicht gesehen. HLC Media, danke für die 4 Mark. Ähm, 58. Hört ihr mich jetzt? Gut, jetzt geht's weiter. Ich bin ja dankbar. Ist doch cool. Ich klingt sehr weit weg. Ne? Ja, ich bin auch weit weg, ne? Ja, ihr habt ihn gerade nur gehört, aus meiner Box. Ich habe die auf Lautsprecher. Ne? Aha. Deswegen, ja, technisch die begeistert, weißt du doch, Jensi. Ja, fürs nächste Mal weiß der Bescheid, ne? Ja, das werde ich eh wieder vergessen. Dein nächstes Opfer muss dann wieder drunter leihen, ne? Ja, ist so. Ja, man wird es machen. Naja, ach gut, Hauptsache, das läuft irgendwie, ne? So, haben wir denn doch mal einen Chat, bevor wir den Chat gleich wieder vergessen, die Jungs, ne? Haben wir denn hier? Björni ist übrigens auch dabei, Wiesel Wild. Meine ersten Videos, der Kameramann war Björni, das ist er, ne? Übrigens, mein Forum, futterforum.de, das hier verwaltet er auch. Das ist momentan ein bisschen Totos-Forum, weil ich keine Zeit habe. Sorry, Jungs. Ja, da musst du halt mal alles mehr, ne? Noch mehr Zeit investieren. Ja, da fehlt mir die Zeit. Ja, irgendwann ist Zeit auch Ende, Hast du auch das Problem noch nicht, ne? Ja, lange bist du am Tag? Wie lange ich fahren muss? Ja, Also meistens von, ich denke mal, du wirst jetzt lachen, weil da nicht so viel ist, von 6 bis 17 Uhr. Ah, das geht aber noch. Es braucht ein bisschen was. Also von normalen Arbeitnehmern ist halt auch so viel. Länger muss ich nicht arbeiten, also meistens sogar erst 16 Uhr frei. Deswegen geht's eigentlich. Also ich höre von vielen Fahrern, die 13, 14 Stunden da abhängen. Deswegen ist das schon in Ordnung. Deswegen kannst du nicht beklagen. Ja, und ich habe einen kurzen Arbeitsweg. Trotzdem habe ich keinen Bock, danach zur Halle zu fahren und was zu machen. Nee, das glaube ich. Aber ich, ich manchmal auch nicht, aber ich trete mich selber an den Arsch. Weil das ist eine Sache, womit ich weiterkommen möchte. Ja. Deswegen mache ich das. Das Film mache ich eigentlich nur nebenbei. Ich habe es früher wirklich nur nebenbei gemacht. Bei der Weile mache ich es eigentlich als Hauptsache und mache auch viel mit der Community, weil ich halt gemerkt, es kommt gut an, die Leute mögen das und wenn die Leute das mögen, warum soll ich das nicht weitermachen? Klar. Meinung zum Ford Capri, MK3. Geil. Ich finde Capri geil, ja. Da gibt es auch Turbo-Umsätze, also Original-Turbo-Umbausätze für den Vergaser. Wann hat der zum Ford K gewesen? Da wird anderes geworden, aber Ford Capri ist geil. Ja, Ford Tuck will keiner haben. Genau. Mit rostigen Tanddeckel, die gibt es gar nicht ohne. Ich finde den so hässlich, ja, unglaublich. Ja, aber ohne Scheiß. Bei Master Milo damals? Der erste Twingo. Abartig. Ja, ich habe mal so einen für meine Frau gehabt, einen Rundagogen, der lief ganz gut. Der hat nicht mal eine Lambda-Sonde gehabt, der hat es einfach zugeschmeißt. Aber die klappern doch alle irgendwie so komisch, ne? Ist doch egal, lass doch klappern, fährt doch. Das ist so Standard bei den Motoren, wenn es Tierspiel kann man eigentlich schon, die klappern noch immer. Ey, das ist immer die Nockenwellen, nach hier 20.000 Kilometer neu klangen die alle so. Die haben doch so CHV-Motoren, nicht OHC, sondern irgendetwas komisches. Und die Nockenwellen haben die Leute gehabt, so wie der Renault R5 und so weiter. Scheiße da, mein Gott. Unglaublich. Jensi, was ist dein Traumauto? Welchen fragt das? Habt ihr beide ein Traumauto? Also wenn es nach alten Autos geht, wenn ich jetzt bei Opel bleibe, würde ich sagen, Lotus Omega fände ich geil. Ja. Ist geil. Und bei den neuen Autos finde ich ganz ehrlich ein Astra J OPC geil. Von der Optik. Von den ganz, ganz neuen Autos. Also ich kann schon mal sagen, das Traumauto meiner Frau ist ein neuer Kreis der 300C. Mein Traumauto bei neuen Autos gibt es nicht, finde ich alles scheiße. Gefallen mir einfach nicht. Ich würde niemals ein Auto fahren, weil ich nicht reparieren konnte. Wenn ich selber heil machen kann, fahre ich. Ich würde mich da reinputzen und die Dinger. Vom Siegel hatte ich auch keine Ahnung, wie ich kennen muss. Ja, ist scheiße. Ich glaube, alle habe ich da schon was gelernt. Ich habe so einen Diagnosetester, den habe ich mal für 30 Euro gekauft und wischt. Und wenn der mir da auslesen kann, freue ich mich. Einmal habe ich mal einen reviewt. Der geht ganz gut. Der ist nur für VW. Naja, Fakt auf jeden Fall ist, bei allen Autos, was ich noch gerne hätte, ein schöner Chevy Pickup, ein Chevy K30. So wie der hier Michael Menosakis der verkauft, so ein Ding. Ich habe damals, ich habe früher Master Milo früher geguckt, die alten Videos. Ich habe die erste, der das geguckt hat und der hat damals, sein Kumpel hat so ein Ding gehabt und hat immer den ganzen Trott aus dem Graben geschoben. Das will ich auch, habe ich mal gesagt. Ich habe sogar damals tatsächlich einen 10.000 Euro Kredit aufgenommen, deswegen, um dieses Ding zu kaufen. Und danach sind die Preise so angezogen, dass ich das nicht mehr kaufen konnte. Dann kostet plötzlich, du hast eine Zeit an 10.000 Euro, die Dinger, und dann kosten die plötzlich, wo ich die haben wollte, alle 15. Ja, gut, dann habe ich irgendwann gesagt, ich brauche einen anderen Ami. Jens, kennst du die Gurke? Ja, die kenne ich, den Oliven-Travi. Das Video kenne ich. Ja, das Auto ist allgegenwärtig. 100 Euro von der Aufwachter gekauft. Und einfach nur angemalt. Und gut ist halt. Obkommen, und du kannst ja Obkommen, wenn du das Original hast, ja, wenn du diese China-Dinger hast, die Jain, zum Beispiel, nagelneue Steuergeräte, kriegst du nicht programmiert. Da musst du mit dem Tash 2, bei Opel hin, bei der erst die Software aufgespielt werden. Also apropos Steuergeräte, ich will mal eben meinen Kumpel Rufen unterstützen. Katze! Ich habe die Katzen hier eingesperrt, deswegen kackt die rum, siehst du. Ich schmeiße die mal ein, wir machen eh die Leistung gleich ein. Ja, wir können die auch mal ins Bett. Ne, mein Kumpel Rufen hier, DHL ist scheiße. Wir haben so ein Original mit einer E-Mu drauf, für seinen VW6 Turbo, so den kostet über 1.000 Euro, das Steuerrät verschlappt, und haben ihn 53 Euro irgendwann zurückgeschickt dafür. Versicherung, ja. Das ist der Arsch. Ja, also ich verstehe, dass er sich aufregt darüber, dass wir heute mal ansprechen. Ne. Aber ich habe noch gerne so einen Chevy K30 da, ich würde gerne ein Auto haben, mit dem ich gerade aus dem Graben fahren kann, das wäre geil. Einfach nur, was lustig ist. Und dann einer, Panzer war auch cool. Aber den müssen wir wieder tanken. Ich habe China und Bulgarien, da konntest du auch wirklich neue Steuerräte programmieren damit, Winnie. Ich weiß, dass du viel Auslesung kodieren kannst, es funktioniert ja alles. Du kannst ja auch Lenkstockmodul, alles neu anlernen, aber naja, müssen wir ausprobieren. Jens, kennst du einen DKW Hummel Supermoped? Nein, mit Mopeds kennen wir null aus. Mopeds ist nicht so eine Welt. Nein. Überhaupt nicht. Gar nicht. Null. Ich muss aber auch gucken. Ja, hier, 20.000, K30, da kriegst du kein Mopeds. Ich frage mir die Fragen. Wie findest du den Opel GT? Also den alten oder den neuen? Den alten pass ich nicht rein, wenn ich zu fett führe. Den neuen ist dann nur Saturn Sky. Das Problem ist, da kriegst du das Licht nicht mal an. Der Hebel sitzt nicht links von dir. Ja, ich komme jetzt gar nicht rein, das ist das Problem. Kenn ich. Der neue ist ja nur so ein Ami-Umbau. Deswegen. Du kannst fast alle Paketunternehmen in Tonnen hauen, weil da auch arme Schweine sind. Das ist doch nur noch klar. du hast LKW-Fahrer, du hast vollkommen recht. Das ist noch einmal sorry. Ich habe tatsächlich zwei Freunde, die arbeiten bei der DHL und die haben nicht gerade so, ich sag mal, den schönsten Job haben sie nicht. Aber Anna Waltig, die müssen ihren Job auch machen. Ja, einer muss sie ja machen. Ich will ja erwarten, wenn ich was abstinke, dass es auch ankommt. Ja, auch vernünftig ankommt und nicht verdellt. Wie gesagt, ich habe schon Fälle gehabt, da habe ich ein Fanbacker gekriegt, da war eine Dose Vitamals drin und da lag dann irgendwie noch ein Werkzeug mit drin. Ich habe das schon gehabt, da ist das Werkzeug durch die Dose Vitamals durchgebohrt und da war die Grafikkarte und da lag ein Arsch. Das ist so ein Kram. Das mache ich damit. Max, hol dir mal ein Opel GT. Ja, mach das doch, die paar Euros. Ja, das Problem haben wir gerade angesprochen. Ihr müsst bedenken, Opel GT legte also mindestens 15 hin für den schlechten. Das sind so Autos, genauso wie Manta B, kriegst du auch noch kaum gute. Und so wie ihr jetzt hört, ihr hört, ich kenne die Preise, was sowas kostet. Das heißt, ich beschäftige mich damit und die gucke immer. Deswegen brauche ich auch keine Ebay-Links. Was haltet ihr von dem Diagnose-Gerät von Lounge? Kenne ich nicht. Ich auch nicht, überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass das Delphi-Gerät wohl super geil sein soll, weil das auch bei allen Marken viel auslesen kann, aber kostet ein Schweinegeld. Deswegen. Also ich habe tatsächlich nur ein Gerät, ich habe ein Gerät, das kann ein bisschen Franzosen abkriegen, dass es eben wie alles ganz billiges aus China ist. Was erwischt, 32,99 Euro oder so. Und ich habe einmal eins mal reviewt für so ein, wie hieß der nochmal hier? Der hat mir tatsächlich zwei Geräte. Ich habe einmal so einen Drehzahltester da was zugeschickt und einmal nochmal nochmal und der habe ich vom Schraubplatz bin ich hingegangen und habe alle möglichen auch vom Schraubplatz ausgelesen. Ist geil, weil du Fehler kurz bei rauskommst, wenn du einen VW außen liest, der keine Tür hat. Das war nicht so. Das war ein ganz gutes Video. Hol dir einen Opel Vectra. Ich glaube, so ein Vectra A kann ich mir nicht so gut bei dir vorstellen, bin ich ja ehrlich. Der wirkt zu bieder. Soll ich ehrlich sein? Vectra A habe ich noch nicht gehabt. Vectra B habe ich schon gehabt. Ja, Vectra B ist aus der Konkurrenz. Du, ein tiefer gelegter Vectra B mit hier schwarzen Bobé-Felgen drauf, also die Alpen mit dem glatten Deckel noch und Olivgrün. Das ist in Ordnung. Oh, okay. Ja, es gibt so Autos, das sieht halt Olivgrün geil aus. Bei Trabant, ich finde, die ultimative Trabi-Farbe ist einfach Olivgrün. Und Taxigelb ist auch ganz cool. Wie lange geht das Film noch? Ich denke mal, wir werden um halb beenden, oder? Ja, müssen wir. Ich muss auch gleich wieder ins Bett. Er muss sehr früh raus. Naja, das wird es machen. Das ist halt so. Genau, komm, wir machen jetzt eine feste Zeit. Halb machen wir Feierabend, sonst wundert sich meine Frau auch, die ist auch gerade oben im Bett, guckt sich halt noch einen Film an. Normal kuschle ich mir noch ein bisschen im Bett und sowas. Ich habe mir halt aber schon gesagt, dass ich ein bisschen später komme. Also ich könnte mir sogar, also du stehst da vielleicht noch ein bisschen mehr auf Heckantrieb. Ein Omega-B kriegt man relativ günstig. Habe ich gehabt. 3,2 Liter MV6. Und? Nie wieder? Ja, soll ich mal sagen. Die beschissensten Ventildeckel der Welt, der pistet immer dieses scheiß Öl raus, immer auf die scheiß Kerzenstecker. Die waren dann nach zwei Wochen, waren die dann Rille, die Kerzenstecker. Und dann lief das Ding nur unrund mal so und so und da wollten die richtig laufen. Dann habe ich mir die Köpfe runter gebastelt. Also die Köpfe nicht, sondern die Ventildecke. Da habe ich dann von Vectra B draufgesetzt, von MV6. Kleiner Insider. Omega-B hat Plastik. Plastikdeckel. Die sind schon immer. Vectra B hat dieselben als MV6 aus Alu. Und die sind gut. Die sind auch schweineteuer mittlerweile, weil der Geheimtipp ist nicht mehr so geheim. Die wollen dafür nicht Schweinegeld haben. Das ist so. Ja, oder ein Senator B wäre auch eine geile Sache. Hätte ich Bock drauf. Aber Problem ist, wenn ich ein großes Auto kriege, momentan ist der Fall, warum ich viele Kleinwagen haben will und kaufe. Erstmal, weil ich ein Buda-Auto geil finde, so kleine Dinger. Und zweitens, weil halt so ein Auto wie mein Pontiac halt eine Menge Platz wegnehmt. Wenn man ein Camaro oder was, das Auto ist fünf Meter irgendwas lang. Der Camaro ist auch über fünf Meter lang. Und wenn ich jetzt einen Omni hier so einen Senator da hinstelle, du musst dir vorstellen, für einen Corsa B oder Corsa H, kriegst du den Motorteil nachgeschmissen auf jeden Schraubplatz für 2,50 Meter. Und du für einen Senator, für einen 3,24 Liter VE irgendwas haben willst oder was. Nicht so einfach. Nicht ganz so einfach. Ja, das stimmt. Ich denke ja immer kostenbewusst. Du hast die Katze an der Tür. Ja, du kommst gleich raus. Gleiches Ende. Ich kann mir halt keine fette Karre leisten. So im Alltag. Deswegen fahre ich immer möglichst kleinste Auto. Also bei mir ist das Problem, so ein kleines Auto... Aber es gibt einen Vectra V6. Der ist quer eingebaut. Entschuldigung. Nein, aber mit vier Leuten ist das ein bisschen zu klein. Weiß nicht. Ich hatte ja einen Corsa B und dann hat er den Astra G. Ist einfach zu klein. Ja, Mann. Finde ich. Rekord. Was sind die? 400, 500. Ja. Das ist klein. Aber hier, Os Mini. Einmal reingestellt und immer wieder rausgekommen. Katastrophe. Das ist eigentlich ein kleines Auto. Eure Erstzusammenarbeit war Kohlflüge für Edgar. Dazu will ich noch was sagen, weil einer hatte ja unter dem Video drunter geschrieben, ich wäre total undankbar gewesen für diesen Kohlflüge. War ich nie. Bin ich der Meinung, kam auch nie so im Video rüber und wie gesagt, der Kohlflüge steht noch da und der wird mal in einem Video vorkommen, wo ich ihn repariere, also in den Stand setzen. Im Moment hat er jetzt keine Zeit und auch kein Werkstatt. Soll ich ehrlich sein? Ich hätte ihn sauer gemacht mit der Drahtbürste, ein bisschen höher und hergesprach, ich hätte ihn da so hergesprachst. Ja, aber das mache ich ja nicht. Ich will den komplett reparieren mit Pläsch. Der ist aber original von Udo, der kann doch gut sein. Ja, ein bisschen Rost, ne? Ja, das ist aber, das ist halt immer die meine. Ja, du wirst das so machen, aber ich würde mich da jedes Mal, so wie Edgar ist, aufgebaut wird, würde ich mich immer ärgern, wenn doch was passiert, Spachtel fällt ein, fällt ein oder fällt ab oder was auch immer. Dann würde ich mich immer ärgern, dass das, ja, nicht richtig gemacht wurde. Ja gut, das ist halt so ein Auto, wie gesagt, aber das Auto kannst du auch nicht richtig fahren. Also ich habe kaum ein Auto, also mein Besitz auch jetzt gerade, habe ich kaum ein Auto, weil ich noch nicht auf dem Acker war. Das heißt, wenn der Camaro schon durch die Gegend geflogen ist. Ja, armes Auto. Da habe ich noch Videos von, da bin ich über den Acker gedrifft, wenn du das glaubst du nicht. Mit einer Ami-Kiste kannst du das machen, die Dinger sind richtig robust. Die haben eine Lenkung wie eine LKW. Die gehen nicht kaputt. Aber im Golf 1 hat es noch nicht hingekriegt. Du sollst irgendeine Frage beantworten. Heinzels Frage. Warte, gucken wir mal eben. Haben wir denn bei Heinzel? Warte, ich scroll mal eben hoch. Heinzi, ich lasse dich nicht hängen. Heinzi, Max kommt als Batterietrennschalter, da will ich einen Knochen hin. Nein, ein Schalter. Aber der kommt an der Masse, deswegen liegt diese Masse auch separat an dem Auto, damit ich da einen Schalter zwischensetzen kann. Der kommt übrigens in einer Dose aus dem Fanpaket. Moment, ich habe Fanpaket schon hochgeladen, aber ich zeige auch die Dose. Hier, in die Dose, warte, in die Dose setze ich den Schalter rein. Seit neben dem hier denkst du. In 20 Sekunden sehe ich die Dose auch. Hier? Ja. Da kommt was Ding rein. Der Ente ist ein Ackergebot. Definitiv, Enten fliegen auch gut. Könnte ich sagen. Trabe ich übrigens auch. Ich habe schon viele Schlachttrabe, ich habe tatsächlich wirklich auf dem Acker, aber die fliegen lassen. in den Lagerschaden hatten. Stimmt, Björn, die Stoßdämpfe haben immer noch liegen und die Stämme aus dem Vorort, die kann man ja auch nicht verbauen. Daniel, der Livestream wird, nachdem wir ihn beendet haben, irgendwann bei YouTube auch hochgeladen sein. Das geht automatisch. Also denk mal, morgen kannst du den nochmal angucken. Den Stream könnt ihr euch komplett nochmal angucken. Ich gucke mir morgen auch nochmal an und ich höre mir den nochmal an. Ich habe ja hier, wenn der Vater, ich habe ja Bluetooth mit dem Radio verbunden und kann mir so sagen, einen Scheiß an anhören. Mein MN kann das. Und dann höre ich mir nochmal mein eigenes Gelaber an, um zu wissen, was ich wirklich gelabert habe. Weil manchmal selber weißt du nicht, was du laberst. Ja, was für ein Unsinn, ne? Ich war auch schon mal Nazi und sowas. Pass mal auf, ich habe schon alles gehabt. Wie, du warst ein Nazi? Ja, hier in meinen Kommentaren. Aha. Oder unverantwortlicher Familienvater, weil ich mein Kind mit dem Kollenbring spielen lasse, wenn ich meinen Trammimotor gemacht habe. Aber jetzt habe ich schon durch. Ja. Übrigens, du musst mal gucken hier, pappenforum.de. Da bin ich der beliebteste Gast. Trammy-Szene ist sehr arrogant, bin ich wirklich ehrlich. Also, Opel-Szene ist wirklich eine sehr geile Szene. War ich gerne Mitglied. VW-Szene, VW-Treffen werden langsam mehr, ist aber nicht so viel wie bei Opel, finde ich. Aber Trammy-Szene, das ist wirklich ein sehr arrogantes Volk. Verstehe ich gar nicht, warum. Wobei, ganz ehrlich gesagt, die Autos ja die untersten Brot- und Butter-Autos sind, wenn man jetzt mal... Ja, das war ja damals die Autos, es gab ja nichts anderes für den Burger, ne? Ja, Aber du hast ja einen Zappelfrosch kaufen können, so einen Sabo oder was. es sind zwar Kult-Autos, ja, ne? Aber es ist, wenn man mal ganz ehrlich ist, ja, nichts mega Hype-Besonderes. Naja. Eigentlich. Dass man sich da so einen drauf einbilden kann, oder? Du, Dennis, danke für die 4 Mark. Dass sie das so, dass sie das so heilig sehen, dass wenn jemand ankommt wie du, der dann ein bisschen anders die Dinge aufbaut, direkt der größte Verbrecher der Welt ist, ne? Nein, nein, ich glaube, ich glaube, da könnte ich bei Mercedes verstehen, wenn du ein SL 300 oder so rollen würdest und so, ne? Oh, das würde ich gerne machen. Kann mal einer eine Million schenken, ob ich mir gerade ein SL kaufen kann, den man schwarz rollen kann? Genau. Ich bin der Erste, der hat macht, dann rede ich mit so einem Kasper-Spoiler hinten drauf und so. Genau, dann in so ein Mercedes-Forum rein und hier, guck mal, ein schöner neuer SL 300. Aber original, ne? Ne, aber ohne Scheiß, da bin ich sehr schab. Ich glaube, ich glaube, Trabi ist auch eher was Politisches, Ost und West und die Ossis nicht schwören auf ihre Autos und ich habe tatsächlich schon rassistische, also ich habe wirklich nie Hate, gar kein Hate, aber ich habe schon viele Ossis angeschrieben, die wirklich rassistisch wie ich als scheiß Wessi bezeichnen habe, warum ich mit Ost Autos mache und die alle verstandeln. Einer meinte auch, ich soll mit der Gurke die Woffen nicht restaurieren, die soll ich eher verschrotten, weil die ist eh nicht original genug. Keines meiner Autos ist mehr original, ganz ehrlich, die sind alle verändert, sei es Motorentechnik oder mit Tuning oder sonst. Ja gut, das Auto, die Gurke, die habe ich damals nur ins Leben geholt, weil das ein Auto ist, mit dem ich beweisen wollte, auch online, hier im Internet, dass man ein Auto fahren kann, was sehr, ich sage mal, wirtschaftlich ist, ohne dafür Geld reinzustecken. Ich habe vielleicht an hier Geld in der Gurke vielleicht immer ein ganz, weil ich mir das Auto habe, zum Ersatzteilen oder was weiß ich, vielleicht 300 Euro reingesteckt in 30.000 Kilometern. Und das ist ein Auto, wo ich wirklich sagen kann, das ist wirklich, ich sage mal, das ist wirklich hier wirtschaftlich. Leider habe ich natürlich scheiß Motoren gekauft dann immer, schlechte Motoren, da kommt hier Glas abtauscht, bin gleich. Nein, mein Glas ist rot, seins ist orange, wir haben uns nicht abgesprochen. Aber wir haben gesagt, wenn wir schon hier so ein Livestream haben, dann müssen wir auch, ne? Müssen wir auch eine Partnerlook haben, bitte. Ja, mit günstiger Cola. Nächstes Mal setzen wir auch so ein Headset auf, wie er, dann lassen wir einen Bart noch ein bisschen länger wachsen. Genau. Aber wir machen einen Livestream aus der Bart für Absicht. Nein. Aber das war auch für den Bart, da wollen wir nicht mal anfangen. Ich habe mir jetzt meinen ersten Schnauz verwachsen lassen, der gefällt mir aber nicht, der guckt Was willst du machen? Naja, kein Bart, ne? Ja. Internet ist lustig, was du da für Kommentare bekommst teilweise, Meinungen von Leuten, das ist schon ganz lustig. Ja gut, ich bin ja auch Dilettant, ne? Ich bin Dilettant, ich sage auch von Anfang an, ne? Also ich sage nicht, ich habe keine Ahnung, ich schraube tatsächlich schon sehr lange und habe tatsächlich Erfahrung damit gesammelt, aber ich bin auch so ein Typ, ich google nichts. Ich gucke nicht im Internet, wie das funktioniert, ich mache es einfach, ich zerlege das und das kaputt geht, geht es kaputt, kaufen was Neues. Ne? Da bin ich nicht ein Fan von. Also Internet-Generation ist mir vorbeigegangen, obwohl ich tatsächlich früher für irgendwelche Server geskriptet habe. Okay. Das ist halt so ein bisschen, das ist so ein bisschen so hier meine eigene Art. Weiß ich auch nicht. Ja, also ich sage immer selber, ich sage von Anfang an, aber ich habe keine Ahnung, obwohl ich teilweise auch wirklich weiß, was ich mache und ich mir keine Leben gefährde hier. Bremsen mache ich zum Beispiel auch neu. Ja, aber ganz ehrlich, wenn man auf deinen Kanal geht, dann weiß man, was einen ja erwartet eigentlich, nicht, oder? Zum Beispiel, ich habe bei meinen alten Videos, also die ich früher gemacht habe, immer am Anfang eine Warnung reingepackt, dass normale Schrauber sich verpissen sollen. Es hat ja einer in den letzten Livestream auch reingeschrieben, das, was du und Mr. Dood machen würden, wäre ja lebensgefährlich. Naja. Ich sage mal so, ich habe das auch so gesagt in dem Livestream. Bei dir sollte klar sein, dass man das nicht nur machen soll, ne? Warum das? Ich finde sogar, Leute sollen das nachmachen. Es kommt drauf an. Guck mal. Ich spreche... Ich spreche aber eine andere Art von Leute an. Ich spreche eine Art von Leute an, die vielleicht, ich sage mal, einen kleinen Job machen, 600, 700 Euro verdienen, die ich gerade so einen alten Polo leisten kann und ich zeige dir, wie man den Polo reparieren kann, instandsetzen kann, ohne dafür Geld reinzustellen. Guck Mr. Dood an, der sagte, ja, ich habe jetzt bestellt, zum Beispiel, Renault Kangoo, den er für dich gemacht hat damals. Bestes Beispiel. Ich habe jetzt gerade für meinen Renault Kangoo bestellt, vier neue Bremsen, alles, alle Lager neu, habe ich bezahlt, 800 Euro. Normaler Mensch hat keine 800 Euro in der Tasche. Hast du jetzt gerade 800 Euro in der Tasche? Fast. Ich habe jetzt gerade 100 Euro in der Tasche, das ist mein Rest von Bockhorn. Aber weißt du, was ich meine? Ich spreche Leute an und zeige den Leuten halt, wie die es möglichst einfach reparieren können. Klar, manchmal sind das so Sachen, die ich experimentiere. Bestes Beispiel der Schroppplatz-Polo damals. Das ist ein Polo, den ich von den Schroppplatz geschenkt gekriegt. Nee, Spaß. 250 Euro bezahlt für den Wagen. Fastgeschenk gekriegt habe. Und ja, ich habe den damals kontrotten. Ich kann dich dahingehend verstehen, ja, das hat er gezeigt, aber es hört da auf, nach meiner Meinung, wo es dann vielleicht doch wieder gefährlich werden kann, wenn man zum Beispiel irgendwann an der Bremse rumtüttelt, was man vielleicht nicht so tütteln sollte. Mach ich ja gar nicht. Nein, ich sage das jetzt als Beispiel. Das ist klar. Es geht nicht darum, dass man vielleicht einen Kühler einfach mal, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Band abdichtet oder einen Schlauch zusammenflickt oder eine Lichtmaschine zusammenfällt. Hast du schon mal probiert, ob du eine Kopfdichtung mit Kühlerlech reparieren kannst? Nee, warum? Ich wette zu dir aus. Weißt du, wie viele Dosen du dafür brauchst? Keine Ahnung, wieso ich wette zu dir aus? Drei Stück. Drei Stück. Das Auto ist noch mit einer Community, fährt in Meppen rum, hat seitdem auch schon einige Kilometer gelaufen, hat voll Schiffe, kriegt fährt immer noch. Fährt auch dauerhaft, kommt aber auch bei mir aus Meppen, Meppen ist ungefähr 150 Kilometer von der Weg, kommt auch dauerhaft hier öfters hier vorbeigefahren mit dem Wagen. Der Wagen fährt immer noch. Braucht kein Wasser, 100%ig. Ja, jetzt gucken wir darauf an. Ich sage mal so, beim V60 würde ich nicht um den Kopfdichtung machen wollen, aber bei zum Beispiel einem Corsa B1-4 kostet Kopfdichtung mit Kopfschrauben vielleicht. Nimmt sogar günstige Z30 Euro. Aber überlegt doch mal, es gibt aber, es gibt auch Leute, die zum Beispiel aus dem Kopf gar nicht wissen, wie man eine Schraube löst oder was ein Drehmoment ist, weißt du, dann stehst du mit deinem kleinen AAV-Motor da mit einem 1-Liter-Polo, stehst du dann da und sagst, scheiße, Werkstatt, wir müssen mal 650 Euro haben, die habe ich nicht und da kann man ein bisschen mal probieren. Ja. Oder die Karre hat noch Rest-Türf ein halbes Jahr und danach geht die Karre nicht mit dem Türf. Willst du dann den Kopfdichtung und einen bauen? Nee. Das spreche ich immer an. Ich versuche den Leuten halt zu zeigen, wie es einfacher geht. Das ist halt so der Sinn. Ja gut, ich verstehe schon, was du da so machst. Ja, aber ich würde lieber den Sand austauschen. Ich bin da eben so eingestellt. Ich bin da vor, du hast ein Polo, 86 C da stehen oder, nee, dein Gebiet, ein Korsa A da stehen, der hat solche Rosslöcher an der Seite, alle vier Reifen runter, äh, Bremse hält noch ungefähr für drei Monate und dann bist du kritisch und du hast noch zwei Monate Rest-Türf, hast gar keine Kohle für eine andere Karre. Was machst du, wenn die Kopfdichtung durch ist? Steckst du da eigentlich noch Arbeit rein? Oder, 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 wenn du jetzt zum Beispiel eine Lüge auf der Arm machst, ist so ein Typen wie mich. Leute, hat funktioniert, könnte gehen. Ja, wahrscheinlich in der Situation würde ich das einfach ausprobieren, wo ein Kölner dicht auch schweineteuer ist. Die Leute sprechen zusammen halt an. Deswegen nehme ich auch alle Gurkenkönig, weil ich halt Gurke. Das Wort Gurke und Gurkerei kommt nicht von mir. Okay. Das kommt von meinen Zuschauern. Das ist ja was anderes. Mr. Dewey zum Beispiel, der macht eigentlich alle Sachen richtig, aber ich habe mir das ja kennengelernt, der denkt relativ rational, das geht. Ist ein Beispiel, aber ich finde halt zum Beispiel, wenn du jetzt eine Karre hast, die 1.000 Euro wert ist, steckst du da keine 2.000 Euro ran, außer du hast da ein Herzen, willst aber zu Treffen fahren und machst das richtig geil. Dein Edgar zum Beispiel verstehe ich. Das ist ein Herzensprojekt. Da hast du Bock drauf. Ja, ja. Aber wenn du nur ein Gebrauchsauto hast, was du hier, ein Wegwerfauto hast, was billig ist und dann zeige ich heute zusammen, wie man das, wie man das überhören kann, weil nicht jeder hat viel Geld in der Tasche und guck dich im Internet mal um. Wenn du jetzt Tutorials guckst, das sind alles neue Teile, Kfz-Teile 24, sponsert mir das und das und jetzt bauen wir heute mal den neuen Spoiler, keine Ahnung, was Fahrradkonservierer ist. Zum Beispiel gibt es von Nicky Muli einen Fahrradkonservierer. Kennst du Fahrradkonservierer? Er kennt keine Sau. Nö. Nö? Bestes Beispiel. Damit mache ich mir eine Stoßstange schwarz. Das Zeug kostet die Dose 1,25 Euro. Nö? Kein Wunder Chemiemittel von Kochchemie, obwohl, den habe ich auch gekriegt, aber geht auch so. Halt andere Lösungen finden für dieselben Probleme, die eventuell günstiger sind und wirtschaftlicher sind. So denke ich immer. Weißt du, ich habe immer schon gedacht. Mein Vater denkt übrigens genauso. Er hat einen Porsche 911 im Wert von über 50.000 Euro. 3,2 Liter Carrera. 2,32 PS. 2,31 PS hat der. Komplett neu lackiert, alles. Aber der Auspuff, der ist mit dem Hundefutter-Dosendeckel gepflegt. Gut, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ganz ehrlich. Also ich hätte da, unter so einem Auto hätte ich vernünftig einen neuen Auspuff. Weißt du, was der Auspuff kostet? Wahrscheinlich Geld, aber, ne? Weißt du, was du den Wagen bezahlt hast? Da kriegst du einen Corsa A für. Ja, ich bin da, ne? Also ich, als selbe ich es mit Sigi, weil ich da reingesteckt habe, teilweise gut, ein bisschen ungewollt. Ja, ist nun mal so. Ich sag mal so, das Hobby darf für mich, ich hab halt damit angefangen, zu Zeiten, da war ich in der Lehre und ich hab tatsächlich in meiner Ausbildung 212 Euro verdient. Und ich hab ein BMW E46 gefahren mit Vollausstattung. Mein neuestes Auto übrig, weil ich was besessen hab. Ne? Und da musst du dir halt was ausdenken, dass du eben über Runden kommst. Okay, aber, ja gut, da sind wir ein bisschen anders gestrickt, würde ich mal sagen. In der Meinung. Nein, das ist ja klar. Das ist ja auch ganz gut so. Wenn wir genau gleich wären wir beide, dann wird das jetzt ein scheiß Livestream. Das stimmt. Ja, äh. Ja, im Hype. Ja, war interessant. Ja, man, definitiv. Vielleicht kann ich es nochmal wiederholen. Ich weiß nicht, ich denk mal schon, ne? Und meine Zuschauer nochmal eben hier, von mir nochmal so als Podcaster spezial, wie nennen wir das hier, Webcast nennen wir das hier. Hartmut hat's Web, Karl hat's Webcast genannt, ähm, weil Podcast ist eigentlich ohne Bild. hat er nicht Unrecht. Äh, deswegen, ich würd mal gucken, ob er da ein paar andere Leute anlachen können. Ist Marki noch hier, Marki, du musst bei uns hier rein, ne? Jens kommt hier auch nochmal wieder, den haben wir ja nicht vergrault. Ja, ja, sicher. Wir haben auch keinen fetten Beef. Ach ja, übrigens, wenn er jetzt hier, wenn Marki jetzt hier nicht herkommt und freiwillig mich anschreibt, deswegen mach ich eine Ansage an ihn. Genau, mal einfach eine Ansage an. Hat funktioniert immer. Ich find schon irgendwas. Mach das. Ja, äh, ich bedanke mich für die andere. Alter, für dich, Alter. War lustig. Ne? Also, Partallum, seh so noch einmal hoch, dann will ich's einfach mit Feierabend, sonst krieg ich halt mit meiner Frau. Ja, ich muss jetzt auch langsam mal. So, gut, nochmal an den Chat, bevor wir nochmal das ganze Bild haben. Äh, man sollte nicht über Mr. Dewey herziehen, klein macht er aufhörer. Ganz im Gegenteil, Daniel Buddy. Also, er meinte, das ist ja gar nicht uns. Wir haben, ich rede eigentlich relativ gut über ihn, ich kenne mittlerweile Privat, ist ein fein Kerl. Klar, baut er Scheiße, aber ich bau noch mehr Scheiße. Bei mir wisst ihr's auch. Ne? Hm. Ich glaub, Jens baut manchmal auch Scheiße. Ja, ich zeig's noch nicht. Alter, was glaubst du, was ich schon für Sachen gerissen hab, hinter meiner, oder sag mal, von mir vor meiner Kamera gestellt hab? Ich kann auch nicht alles filmen, würde ich machen. Aber ich kann auch immer sagen, dass ich, dass ich TÜV-technisch immer, immer hier verkehrssicher bin. Hört sich doch gut an. Ne? Gut. Jensi, hau rein, ich sag mal Tschüss, ne? Haut rein, legt euch hin. Ich leg mich auf jeden Fall jetzt hin und ich muss ganz dringend pissen, wie ein Pferd. Also das geht hier leider rein. Ja, dann viel Spaß, ne? Das Ding ist eh schon demonetisiert, was soll's. Schön. Scheiß auf Kohle, Kohle hat jeder. Oder hat keiner. Ja, haben wir nicht, sonst hätten wir ein anderes Projekt. Gut, leg dich hin, Alter. Bis dann. Ja. Tschö. Tschau. Tschau. Tschö. Tschö. Vielen Dank.